Diese Folge Cinecast entsteht mit freundlicher Unterstützung von Sax Audio. Your Sound, your Style, your Speakers. Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge Cinecast. Sternenkrieg, eine Top 5 2016 und einem Gast aus dem hohen Norden. All das und viel mehr heute beim Cinecast plus Henrik. Hi Henrik. Hallo Jan, ich freue mich. Du hast vollkommen recht, alles vereint. Erstmal natürlich dir vielen Dank für die Begrüßung und natürlich ein Hallo an unsere Hörer und frohe Weihnachten gehabt zu haben. Genau. Wir haben ja gerade mit Mühe und Not, ich bin ja ein bisschen sogar kränklich aus den Feiertagen gekommen. Hört man gar nicht. Ja, ich bin gut eingestellt. Ja, und wir haben am Anfang dieses turbulenten Jahres, haben wir es angedroht. Zumindest haben wir es unserem Gast angedroht, dass er so um diese Zeit wieder dabei sein möchte. Und wir brauchen ihn diesmal nicht vorstellen, wir begrüßen ihn einfach. Hallo Daniel Schröckert. Einen schönen guten Abend und ja, auch nochmal frohe Weihnachten nachträglich. Ich weiß gar nicht, wann wird dieser Podcast ausgestrahlt? In den nächsten Tagen strahlen wir wieder in die Weiten. Noch 2016. Ja, ja, wir werden auf jeden Fall noch 2016 releasen. Ah, okay. Wenn ich weiterhin krank bleibe, dann wird es sogar schneller gehen. Dann genau, dann kann man ja nur sagen, halt frohe Weihnachten und nachträglich, aber noch kein frohes neues Jahr. Dementsprechend rutscht ruhig rein. Genau. Ja, und nachdem er dann halt beim Chat-Duell leider verloren hat, musste er dann halt jetzt zu uns kommen. Ja, und als du zuletzt da warst, hatten wir es ja schon angedroht, dass wir uns freuen würden. Und das ist schon wieder so lange her, fast ein Jahr. Ist es echt ein Jahr her? Boah, das ist echt krass. Also für mich hättest du jetzt gesagt, es wäre ein halbes Jahr, hätte ich dir genauso geglaubt. Weißt du, was ich meine? Ja. Oder hättest du gesagt drei Monate, da hätte ich auch gesagt, ja, könnte hinkommen. Aber Chat-Duell ist ungefähr dran. Mein Frühjahr war es. Ja, war früh im Jahr. Ich kann mich an das Cover noch erinnern, da war nämlich Civil War und auch Dschungelbuch drin. Genau. Da haben wir über Civil War und das Dschungelbuch gesprochen. Also es ist natürlich nicht ganz ein Jahr, aber schon wieder einige Monate. Ja, krass. Cool, wa? Aber Chat-Duell, ne? Ja. Jetzt, wo du das gerade mal angesprochen hast. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es, glaube ich, am Ende, ich glaube in der Finalrunde, da gab es diese Frage, oder es gab, war vorher, da gab es diese Frage, nenne eine Sitcom oder sowas. El Bandi, ja. Ja. Und da kam von euch El Bandi. Ja, von mir, genau. Ja, genau. Genau, ich kam nicht so schnell auf den langen Titel. Ja. Ja, aber das ist eigentlich nicht korrekt. Das ist richtig. Eigentlich nicht korrekt, weil wenn ich sage, nenne irgendwie, keine Ahnung, nenne eine Sitcom-Figur. Ne, nenne einen berühmten Science-Fiction-Film, dann kann ich auch nicht sagen, du Skywalker. Aber du, ich gebe dir da absolut recht. Ich habe das ja nicht entschieden im Hintergrund. Ich war mir auch nicht sicher, ob du das einloggen lassen. Ich will nur sagen, dass dieser Sieg nicht so auf den ganz sichersten Beinen steht. Ich rechne das aber nochmal durch. Ich glaube, ganz vorsichtig behaupten zu können, dass es nicht an dieser Einfrage noch im Endeffekt gelegen hat. Ich glaube, da war noch ein bisschen mehr in der Sprung. Ja, hat es nicht. Aber ja, ja, okay. Aber ich glaube, wir können es auch sportlich nehmen, oder? Das sowieso. Ja, sowieso, sowieso. Ich wollte nur nochmal diesen kleinen, sag ich mal, Schnitzer. Ja, kann er nicht auf sich sitzen lassen. Den wollte ich ja nur nochmal kurz ins Spiel bringen oder in Erinnerung rufen. Im Unkehrschluss wäre interessant. Auch da, die Chat-Leute sind ja eher schreibfaul. Ich glaube schon, dass nicht die meisten wirklich dann eine schrecklich nette Familie. Und den englischen Titel Married with Children kennen auch die wenigsten. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da viele Bundy eingegeben haben dann. Ja, aber also dann, wie gesagt, liegt auch der Fehler wieder bei uns in der Regie. Darf man eigentlich nicht zählen. Darf man eigentlich nicht zählen. Und wir sind die Leidtragenden davon. Das ist nicht korrekt. Aber egal, gut. Ja, im Zweifel für die Gäste. Es war das erste Mal, sag ich mal, glaube ich, wirklich in so einem Kino-Plus-Verbund, das ich verloren hatte. Ich glaube, bisher war ich eigentlich immer ganz gut dabei, wenn Kino-Plus als Team aufgetreten ist oder so. Ja, wir haben ja auch alle schon mit den Kniekehlen geschlottert, weil Jan ja schon sagte auch, Jan von Kino-Check, da sagt er ja, du wärst das wandelnde Filmlexikon. Aber das ist ja halt das Schöne bei diesem Spiel, da hilft dir das nicht ganz so viel. Das bringt mir da gar nichts. Bei Kino-Plus, wenn ihr da euer Wissensspiel macht, wo du dann natürlich auftrumpfen kannst, da ja, aber bei Chat-Duell weniger. Nee, bei Chat-Duell, wie gesagt, guck mal, da war ja so eine Sache, war das das auch mit den berühmten Mäusen? Ja, ja, gab's auch eine Frage mit Mickey Mouse. Genau, und wo ich so sicher war, dass irgendwie das und das drin vorkommt und es kam nicht drin vor. Also, ja, oder ich weiß nicht, da waren zwei, drei Fragen, da war ich echt verzweifelt, ob meine, weiß ich nicht, Denkweise, weil ich vielleicht einfach viel zu weit zurückgegangen bin. Ja, und, ja, weiß ich nicht, für mich gewisse Figuren oder, keine Ahnung, gewisse Namen eine größere Bedeutung haben als für alle anderen oder für jüngere Leute. Ja, absolut. Aber es war, wie gesagt, war ein schöner Abend und Charles hatte auch viel Spaß gehabt, also. Obwohl, im Nachhinein bin ich jetzt ja nicht mehr so ganz sicher, wie es mit eurem dritten Kollegen war, ne? Ja. Weil der hatte ja auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat er ja diesen, hat er auch einen Podcast irgendwie mitgemacht. Genau, ja, der macht einen eigenen noch, ja. Genau, und ich hab das nicht so ganz verstanden, da gab's so ein bisschen Aufregung drumherum. Und ich hab aber leider auch echt nur die Aufregung, ähm, sag ich mal, gelesen, aber nicht den Podcast gehört. Deswegen kann ich da eigentlich nicht so viel zu sagen, aber viele Leute irgendwie wunderten sich doch, ja, also scheinbar hat er sich nicht wohl gefühlt. Doch schon, also ich hab ja nachher auch noch, wir haben ja noch länger drüber gesprochen, ich nachher mit ihm. Er ist halt ein bisschen spezieller, in Anführungsstrichen, das ist jetzt nicht böse gemeint. Nee, das kann man auch, ähm, er ist halt, ähm, speziell. Genau, er reizt gern auch mal was aus oder versucht irgendwie mal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu provozieren. Und, ähm, er dachte vielleicht, dass er damit so ein bisschen, in Anführungsstrichen, Beef erzeugen kann, aber was dann halt nicht so ganz gefuchtet hat, weil vielleicht da viele von ihm selbst irgendwelche Insider drin waren, die keiner kannte. Naja. Ja, also, ja, verstehe ich nicht ganz, warum, also ich verstehe die Absicht nicht, ich meine, aber, ähm, ich fand's jetzt aber auch, ehrlich gesagt, nicht so provozierend. Also, ich weiß nicht, ich fand, das war jetzt irgendwie, äh, normales, normales Verhalten generell. Also, dass man sich irgendwie gegenseitig foppt und ein bisschen Trash-Talk bei dem Event macht, ähm, ist eigentlich für mich, sag ich mal, das rechne ich damit ein. Ich wollte grad sagen, Nils hat das doch ganz gut abgefangen und, also, es gab ja auch, viele kannten ihn auch schon von Area Games Zeiten und, und weil er halt auch in dieser Szene so ein bisschen bekannter ist, die haben gesagt, ja, das ist halt Daniel, so ist er halt, andere kannten ihn halt nicht und haben halt gedacht, ja, was ist das denn für einer oder wie, wie ist der denn drauf? Ja, es ist halt so. Einige haben ihn schon ein bisschen gerieben an ihm und der, und das ist ja hier bei uns in, in unserer Redaktion ja ganz ähnlich, ne, da ist, ähm, kann man, man kann, ich kann, man kann zu unterschiedlichen Dingen, die er sagt oder die er macht, unterschiedliche Meinungen sein und das ist ja auch okay. Ja, du, es, ähm, es ist ja auch wirklich okay, solange es, sag ich mal, innerhalb des Formats gedacht ist, weißt du, oder, oder gemacht ist. Ähm, nur, ich, ich fände es halt schade, beziehungsweise mir täte es halt leid, wenn er sich quasi abseits davon, also generell bei uns einfach unwohl gefühlt hat, durch irgendwas, ja, weil, das konnte ich nicht so ganz daraus erkennen, ja. Ja, also, das, das glaube ich, das, das, da musst du dir keine Sorgen machen, das hat er, glaube ich, nicht, ne, ne. Also, ähm, er hat ja auch, wir haben ja auch nachher noch im Gespräch gesagt, ähm, er hätte auch kein Problem, nochmal vorbeizukommen, so Kino Plus und seine Kurzfilme vorzustellen oder so, solche Geschichten, also, ne, das glaube ich nicht, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ja, wie gesagt, ich, ich hab's auch, ich kann auch, wie gesagt, nur die, die, äh, sag ich mal, Berichterstattung aus dem Netz irgendwie wiedergeben. Ja, ja. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Ich hab das jetzt auch leider nur gefiltert mitbekommen, weil ich, äh, ich war im, ähm, im netzfreien Urlaubsbereich da, deswegen konnte ich ja nicht dabei sein. Und, ähm, bei mir ist das gar nicht so angekommen, also, ich hab das nur so durch die Blase dann mitbekommen und erst hinterher, ähm, hörte ich, dass der ein oder andere, ähm, sich gewundert hat. Ja. Diplomatischer klicke ich's jetzt nicht. Ja. War eine Episode in dem Jahr und, äh, dementsprechend hangeln wir uns zunächst. So ist es, so ist es. Ja. Jan, was steht denn auf unserem, auf unseren Shownotes als nächstes? Ja, wir haben ja, wir sprechen ja auch immer über die aktuellen Geschehnisse. Schlimme Nachrichten. Und heute haben wir natürlich eine doppelt schlimme Nachricht, denn nach dem Herzinfarkt, ähm, den sie erlitten hat, ähm, Carrie Fisher, ist sie leider, ich glaub, vor ein paar Stunden auf jeden Fall, kam dann die Meldung. Ja, es klöpfelte so langsam, vor einer guten halben, dreiviertel Stunde ging das langsam los, dass es hier aus allen Kanälen purzelte. Ja. 60 Jahre ist es Prinzessin Leia nur geworden. Viel zu früh. Mann, Mann, Mann. Ein Scheißjahr, was das angeht, ne? Ja, ja. Also für, es ist immer so ein bisschen, ähm, für mich ist diesjahr besonders schwierig, weil, ähm, also es war emotional ein, ein ganz, äh, großes Auf und Ab bei mir, privat. Und dementsprechend muss ich das leider immer wieder so in Relation setzen zu den ganzen Leuten, die mich natürlich über die Kindheit hinweg begleitet haben, ne? Also ich mein, es war Pat Spencer dabei und all so ein Kram, ja. Und, äh, also ein Kram, Entschuldigung, das sollte jetzt nicht so dispektierlich klingen. Also, da waren ja wirklich viele Leute dabei, die wir ja schon echt von, von, aus sehr langer Zeit her kennen, mit denen wir jetzt ziemlich viele Stunden verbracht haben, die unser, keine Ahnung, die unser Leben irgendwie entweder erheitert oder bereichert oder, keine Ahnung, äh, gestaltet haben, so. Ja. Und, äh, David Bowie, was weiß ich, ja, also, nehmen sie alle zusammen, es ist wirklich ein krasses Jahr, was das angeht, aber ich sehe es halt immer wieder so in Relation, ich muss es halt immer wieder in Relation sehen zu, äh, zwei anderen Ereignissen in meinem privaten Leben und das ist halt zum einen natürlich, äh, die Geburt meiner Tochter, weißt du? Ja, das ist so, da wägt man ein zweites Mal wieder ab und dann zum anderen ist halt dieses Jahr mein bester Freund gestorben, so, und, ähm, ja, weißt du, also, versteht mich bitte nicht falsch, ne, ich finde das echt furchtbar, ja, also wirklich, ich finde es echt krass und, und, ähm, wirklich, es ist, es ist so, so schade irgendwie, dass es passiert ist, keine Ahnung, vor allem, weil ich noch gelesen hatte, ähm, dass es ihr eigentlich nach dem Herzinfarkt, nachdem sie ins Krankenhaus gekommen, habe ich auch gesagt, besser ging, ja, und, äh, jetzt zu erfahren, okay, sie hat's endgültig gerissen, das ist halt echt natürlich bitter, ja, also, wirklich bitter, ja. Ja, und da hat man sie zuletzt in Rogue One quasi ja noch in Jungen erleben dürfen, kurz, nicht sie direkt, aber dann jetzt kurz danach, dass... Den Anschluss, sozusagen. Und, und, ich höre immer... Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass, ähm, das natürlich für uns und für uns, äh, Nerds hier immer so ein bisschen so ein Schlaglicht wirft, aber, ähm, gibt natürlich noch... Und noch, äh, tausende andere, an die man mit gleicher Energie denken kann. Klar, Berliner Weihnachtsmarkt, Aleppo, alles, aber natürlich sind, wie Daniel gerade sagt, natürlich, ähm, familiäre oder Freunde, die, das ist noch trotzdem was Persönlicheres und auch, sagte Daniel gerade auch schon, Carrie Fisher oder halt auch Bud Spencer, das sind halt Leute, die uns mitbegleitet haben, nie persönlich, aber halt über ihre Filme oder über ihre Musik. Und dann, ähm, ergreift einem das natürlich schon ein bisschen direkter, weil man die Person mehr oder weniger kannte, ne? Ja. Ja, vor allem, es ist ja auch die Dauer der Zeit, ne? Ich meine, die Leute, die jetzt irgendwie sagen, krass, fuck und so, klar, kann ich verstehen, dass die fast alle, sag ich mal, mindestens über 25 oder bei 25 sind, so, ja? Ähm, um es richtig aktiv mitzumachen und, ähm, also ich, ja, also es geht, sag ich mal, von mir, also ich denke mal, die ganzen Leute sind, das ist alles ab 25 aufwärts, äh, die genau eher mit den ganzen Menschen irgendwie leiden, trauern oder, oder denen das näher geht, als jetzt irgendwie eine jüngere Generation, die halt noch nicht so viele Jahre mit den Leuten verbracht hat, so, ja? Ja, dass ich einem 16-Jährigen nicht erzählen muss, wer Bud Spencer ist oder warum das jetzt traurig ist, ist mir auch klar, so, ja, ähm, ähm, aber, ja, und natürlich, auch das ist immer wieder so dieses, naja, jeden Tag sterben irgendwie Millionen andere, das ist natürlich nicht vergessen, ja? Ja, es geht ja nur, ja, hier mal um einen bestimmten Bereich des Lebens und in diesem bestimmten Bereich des Lebens, der einem viel bedeutet, da gibt es halt auch Menschen, die einem dann irgendwas bedeuten, ja, und dementsprechend äußert man halt seine Trauer darüber, so, also wir haben das ja bei Kino Plus auch schon mal gesagt, ja, es soll überhaupt nicht irgendwie in Vergessenheit geraten, was jetzt gerade halt in Berlin, in Aleppo oder sonst wo auf der Welt passiert ist, so, ähm, aber, ja, wir sind halt nun mal hier gerade, um über Zerstreuung zu reden und dementsprechend über die Person, die sich damit halt beschäftigt, haben oder die halt Teil dieser Zerstreuung waren und da, wie gesagt, da trifft es einen, ja, und jetzt gerade wieder so ein, ja, ey, wirklich so eine Person, die du so lange kennst, weißt, deren jede Bewegung und jeden Blick und jedes Lächeln und jeden Satz, den sie irgendwie in diesem Film gesprochen hat, den du mitreden kannst oder irgendwo dir im Kopf vorhanden ist, so, ja, und warum sollte man da nicht irgendwie sich darüber äußern, dass einem das irgendwie nahe geht, so, ja? Jetzt gerade in den letzten zwei Jahren ja dann auch nochmal ganz besonders wieder Aufmerksamkeit bekommen durch den ganzen Schwung, den das große Franchise da gemacht hat und, ähm, Und dann ja auch nochmal Schlagzeilen sozusagen, also, äh, dann ja auch geradezu Episode 7 zwischendurch nicht so ganz fair behandelt worden ist von der Szene in der, in der Bloggeria und so, ähm, also, was mir dann besonders aufgefallen ist und jetzt auf einmal, ein Jahr später soll das alles vorbei sein und so, das alles, äh, so ätzelt. Was meinst du, was meinst du jetzt speziell? Ja, jetzt, ähm, es wurde ja ein bisschen, ähm, über ihr Alter, Altern, ähm, auch stellenweise sehr ungerecht geschrieben. Ich hab da, wir haben da auch damals drüber gesprochen, ähm, das sind natürlich Spackos, die, die so einen Blödsinn schreiben, aber trotzdem, mir war das in Erinnerung geblieben, ich musste daran denken, dass, ähm, ähm, ja, ist halt ätzend, so. Und, ähm, und jetzt, ähm, ein Jahr später, wo es, äh, wo, wo da richtig Schwung drin ist in dieser ganzen Geschichte, ist schon nochmal extra irgendwie Mist. Ich hab mich eher, ich hab mich damals eher gefreut, ne, als sie so das erste Mal da aufgetreten ist, wo es dann bekannt wurde, dass die Alten mit dabei sind, so, ne, und dann kommt sie da auf die Bühne und ich hab mich ehrlich gesagt ernsthaft und aufrichtig gefreut, dass sie es nochmal so halbwegs gepackt hat, ja. Ja, die war vorher, hatte ich sie nur noch gesehen in diesem Maps to the Stars von David Cronenberg, ähm, wo sie ja sich selbst spielt und ironischerweise. Bei J.R. und Silent Bob, ne? Ich glaub, wird sie nicht da unten im Archiv, äh, eine Sekretärin oder irgendwie sowas. Genau, aber da sah die ja richtig furchtbar aus. Ja, ja, genau, genau, also, ja. Und bei Maps to the Stars sah die eigentlich auch noch relativ furchtbar aus, aber schon so ein bisschen besser, nur da hat sie dann auch schon richtig angefangen, ähm, über ihre Vergangenheit quasi, ähm, ihre Vergangenheit nach außen zu tragen, so, ja. Also, die ist richtig aggressiv in dem Film mit ihrer, ihrer Drogenkarriere umgegangen oder mit ihrem Drogenimage, sagen wir es mal so, und, ähm, hat sich ja auch selbst gespielt in dem Film, ja. Ja, und es ist ironischerweise genau die, die das alles quasi mit in Gang setzt, das ganze Drama, was da im Maps to the Stars passiert. Das fand ich halt auch so krass. Und dann seh ich sie da bei Star Wars oder bei den Präsentationen und ich hab mich echt gefreut, dass sie quasi so, ja, den ganzen Schrott, den die erlebt hat, ja, und die ganze, die ganze Phase so, dass sie das halbwegs überwunden hat, weißt du, und jetzt wieder da stehen kann. Klar sieht die nicht mehr aus wie 1977, ja. Ja, klar, ja. Aber bitte. Wir auch nicht. Ja, das sind 40 Jahre, ja, also, keine Ahnung, ähm, was geht, ja, das sind 40 Jahre, die ziehen halt einem nicht spurlos vorbei, wenn man halt auch mal wirklich krass kokainabhängig war, ja, so, also, ähm, was soll man jetzt sagen? Und dann sieht sie, ich fand, im Film sah sie eigentlich noch relativ gut aus, ja, ich mein, die haben das wahrscheinlich auch mit Farbfiltern und Weichzeichnern und was weiß ich bearbeitet und Make-up-mäßig auch noch irgendwie ordentlich was drauf geklatscht, aber ich fand's, es sah okay aus, es sah aus, als wäre sie halt 30 Jahre gealtert. Und die war schon früher nicht die größte gewesen, das ist nur nicht so sehr ins Gewicht gefallen, weil da Luke Skywalker die ganze Zeit daneben hattest. Ja. Ja. Also. Und wenn man's wieder irgendwie digital machen, ich weiß es nicht, oder, ob man sie, ach, sie ist weg, keine Ahnung, aber, oder, ich denk da eher an Fast and Furious, die werden sich da schon irgendwie was einfallen lassen, denk ich mal, irgendeinen Grund. Ja, gut, ey, ich mein, sie haben mit Rogue One, haben sie's halbwegs durchgeboxt, so, ja. Ja, und dementsprechend, sag ich mal, würde ich mich jetzt auch nicht wundern, wenn sie jetzt nochmal erneut über eine ähnliche Lösung nachdenken. Ja, auf jeden Fall, um das wenigstens halbwegs sinnvoll zu erklären, jetzt nicht kompletten Filmen mit einer animierten Carrie Fisher, aber, ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass man sowas dann überlegt. Aber vielleicht muss man's in Episode 8 noch gar nicht machen, das kommt ja natürlich ein bisschen auf die Storyline an. Soweit ich weiß, ist Episode 8, äh, ist komplett, der ist rappt, der ist, äh, komplett abgedreht, ähm, das ist jetzt alles Post-Production, was sie machen, und ich denk mal, da ist halt alles da, was Cam Fisher da irgendwie zu beitragen. Und was wir ja nicht wissen, blöde, blöde, blöde Behauptung, aber vielleicht überlebt sie ja den Film ja, oder hat sie sowieso nicht vor, zu überleben, Episode 8, das weiß ich nicht, wie, wie da die Planungen sind von Disney, ob sie überhaupt noch in Episode 9 hätte auftauchen sollen, das wissen wir ja nicht. Ich fänd's ja, ich fänd's ja eigentlich ganz cool, ne, also wenn sie sich so, ähm, vielleicht noch von einer weiteren prominenten Figur verabschieden müssen, so. Also ich halt's für nicht so extrem unwahrscheinlich, und dadurch, dass Mark Hamill ja ne sehr, ne sehr kleine Rolle hat in Episode 7, mit Sicherheit deutlich mehr Screen-Time in Acht haben wird, und dann, also hoffe ich, dass er auf jeden Fall auch in 9 noch auftaucht, von da könnte ich mir, und er war ja auch immer der Jüngste von den Dreien, also, von Han Solo und, äh, Luke Skywalker und äh, und, äh, Prinzessin Leia. Also, könnte ich mir schon vorstellen. Ich hoffe es auch. Ja, ich auch. Jo, äh, ja, aber... Kommen wir zum etwas, etwas freulicheren Thema, äh, da kann mit Sicherheit auch gleich Daniel was zu sagen, aber wir haben ihn ja auch gesehen, ich hoffe, du hast ihn gesehen, ich spreche von dem Alien-Convenant-Trailer. Ähm, der Film hat ja eh ne interessante Story hinter sich, ich, ich war ja ein Freund von Prometheus, ich fand die Optik richtig geil, und ich mochte Prometheus auch storytechnisch, weil er halt so viel offengelassen hat, aber ich hab dann eigentlich jetzt bei Prometheus 2 eigentlich ja was anderes erwartet, was, glaube ich, auch mal eigentlich anders geplant war. Ähm, ja, der einzige, glaube ich, der noch da ist, ist halt Michael Fassbender. Ähm, ansonsten scheint es ne... Bitte? Gleich zweimal. Ja gut, ja, ist ja nicht so schwer, er spielt ja wieder einen Androiden, ne, von daher könnte man ihn ja so oft da irgendwie auftreten lassen, wie man will. Und, ja, aber, ähm, Hendrik, wie hat dir der Trailer gefallen? Du als alter Alien-Veteran. Ähm, ja, oder? Ja, natürlich. Ja, bist du doch. Bin, bin, bin ein alter Aliens-Veteran, um... Ach, der Zweite. Ja, ja, das ist so die... Aber da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, auch in der... äh, an verschiedenen Stellen hier. Ähm, ja, ich brauchte einen Moment, weil, ähm, ähm, bin nicht ganz sicher, ob ich's, äh, so feier, aber im Gegensatz zu dir, ähm, ich mochte die Optik in Prometheus auch, aber ich mochte den viel vom Rest nicht. Mhm. Und, ähm, ich wünschte mir, dass, ähm, dass das wieder in so ein altes Alien-Fahrwasser, für mich, ja, so ein ganz gefühltes, ähm, Aliens-Fahrwasser, wieder zurückkäme, da bin ich, äh, ich weiß nicht, da sind, ähm, sehr unterschiedliche Meinungen da draußen. Aber alles in allem sieht's ja schon ganz... Der Trailer sah ja eher, eher Richtung Teil 1 wenn da raus, ne? Genau. Ein Schiff, ein Alien scheinbar, oder vielleicht auch zwei, aber nicht, nicht irgendwie Aliens mit großer Schlacht, so wirkte es jedenfalls nicht. Und natürlich auch noch mal ein bisschen so ein paar, auch Referenzen, ne, in, in diese Richtung, ne, so die, 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 die Geschichte mit der Wirbelsäule, so, das war ja ganz nett gemacht. Und auch wieder Prometheus-Anspielung. Also ich, ich, ich hoffe, das Beste, aber ich bin noch nicht ganz sicher. Welche, welche Prometheus-Anspielung? Ähm, ich hab die, ähm, die, wie war das denn mit dem, mit dem Schiff, ähm, die... Ich weiß leider grad auch nicht die Prometheus-Anspielung, aber ich dachte, ich sag erstmal nix. Ne, ne, ich, ähm, ich hab immer die, die Silhouette von dem Schiff auf dem, auf dem Planeten, ähm, vor Augen. Ähm, bin aber auch nicht sicher, ob ich jetzt nicht was verwechsel, weil ich hab ein bisschen... Was sie da auf dem Planeten gesehen hat. Ja, ja, genau. Aber das haben wir doch auch gesehen. Also zumindest, ähm... Ach so, du meinst das, äh, das, äh, Ingenieurschiff? Das Ingenieurschiff, ganz genau. Ja, okay. Da gab's so ein kurzes Bild, die, glaub ich, bei so Gewitter... Genau, und unterhalb von diesem, unterhalb von dieser Silhouette von dem Ingenieurschiff stehen. War mir doch so. Jetzt hätt ich das da gesehen. Das ist mir auch gefallen. Den Zusammenhang hab ich natürlich noch nicht geschnitten. Aber da denkt's mir jetzt halt auch... Ah, okay. Ja, ich, ja. Jan, sag du erst was. Ja, ich, ich, ich seh's, ich war, ich war ein bisschen überrascht, weil, ähm, ich hab auch ein bisschen was anderes, glaub ich, noch erwartet oder erhofft von, von Scott. Aber gut, das ist nur ein Trailer, ne? Das darf man nie vergessen. Ja, man weiß natürlich nicht. Aber es wirkt halt wieder eher wie so ein... Als hätte man alles wieder zu... Als hätte man jetzt alles beiseite geschoben. Aber ich hoffe mal nicht, weil sonst hätten sie doch nicht wieder ein Fassbänder mit der gleichen Rolle besetzt. Ich hoffe, dass es da irgendeinen Link oder auch eine logische Weiterführung noch zur Story, zur Prometheus gibt. Das hoffe ich natürlich. Weil muss es sonst, dann ist es auf dem Bauch. Sonst ist es ein einfacher, sonst ist es fast ein Remake von Alien, würd ich fast vermuten. Mit anderen optischen Effekten, vielleicht mit ein bisschen mehr Aliens. Aber, ja. Also, ich geb den natürlich... Ich guck den sowieso, ist klar. Aber, ähm, ich hoffe, er wird besser als der Trailer. Ja, das ist... Ich war eben... Ich weiß nicht, ob ich es toll finden soll. Das ist so... Ich freu mich ja drauf irgendwie. Aber das hab ich dieses Jahr schon ein paar Mal. Daniel, sollen wir ihn toll finden? Nee, ich find... Ich bin eigentlich überrascht. Äh, ich bin froh, oder beziehungsweise froh, dass ihr, äh, ihr skeptisch seid, sag ich mal so. Oder, ähm, das Ganze irgendwie in Frage stellt. Bei Prometheus war ich weniger skeptisch, lustigerweise. Da hat mir der Trailer schon richtig Spaß gemacht. Und, wie gesagt, der Film fand ich gar nicht so schlimm, wie viele andere. Aber, ähm, ja. Jetzt bin ich deutlich skeptischer. Vor allem, weil Ridley Scott die letzten Jahre dann vielleicht doch nicht, äh, ein Knaller nach dem anderen rausgehauen hat. Vielleicht hängt's damit auch zusammen. Ja, das hat er auch schon vor Prometheus nicht. Und das ist immer so... Richtig, ja. Das hab ich schon so oft gesagt, ja. Der hat vor Prometheus, hat der auch den ein oder anderen Schiffbruch gehabt, so. Beziehungsweise war auch schon mal der ein oder andere Film dabei, der entweder nicht so geil war, oder der sogar richtig abgewatscht wurde, wie jetzt G.I. Jane. Ja. Ja. Und dementsprechend war meine Erwartungen an Prometheus nie so hoch. Wirklich nie so hoch. Weil ich glaub ich auch noch irgendwie kurzzeitig den... Der war ja auch dieser Robin Hood, ich weiß nicht, kam der davor, kam der danach? Ah, mit Russell Crowe, ja. Ja, mit Russell Crowe. Ich glaub davor. Doch, der müsste davor gekommen sein. Der kam, glaub ich, kurz davor. Der war halt auch schon nicht geil. Nee, das stimmt. Nee, da hat man irgendwie versucht, so Gladiator jetzt mit Robin Hood zu machen, ne? Ja, so gefühlt. Es war ja auch Gladiator mit am Ende mit dem Strand. Oder keine Ahnung. Also, egal. Robin Hood war halt auch schon nicht cool. Und Prometheus, ich hab den Trailer gesehen und ich seh nur, wie dieses Raumschiff da rumrollt und dachte mir so, ja, Finale, danke. Wunderbar. Okay. Brauchen wir nicht mehr sehen, beziehungsweise jetzt erwarte ich erst mal gar nichts mehr. Und ich fand den aber letztendlich, fand ich den dann doch ganz cool. Aber halt wegen, ja, wegen eigentlich sehr wenigen Elementen, die aber ausgereicht haben, um meine Neugier auf einen weiteren Teil zu stärken oder beziehungsweise irgendwie zu rechtfertigen. Ich fand das mit den Architekten, ich fand das alles ziemlich cool, gerade am Anfang, wie der Typ da ins Wasser knallt und so. Ich fand die Optik teilweise cool, so vom Technischen her, diese Traumdeutungsmaschine da oder diese Traumvisualisierungsmaschine, die fand ich echt cool. oder auch halt, ja, keine Ahnung, die Viecher, die fand ich auch teilweise echt geil. Das Raumschiff fand ich, diese Probetos fand ich cool. Und ja, die verhalten sich alle dumm. Ja, diese Wissenschaftler, das war ja schon ein Running Gag. Ja, die verhalten sich alle dumm und das ist halt irgendwie auch merkwürdig. Ja, Lemminger. Ja, aber, ja, Lemminger ist halt, ich meine, auf der Gegenseite, die Marines in Aliens, sind jetzt auch nicht gerade die Helds. Sie kriegen gesagt, ey, ja, also ihnen wird befohlen, packt die Munition weg und bloß nicht das und das und das. Ja, und sie hören damit nicht drauf und ballern halt die Blöden da rum so. Oder, oder, nee, ist egal. Also Prometheus ist definitiv nicht einer der glanzvollsten Filme. Ja, aber trotzdem hat er genug gehabt, weswegen ich gesagt habe, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich möchte mehr wissen. Genau. Reden wir jetzt, dürfen wir über die Sachen reden, die wir gesehen haben in dieser Roadshow von 20th Century Fox? Ich sag nicht, soll ich jetzt ja sagen? Ich kann da, ich war ja nicht dabei, deswegen kann ich nicht sagen, was die Leute, die da gesagt haben oder nicht. Ich weiß nur von Marco, der ja auch bei uns schon zu Gast war, der hat in YouTube-Video halt Eindrücke geschildert und er hat zum Beispiel auch gesagt, ich glaube, ich weiß nicht, ob es bei Alien war, die haben, das kannst du jetzt bestätigen eventuell, ihr habt einzelne, nur einzelne Szenen gesehen, ihr habt nicht 20 Minuten am Stück wie bei Cure for Wellness gesehen, ne? Nein, den einzigen Film, den wir wirklich am Stück gesehen haben, das war Cure for Wellness. Genau, die ersten 20 Minuten soll das gewesen sein, ne? Genau, und bei Alien Covenant und deswegen, bevor ich jetzt irgendwas sage zu Alien Covenant, an alle, die jetzt hier zuhören mögen, was ich gesehen habe, war fernab von fertig. Da waren wirklich diverse, unfertige Szenen, egal ob es jetzt irgendwie das Color Grading war oder ob jetzt irgendwie die Bildschärfe noch nachgezogen wurde hier und da oder digitale Effekte waren teilweise noch nicht drin und man hat zum Beispiel auch irgendwie Sachen gesehen, die präpariert worden sind, damit sie halt dann als digitale Effekte irgendwie erscheinen und so weiter und so fort. Ja, also bitte, nicht falsch verstehen, es ist schwierig, diesen Film jetzt von vornherein zu beurteilen, aber es ist halt auch schwierig, den Film, also es ist genauso schwierig, den Film hoch zu jubeln, wie jetzt halt irgendwie zu verreisen, weil alles, was wir da gesehen haben, ist halt einfach nicht fertig gewesen. Deswegen ist es wahrscheinlich noch ein himmelweiter Unterschied zum fertigen Produkt. Ja, aber das, was ich da in diesen Szenen gesehen habe, ist im Prinzip der Trailer. Ja, und das macht mich ein bisschen stutzig. Also da sind natürlich noch ein paar Bilder extra so, aber vieles konnte ich mir jetzt schon anhand der Szenen zusammensetzen, die wir gesehen haben. Und das fand ich schon, das hat mir schon so ein bisschen flaues Gefühle im Magen bereitet. Und dann sehe ich halt eigentlich, ich sehe Prometheus 2, klar, aber ich sehe genau das Gleiche. Ich sehe ein Raumschiff, landet auf dem Planeten, die Menschen sind wahrscheinlich wieder dumm, infizieren sich und haben nichts Besseres zu tun, als die Infizierten, die halt schon irgendeine schwarze Gülle irgendwie aus dem Leib kotzen, mit ins Raumschiff zu nehmen und dort alle anderen irgendwie der Gefahr auszusetzen. Und da frage ich mich, wenn es darum geht, dass dieses Raumschiff aufbricht, um eben das Verschwinden von dem ersten Raumschiff, also der Prometheus, irgendwie zu ergründen und wenn es halt darum geht, dass man halt hier, wie heißt der David? Also Michael Fassbender? Ja, David. Ja, dass man den da findet. Warum macht man genau das Gleiche mit genau den gleichen Haufen von Amateuren nochmal? So. Da denke ich mir halt, hm, ne, es ist schon wieder ein bisschen zu viel von dem, was wir bereits schon gesehen haben. Und dann sehe ich halt, dann sehe ich halt die gesamten Bilder, ich sehe irgendwelche Kreaturen, die irgendwo rausplatzen, ich sehe Menschen, die durch irgendwelche Gänge dunklen Gänge rennen und so weiter und so fort und ich sehe, da gibt es so dieses eine Bild in dem Trailer, wo so eine, da sieht man glaube ich so eine Öffnung irgendwie von irgendwas, ich glaube aufgerissenes Metall und da tropft es halt so wirklich ganz brutal stark einfach runter. Als wäre es da halt irgendwie der glitschigste Planet auf Erden oder so. Also es ist kein Regen, sondern es ist einfach irgendwie Tauwasser oder irgendwie, keine Ahnung, halt so typisch Aliens-glitschig. Weißt du, was ich meine? Also David Fincher-glitschig. Ja. Ja. Wie bei dem dritten. Weißt du, der war ja auch sehr nass, der Film. Ja. Weil es da entweder permanent geregnet hat oder halt alles irgendwie so eingenässt war, dass es ständig irgendwo Rinnsaale runtergelaufen sind. Ja, es tropfte. Genau, es tropfte. Und so eine Hardcore-Tropf-Szene ist halt auch in dem Trailer drin. Und für mich wirkt es alles wie eine Fusion aus Aliens und Alien 3. Ja. Und was aber viel schlimmer ist, dadurch, dass das so auf dieser Trailer ja auch so auf diese, sag ich mal, Schockmomente und irgendwelche Kreaturmomente gemünzt ist. Leute werden zerfetzt und irgendwie, die stehen unter der Dusche und dann kommt dieser Schwanz da an und so. Da denke ich mir irgendwie, ey, da möchte wohl jetzt jemand gerade auf Biegen und Brechen beweisen, wer hier der Papa der Serie ist beziehungsweise wer hier noch immer den besten Alien-Film gemacht hat oder so. Weißt du? Dass man so wirklich sagt, also ich weiß nicht warum, also ich kann es mir auch nicht selbst erklären. Das ist natürlich von mir mehr aus meinem Inneren selbst als durch jetzt vielleicht die Bilder, die ich da gesehen habe. Aber für mich wirkt es halt wirklich so, als möchte Scott irgendwie allen Leuten so ein bisschen in die Luft abdrehen, die nach einem Alien-Film von Neil Blomkamp geschrien haben. Weißt du? Ja, es wirkte ja wirklich so, als hätte er ihnen so, geh mal weg, ich mach jetzt doch Alien. Genau. So wirkt es ja. Genau. Geh mal weg, Papa. Genau, lass dem Papa das machen. Naja, das ist eben genau die Angst, die ich da habe. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was du gesagt hast, Daniel, dass dabei eben tatsächlich trotz einem Buch von dem John Logan, der ja tolle Sachen geschrieben hat, aber das ist eben trotzdem eine, in den Köpfen eine Kopie werden wird. So, weil sie nicht anders können. Sie kommen aus ihrem, wir wollen's allen zeigen, Ding einfach nicht raus. So, wir brauchen jetzt nochmal alles so geil wie früher, aber nur mit neuer Optik und das hätte der, das hätten die sowieso alles irgendwie nicht hingekriegt. Ich hab ein bisschen Schiss davor, deswegen, ich weiß es nicht. Und ich hätte halt lieber gerne wie Prometheus, wo mal was Neues versucht wird oder es geht in eine neue, weitere Richtung. Und wenn sie da jetzt wirklich aufhören mit und wieder in Anführungsstrichen ein Remake von 1, 2, 3 machen, wär's halt schade. Ja. Ja, es wär halt wirklich schade, aber das ist das momentan, was mir der Trailer ziemlich sehr stark suggeriert. Ja, oder halt, wie er halt auf mich wirkt und das macht mir ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst. Auf der anderen Seite, ja, ey. Es ist natürlich Es ist auch noch ein bisschen früh. Es ist, ah, wie gesagt, ein bisschen früh. Wie gesagt, es waren Szenen, da waren Animationen dabei, die ich gesehen hab, die waren wirklich abgehackt. Ja, da ist das Ding wie so eine Zickzack, wie so ein Hase von links nach rechts im Bild gesprungen und weg war es so. Ja, oder halt eine Frau hatte halt wirklich so ein grünes, grünes Stoffding in der Hand gehabt und hat das so auf ihrem, also, weißt du, und hat das versucht so abzuwehren. Und dann hat man also wirklich, da konnte man halt sehen, dass das Ding halt noch überhaupt nicht auf dem endgültigen Stand ist. Naja. Wann kommt der denn raus? Das ist eigentlich, das ist Mai, glaube ich. Mai schon. Ja, also es dauert nicht mehr lang. Nee. Es dauert nicht mehr lang. Und ich bin, also, man muss halt da auch mal nochmal fair bleiben. Der Film wird es natürlich nicht schaffen. Oder beziehungsweise es ist zu viel verlangt von diesem Film zu erwarten. Ähm, dass er das Gefühl reproduziert, was ich beim ersten Alien hatte und was ich beim zweiten Alien hatte. Selbst beim dritten oder vierten. Das wird der auch nicht hinkriegen. Der wird, was er hinkriegen kann, ist, dass er mich im Jahr 2017 irgendwie auf dem Stand der Technik und vielleicht mit dem Gespür für die alten Filme ähm, ins neue Jahrtausend übertragen, ähm, überzeugen kann beziehungsweise begeistern kann. Das kann der Film schaffen. Ja, aber er wird halt nicht das schaffen, was die ersten beiden Filme geschafft haben. Was ich aber zusätzlich noch befürchte, ist, dass er uns dann wieder so, ähm, mit dieser Erwartung reinzieht und uns dann unverrichteter Dinge, ähm, sitzen lässt, weil, wenn ich mich richtig entsinne, ist es doch als Beginn für eine Trilogie geplant, oder? Also für drei Teile. Ja, ich glaube, es sollen noch drei Filme kommen. War das Prometheus nicht auch schon? Nein, aber das ist das, was ich, ne, das ist, ne, so, ähm, ich meine, es werden, das wäre der Anfang für drei, die jetzt da noch kommen sollen, und, ähm, erst ziehen sie uns hoch und dann, ähm, und dann lassen sie uns da sitzen. Äh, ich guck mal gerade, ähm, verschoben vom 24, vom, bup, 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 vom 24. August auf 19. Mai 2017. Vorgeschoben. Vorgezogen. Ey, Scott, ne, wie der das immer schafft, der rotzt, also, was heißt rotzt, der, der produziert wirklich einen Film nach dem anderen und man kann ja, man kann ja inhaltlich über die Filme sagen, was man will, ne, aber so von der, von der Technik her und vom Standard oder beziehungsweise von der Inszenierung her sind die ja alle einwandfrei. Ja, also, du kannst ja nicht sagen, dass die Filme schlecht gedreht sind oder so, ja, guck dir Marsianer an und dann kommt der dann direkt dann wieder nur noch ein Film um die Ecke so, hier den Exodus, Exodus, ne, ist wirklich kein Meilenstein, ja, also wirklich, hätte er sich auch klemmen können den Film so, aber der ist hochwertig gemacht, kannst nichts dran aussetzen so, ja, optisch ist der geil und das macht er halt mal eben in so, keine Ahnung, so nebenbei hab ich das Gefühl, ja, ich mein, der Mann ist irgendwie über 70. Das kommt auch noch hinzu, also wenn er noch drei Filme oder zwei Filme von Ecke machen will, dann toi toi toi, hoffen wir, dass er uns lange halten bleibt. Ich würde vorschlagen, war ich ja auch ganz gut, weil er ist gerade so, können wir zu Blade Runner, Taylor was sagen? Ich wollte gerade Daniel vorschlagen, weil es ja so schön zu Scott passt. Er darf ja über den neuen Johnny Cash Film nicht sprechen, er darf ihn noch nicht mehr erwähnen, aber er kann ja über die anderen drei, drei Filme, nee, zwei Filme noch, nee, War, jetzt sind es noch zwei, zwei noch, Planet of the Apes, ne? Genau. Aber dann sind es doch drei sogar, oder ne? Cure for Wellness und Blade Runner, oder habt ihr Blade Runner nix gesehen? Nee, Blade Runner haben wir nix gesehen. Ach so, okay, irgendwie hatte ich das so im, dachte ich, dass sie euch da auch schon ein bisschen was zeigen. Nein, nein, nein. Aber den Trailer haben wir ja alle gesehen. Ja. Der war doch okay, oder? Der war mehr als okay. Würde ich gerade sagen, teased nur halt. nennen Teaser. Ja, und der hat mich auch ganz gut gepackt, also von der Stimmung her. Ja, du, also Blade Runner, ähm, das wird schwierig. Ich hab den, ich muss, ich muss zugeben, ich muss wirklich zugeben, ich hab den, ich hab mir diesen Teaser noch nicht angeguckt, ähm, weil irgendwie hab ich so ein bisschen Angst davor, weil die Vorzeichen sind alle so großartig, ja, die sind so, die stehen, also da steht ja alles irgendwie, das ist ja topnotch, was, also auf allen Positionen, ja, ähm, weil, ja, es sind dieselben Kameraleute dabei, es ist derselbe, ähm, ähm, Komponist, der die Musik da irgendwie beisteuert, ähm, die halt schon mit Villeneuve, dem Regisseur, irgendwie diverse andere geile Filme jetzt gemacht haben, und gerade nach Arrival, in diesem Jahr, ähm, bin ich mir absolut sowas von zuversichtlich, dass, äh, Dennis Villeneuve einen geilen Science-Fiction-Film kreieren kann, es ist halt nur mal fucking Blade Runner, ähm, ja, da ist Pfeffer drin, da ist, ja, also ich, ich, wirklich, ich hab Angst zu sehr mich irgendwie, weil das ist, das ist alles, das klingt alles so geil, Ryan Gosling, Harrison Ford macht auch noch mit und so, ja, und dann kommt da noch wirklich noch echt ein cooler Typ nach dem anderen, dann stößt er nochmal so als Nebendarsteller dazu, und du hast dieses Komplettpersonal, was schon, keine Ahnung, einfach fast schon zu schön ist, um wahr zu sein, und ich, ich, ich hab Angst, den Film irgendwie für mich selbst zu hoch zu setzen, als er vielleicht am Ende dann ist, weißt du? Ja, also wie gesagt, der Teaser, das Schöne an diesem Teaser, es ist ein Teaser, er verrät nichts über die Story, er zeigt einfach nur ein paar nette Bilder und, ähm, gewisse Schauspieler und das war's dann auch, das, äh, funktioniert super, das funktioniert super, aber das ist meistens das Beste, ich guck mir auch manchmal mittlerweile schon gar keine, also den, den zweiten, dritten oder den dritten und vierten Trailer lass ich meistens schon weg, weil dann wird's dann doch zu viel Infos, die man bekommt. Ja, oder ich guck sie, oder ich guck sie nur einmal. Oder das, ja, dass man nicht wirklich jedes Detail analysiert, Bild für Bild Analyse des Trailers XY, was man ja auch gern bei Star Wars macht. Ja, nee, aber selbst bei dem, bei den letzten Rogue One Trailer, die hab ich dann, also wir haben dieses Reaktionsvideos gemacht, oder dieses Reaktionsvideo, oder zwei Stück oder so, ähm, und wir haben das geguckt und danach hab ich mir die auch nicht mehr angeguckt, wirklich, also gerade den letzten, den hab ich nur einmal gesehen, das war da bei Eddie zu Hause und dann hab ich mir den nicht nochmal angeguckt, so, und, ähm, ich find's, ich fand das auch gut, ja, also ich fand das wirklich gut, weil, äh, ich find's halt irgendwie bedenklich, gerade in den heutigen Zeiten, wo viele Trailer so viel präsentieren und wenn's auch nur für eine Millisekunde ist, wenn man zu viele Eindrücke und, und Sets und Szenen von einem Film irgendwie schon wahrnimmt, weißt du, das war so zum Beispiel bei Django Unchained, da hat mich das so geärgert, weil da haben sie ja wirklich aus jedem Setup, ja, haben sie ja mindestens eine Szene oder ein Bild in den Trailer reingepackt, es gab wirklich, aus jeder Szene gab's da ein Bild drin, so, oder aus jedem Setting, und das fand ich irgendwie ein bisschen schade, weil dann konnte der Film mich diesbezüglich halt kaum noch überraschen. Ja, das macht der Trailer zu Arrival deutlich besser. Ja. Ne? Wenn wir da mal ein schönes, anderes Beispiel nehmen, ja. Ja, zum Beispiel. Ähm, ich würd vorschlagen, ähm, die zwei Filme, die du noch gesehen hast, dass du da vielleicht zu jedem ein, zwei Sätze nur erzählst, ähm, Eindrücke, also ich bin, ich bin zum Beispiel ein großer Freund der Neuverfilmung der Planet der Affenfilme, ich kann nur immer die, äh, die Hände über den Kopf schlagen, wenn ich die deutschen Titel lese, dann denke ich mal, wer, wer, wer hat da zu viel geraucht? Ähm, aber okay, ähm, Andy Serkis als Caesar, da macht man nicht viel falsch, fand ich bisher in den ersten beiden Teilen, und ich bin mal auf deine Meinung, was du gesehen hast, ähm, von War for the Planet of the Apes. Ähm, ich muss echt sagen, ich bin richtig gut gehypt, denn, ähm, was wir gesehen haben, war geil. Ja, das war, ich meine, War for the Planet of the Apes ist natürlich, oder War of the Planet of the Apes ist natürlich irgendwie auch wieder so geil, ne, den hättest du eigentlich auch, äh, Apocalypse Now on the Planet of the Apes nennen können, weil das, okay, das, das, oder Rogue One. Nee, wirklich, ähm, so wie die das auch gesagt haben, ja, also wie sie es uns gezeigt haben, das war schon cool, hat aber auch einen negativen Aspekt gehabt, die haben uns so, ich glaube, drei oder vier Abschnitte aus dem Film gezeigt, und dazwischen, das war wohl, ähm, das war abgefilmt, oder das war halt eine Aufnahme von einem Showcase, der in Amerika stattgefunden hat, zusammen mit dem Regisseur, mit dem Christopher, nee, Matt Reeve, ist das der? Ja, genau, mit Chlorophyte, dann, ähm, oder ist das der? Ich meine, du hast recht, ich meine, es wäre Matt Reeve oder so, das war ein sehr kurzer Name, den habe ich nur letztens gelesen, der hat den zweiten auch gemacht. Genau, der den zweiten auch gemacht hat. Ähm, muss ich jetzt noch grad mal. Oder Matt Reeves, also Matt Reeve oder Matt Reeves, Reeves mit S, aber der Rest passte, genau, Chlorophyte, Let Me In, Planet of the Apes, ja. Genau, der ist nämlich, den halte ich nämlich, oh, das war, habt ihr das gehört? War ich das? Nee, ich glaube, das war der Jan, der, okay, Matt Reeves, genau, der, ähm, der saß, ähm, der saß halt da, der kam halt in dieses Kino rein und da war ein Moderator, der hat ihn halt dann immer dazwischen diesen Sequenzen halt interviewt und hat halt so Fragen irgendwie noch gestellt und, äh, und ich fand halt Matt Reeves, der hat cool geantwortet, keine Frage, aber der hat halt zu einem Zeitpunkt jetzt geantwortet, da will ich das gar nicht wissen, der hat echt den halben Film erzählt, ja, und er meinte halt noch, da kommt noch was, da kommt noch was und ich hab mich gefragt, wie soll da noch was kommen, Alter, du erzählst seit 10 Minuten die ganze Geschichte, ja, und, ähm, hat aber halt wirklich auch viel über die Dreharbeiten erzählt und das war halt immer, diese Szenen, das war halt wirklich cool, die haben uns die Szenen halt immer in so drei Abschnitte unterteilt, äh, gezeigt, ja, man sieht halt einmal die richtigen Darsteller mit ihren Mo-Cap-Anzügen und den Prothesen, die sie halt haben, ne, um halt die Affen darstellen zu können, dann sieht man die groben Grafiken, die sie halt draufpacken, also die Animationen und zum Schluss halt auch die finale Szene, wie es dann halt wirklich aussieht und, ähm, da gab's aber auch noch so ein paar Massengewusel-Szenen, kennt ihr in dem Trailer dieses Bild, wo die Kamera so über den Wald fährt und du siehst halt unten, wie die Menschen auf diesen Affenwald zustürmen? Ja, 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 diese Szene, das ist wohl direkt der Anfang des Films, ja, also das ist direkt der, die erste Szene mit, also das, der Einstieg mit dem Film, das haben sie uns erklärt, ähm, die haben wir zum Beispiel gesehen, wo halt noch echt die Affen halt alle, die sahen halt aus wie die Playstation-1-Grafik, so, ja, also halt, die waren halt so diese, diese Platzhalter und, und groben Animationen, wo der Affe hinlaufen soll, wo er hinfliegen soll und was weiß ich, und, so haben wir das unter anderem gesehen, zum Beispiel, oder halt dann auch wirklich Andy Serkis, wie er halt durchs Affenlager geht und dann halt, ähm, links und rechts seine zwei Adjutanten und die haben halt nur diese grauen Mo-Cap-Anzüge mit der Kamera direkt vor dem Gesicht, ne, und dann halt, Schnitt, irgendwie die Affen gucken ihn an, wieder Schnitt, und du siehst halt, wie Caesar und die Affen, äh, seine beiden Adjutanten als Affen halt da rumlaufen, und dann halt wirklich schon im fertigen Film und ehrlich, das sieht alles richtig, richtig gut aus, also das, das fertige Ding und den Aufwand, den die da betreiben, ist halt auch wieder geil, weil, und das hab ich schon beim zweiten Teil so zu schätzen gewusst, ich bin auch, wie Jan, ein riesengroßer Fan von den, ähm, beiden Filmen, ja, ich mag die halt wirklich, ich find, das sind so angenehme, ja, weiß ich nicht, angenehme Blockbuster-Spektakel, also entspannte Blockbuster-Spektakel. Ja, aber mit, mit, mit einer, mit einer Story, ne, ja, nicht wie Batman wie Superman oder so ein Grütze. Genau, und, und die Story ist vielleicht jetzt auch nicht tief oder neu oder sonst irgendwas, aber, die wird halt da erzählt und die erzählen das halt auch eigentlich relativ cool und integriert mit der ganzen Action und den Schauwerten, die sie da haben, so. Und jetzt bei dem dritten, ich glaub, das kann ich so sagen, also es geht halt, jetzt natürlich, wie man den, wie der Trailer suggeriert, ist der Krieg jetzt quasi schon, äh, im vollen Gange und, für Caesar geht's jetzt halt wohl, wirklich, Caesar macht jetzt den, den Willard, ja, der macht sich quasi auf eine Reise, um Woody Harrelson zu finden. Ja. Ja, warum er das machen will, weiß ich nicht, ja, ich weiß nur, das hat der Regisseur gesagt, dass er sich quasi auf die Reise macht, um Woody Harrelson zu finden. Ob er ihn umbringen will oder nicht, oder, oder, oder mit ihm einfach verhandeln will, oder keine Ahnung. Ich denke das Zweite, weil, weil Caesar war ja in den ersten beiden Teilen ja auch immer sehr menschfreundlich, logischerweise, man, wenn man gerade an den ersten noch zurückdenkt. Ja, ja, vielleicht will er wirklich, ist das so die letzte Chance vielleicht noch auf, ich sag mal, Frieden, oder er möchte ihm das Angebot machen, hey, komm, Koexistenz, und, und dann könnte das schief gehen, und dann hat man den Krieg, und dann ist der Film zu Ende. So könnte ich es mir vielleicht grob vorstellen. Ich, ja, ich glaube, es ist anders. Ich glaube, ähm, Caesar ist, äh, gebrochen. Ich glaube, Caesar ist jetzt richtig, weil es gibt eine Szene, die haben sie uns gezeigt, die will ich aber nicht verraten. Okay. Weil, das ist, äh, ein cooler Moment. Also, ich saß da wirklich in, in dem Kino und dachte so, oh, okay, Hammer. Ja, also ich glaube, ich glaube, sie, sie drehen Caesar um, und ich glaube, Caesar muss zurück zu dem Caesar finden, den wir bereits kennen. Ja. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht, ja, aber ich, also wie gesagt, es gab da, ähm, Momente und Phasen, das war halt nicht der gleiche Caesar, sagen wir es mal so. Ob das jetzt nur für den Moment war, oder ob das jetzt irgendwie wirklich die letztendliche Figur ist, mit der wir es zu Beginn des Filmes irgendwie zu tun bekommen, wie gesagt, kann ich nicht genau anhand dieser Szenen sagen, und wenn ich das sagen würde, wäre es auch scheiße. Ja. Nee, ist gut. Dementsprechend, das ist gut. Ja, ähm, ich freue mich drauf, es gab ein Bild, da habe ich gedacht, okay, hier geht Motion Capturing noch eine Stufe weiter, da gibt es so ein, so ein Bild, das sieht man glaube ich auch im Trailer, da ist so ein kleines Mädchen in so einem Bett und da hockt der Orang-Utan, der auch schon die ersten beiden Teile da war. Ich kann mich nur daran erinnern, dass das Mädchen hinten auf Huckepack beim Orang-Utan am Strand war, auf dem Pferd. Bett wüsste ich jetzt nicht genau, aber kann sein. Ich meine im Trailer, also das sieht man auch im Trailer, da liegt das Mädchen in so einem Bett und hält glaube ich so eine Puppe hoch oder so, oder der Orang-Utan hält ihr die Puppe hin, glaube ich, so ist es. Ey, und da siehst du eine Nahaufnahme von dem Affen, ne? Ja. Es ist wirklich Hammer, Hammer. Die kleinsten Hautfalten, jedes Lichtfeld und so weiter und so fort. Unglaublich, das Vieh sah fast lebensecht aus. Oder wenn es halt irgendwie, naja, was fast lebensecht ist, ist halt irgendwie fies, weil wir wissen ja alle, dass die aus dem Computer kommen, aber das sah wirklich verdammt, verdammt detailliert und fein und hochwertig und erstklassig aus. Also das war eine sehr, 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 sehr exzellente Technik, die man da sehen konnte. Also allein nur dieses eine Bild von dem Affen, wie er das Mädchen anguckt, den Kopf so neigt und so, wie das Licht auf das Fell gefallen ist, wie die Augen, wie die geglänzt haben so und dann sieht man halt und dann der krasse Umschnitt, dann haben sie halt die Schauspielerin gezeigt, die den Affen spielt und die halt einfach auf dem Bett des Mädchens kniet. Das ist also wirklich beeindruckend. Ich bin auf jeden Fall echt sehr gehypt, was bei den Affen. Kommt auf meine Most Wanted 2017-Liste. Ja. Sowieso, aber jetzt bin ich auch noch mehr gehypt. Ja. Und Cure for Wellness, ich versuch's mal so zu beschreiben, lässt sich eigentlich, also mein Ersteindruck, ich kann jetzt nur anhand von 20 Minuten sprechen, die ich gesehen habe und ich hab dir, der Film fängt an und wirklich hat's geschafft, Andi und ich, wir saßen, ja, bei dir, wir saßen, mein Kollege von Kino Plus, für die Leute, die es nicht wissen sollten, wir saßen da und gucken uns so nach, keine Ahnung, fünf Minuten drin, fünf, sieben Minuten so an und sagen, ey, ich bin drin. Ja, ich auch, auf jeden Fall. Möchte jetzt wissen, wie es weitergeht. Und der Film hat einen wirklich echt gut gehuckt und würde sagen, Ersteindruck ist Shutter Island in den Schweizer Alpen. Ja, an Shutter Island musste ich auch beim Trailer schon sofort denken, ja. Ja, pass auf. Und das war jetzt, das war für mich cool, was ich hab die ersten 20 Minuten gesehen und dachte mir so, hm, geht das vielleicht in die Richtung, geht das in die Richtung, ja, ja, okay, aber das ist auf jeden Fall, hier sind schon mal Parallelen und das kennt man schon hier so ein bisschen und, ja, aber reicht alles. Es ist schön gemacht, es ist schön in Szene gesetzt, es sind schöne Bilder. Dane DeHaan macht das auch cool hier, der Julian Glover, den seh ich sowieso gerne, heißt der so? Ja, hier der, der, der Vater von, der Vater Malfoy aus, aus Harry Potter, ist das der? Englische Schauspieler, ne? Ja, Jason Isaacs, Jason Isaacs. Ja, okay, Jason Isaacs. Hätte jetzt auch nicht gewusst. Ich komm nie auf den Namen, das ist echt so furchtbar. Und das sagt das Lexikon hier. Ja, aber, weißt du, ich seh den halt so gern. Der ist für mich einer der wenigen Gründe, sich den Roland Emmerich Patriot anzugucken, zum Beispiel. Okay. Weil der da so richtig schön assi ist. Ja. Und, und, wie gesagt, den sieht man da halt und nach den 20 Minuten, Andi und ich, oh, ja, ey, cool, hab ich Bock drauf. Ey, und dann zeigen sie uns den Trailer. Ja, und dann war es für mich eigentlich das Thema wieder erledigt. Ja, weil dann, also ich musste mir den Film eigentlich theoretisch nicht mehr angucken, weil jetzt weiß ich eigentlich schon alles. Ja, der, der zweite Trailer zeigt, zeigt sehr viel. Also, ähm, auch da wieder schwenkt so Marco, der sagte nur in seinem Stream, man sollte sich nur den ersten anschauen, weil man da nicht viel sieht, aber die, 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 die Stimmung einfängt. Und beim zweiten oder bei dem ersten richtig großen Trailer, da würde dann halt wirklich leider wieder, sehr viel gezeigt, ja. Ich hoffe trotzdem noch. Also, ich kenne den ersten Trailer nicht. Ich hatte den, den Film auch, muss ich ehrlich gesagt sagen, gar, also, gar nicht auf der Uhr. Du, ich auch nicht. Und dann kriege ich halt mit, ach, das ist der neue Gore-Webinski, okay, hm, ja, ich meine, wir wissen ja alle, Ring hat er auf jeden Fall gut gemacht. Genau, Horror, Gore-Webinski, Ring war super. Und, man kann sagen, was man will, ähm, gut inszeniert waren die Flucht der Karibiks auch. Also, wenn er jetzt, in Anführungszeichen, kleineres Thema anfasst, warum nicht, ne? Genau, und, aber ja, also, die haben uns halt diesen einen Trailer danach, im Anschluss dieser 20 Minuten gezeigt, und das fand ich halt total unglücklich, so, weil ich danach halt eigentlich keinen Bock mehr auf den Film hatte. Aber das liegt jetzt halt so an der Kombination aus diesen 20 Minuten, die ich schon kenne, wo ich dachte, ach geil, der Trailer fängt ja nur eigentlich fast nur mit diesen 20 Minuten an, das ist eigentlich ganz gut, aber dann kommt auf einmal bam, 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 eine Information nach der anderen, ein Bild nach dem anderen, ein Schauplatz, ein Setting und wie abgedreht das alles wird. Und ich denke mir so, ja, und ich denke mir so, ja, okay, es trifft halt dann auch alles zu. Es ist schade, dass dieser Film, oder dass, ja, fast einem keine Chance mehr gelassen wird, äh, dass einen dieser Film überraschen kann. Weißt du, was ich... Absolut. Wie gesagt, da haben wir ja letztes Jahr schon uns drüber aufgeregt, dieses Jahr mit Trailern wie von Terminator Genisys, die einen tollen Twist, der im Film cool rübergekommen wäre, schon im Trailer verbratet, ja, ist das Dummheit, der, oft ist es aber wohl auch oft die, die, die Werbeagenturen, beziehungsweise die, die dann wirklich auch das ganze Marketing machen, dass die dann das so und so wollen und ich weiß nicht, wie viel Mitspracherecht dann in dem Moment der Regisseur bei einem Trailer hat. Es ist manchmal echt ärgerlich, weil man dann doch, ähm, viele Überraschungen oder viele gute Sachen im Film halt nicht mehr so wahrnimmt, wie es vielleicht der Regisseur eigentlich, ähm, gewollt hat. Ja, ich weiß nicht, hatten wir nicht da vielleicht, hatten wir nicht da auch das letzte Mal drüber gesprochen, ähm, als ich bei den Leuten von Terminator 5 war? Ja, gut möglich, also, das ist das perfekte Beispiel, Terminator 5, also, Alan Taylor hatte da keinen Einfluss drauf, das hat, hat man dem halt auch wirklich angemerkt, beziehungsweise, das hat er ja noch später gesagt, er hatte keinen Einfluss auf den Trailer. und das ist doch schon, schon eine Frechheit, oder? Da wird etwas geschaffen von einem Regisseur, klar, für ein Studio und bla bla bla, und dann darf der noch nicht mal, in Anführungsstrichen, mitbestimmen, was im Trailer kommt. Also, ich glaube zum Beispiel einer, wie J.J. Abrams mit seinem Standing, ich glaube, der schneidet doch mehr oder weniger seinen Trailer selber oder sagt wenigstens, was rein soll. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die großen, Frage ist, ob er das Trailer-Schnitt recht bricht. Oder Dunkirk von Nolan, ich glaube nicht, dass den, dass Nolan da keinen Einfluss drauf hatte, was im Trailer zu sehen ist. Das kann ich mir nicht vorstellen, kann ich mir nicht vorstellen. Gut, es ist ja auch nichts zu sehen. Nee, viel zu sehen. Ja, aber das ist ja vielleicht gar nicht so dumm, obwohl eigentlich dadurch dann, also ich hab, lustigerweise, ich bin großer Neuenfreund und der Dunkirk-Trailer hat mich doch ein bisschen kalt gelassen, was ich sehr schade finde, weil das Thema finde ich super spannend, aber, ja, naja, aber. Ich verstehe es halt nicht, dass da jetzt so ein Brimborium gemacht wird. Ich hätte eigentlich, also, weißt du, es gibt ja, glaube ich, verschiedene Ansätze bei so einem Trailer, die man verfolgen muss oder kann, wenn es halt je nach Genre irgendwie geht, so, ne, aber bei einem Kriegsfilm, so, ja, ich weiß, er verfilmt, das ist die Evakuierung von Dünnkirchen, so. Ja. Man kennt das, das ist Geschichte, also, das ist jetzt halt, weißt du, Michael Bay, also, ich will das jetzt, das ist ein fieser Vergleich, ich will das auch bitte nicht als, als Parallel verstanden, also, bitte, ja, liebe Zuhörer da draußen, das klingt jetzt vielleicht harsch, was ich jetzt sage, aber das hat nichts miteinander zu tun, aber, so, Michael Bay geht ja auch nicht hin bei Pearl Harbor und, 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 zeigt nur wie, keine Ahnung, Ben Affleck und Kate Beckinsale an der, an der Ersatz-Titanik schaukeln, so, ja, sondern der geht ja auch hin und zeigt halt, okay, hier, ich gebe euch einen Eindruck davon, wie ich mir diesen Angriff vorstelle, wie ich es krachen lasse bei diesem Angriff und wie heftig das bei meinem Angriff irgendwie rüberkommt, so, ja, ich zeige euch nicht meinen kompletten Angriff, aber ich gebe euch zumindest einen Eindruck davon und mich interessiert bei, bei sowas wie Dunkirk, interessiert mich sowas eher, ja, ja, das Geschwurzel, was er da jetzt gemacht hat, dass es da wieder um menschliche Schicksale geht und so, ja, okay, äh, kein Thema, ja, äh, nehm ich hin, beziehungsweise, ich hab auch nichts anderes erwartet, ist ja, ist Usus so, seit James Ryan auch, ja, ähm, aber auch James Ryan, ich mein James Ryan, der hat, der hat ja auch im Trailer schon gezeigt, wie heftig das wird, ja, und trotzdem wurdest du, wurdest du von der Anfangsschlacht weggeblasen, weil es halt einfach nochmal zehn Stufen heftiger war, ja, deswegen, also ich verstehe halt den Ansatz bei Dunkirk, was er da verfolgt, beziehungsweise was die, was, keine Ahnung, das Studio oder Nolan, wer auch immer den Trailer geschnitten hat, äh, äh, was die da verfolgen, weil das, was ich jetzt gesehen hab, ja, hat mich jetzt nicht irgendwie, äh, großartig abgeholt. Nee, richtig, war ich halt auch überrascht, äh, ich war überrascht über meine Ernüchterung nach diesem Trailer, weil ich doch echt diesem Trailer entgegengefiebert bin, vor allem, weil die haben vorher mal so ein, so ein Teaser für den Trailer, glaub ich, gezeigt, wo man nur die Leute in dem Schiff sah, und dann hörte man nur einen Bomber oder einen Flieger ankommen, und dann war Schnitt, und dann war Schnitt, genau, als sie so den, das war besser, den Kopf einziehen, da war der Schnitt, da war schon, da war deutlich mehr Stimmung drin, als jetzt in dem Film. Atmosphäre, ja. Wenn es darum geht, dass Herr Nolan uns mit einer Schlacht, quasi, aus dem Kino fegen möchte, die wir bis dato nicht für möglich gehalten haben, nehme ich alles zurück, was ich eben gerade gesagt habe, aber momentan, ja, also, wir können ja nur vom Trailer aus ein bisschen das so einschätzen, wie wir, wie wir das empfinden, also, deswegen, also, wie du schon sagst, wenn, wenn der Film nachher der Meilenstein 2017 wird, gerne, unterschreibe ich, aber momentan sehe ich es noch nicht so ganz. Ich habe nichts gegen einen wirklich fantastischen Kriegsfilm, der einen irgendwie aus den Socken haut, beziehungsweise irgendwie, weiß ich nicht, tief bestürzt oder sonst irgendwas, bin ich der absolute Fan von. Ja. Jederzeit her damit so. So, Daniel, erstmal herzlichen Glückwunsch, du hast unseren News-Bereich gesprengt. Ich glaube, so lange haben wir noch die. Ja, die längsten News. Echt? Wir haben nur mit Hennes, wir haben nur mit Hennes, die längste vor, vor, das längste Vorgeplänkel gehabt von einer Stunde. Ja, das stimmt. Jetzt machen wir mit dir definitiv die längsten News in der Geschichte des Cinecasts. Das heißt, wir sind aber auf dem News ja schon am Ende. Wir, Hast du noch was? Willst du noch? Möchtest du noch ein bisschen? Äh, Nö. Also, mir fällt jetzt spontan nichts mehr ein. Wir könnten wahrscheinlich noch mal. Mit News ist es ja auch immer so, wenn jemand den Podcast, das ist ähnlich wie bei eurer Sendung, wobei, die meisten hören es dann zeitnah, aber wenn jemand den Podcast in drei Wochen oder so hört, dann sind die News schon wieder so ziemlich veraltet. Ja, aber halten wir trotzdem fest, Dunkirk will ich mir auf jeden Fall ansehen, hab ich, bin ich ja schon, also, den werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Klar, es ist ein Nolanfilm, keine Frage, das soll jetzt ja auch kein elitäres Gemecker sein. Den Cure for Wellness, den werde ich mir auch ansehen, weil ich hab trotzdem Interesse, ja, also ich möchte halt gucken, wenn der halt von der Stimmung her ist und von, wenn da ein paar coole Sachen dabei sind, äh, bin ich da auch. Äh, ich werde mir natürlich auch Alien angucken und Planete Affen und auch den Film, über den wir nicht reden werden, äh, So, ja, ich kann aber halt hier nur noch von ein paar Filmen abraten, die jetzt vielleicht auch Anfang des Jahres kommen, aber ansonsten, ähm, oder? Können wir gleich vielleicht machen im Review-Bereich, ähm, dann schließe ich. Wer ist denn jetzt möglich, mal eine kurze Unterbrechung zu machen? Natürlich, also, natürlich. Sonst mach du erst dein Päuschen, dann würde ich, äh, mit Henrik eben unser Gewinnspiel auflösen und wir verlosen noch schöne Rogue One Soundtracks, die können wir noch verlosen und dann machen wir an der Stelle einen Schnitt und warten, dann bist du wieder da bist. Okay, also macht ihr jetzt erst die Verlosung? Wir machen jetzt erst das Gewinnspiel auf und dann machen wir die Pause und wenn du wieder da bist, dann machen wir ganz normal weiter. Okay, dann verabschiede ich jetzt mal eben kurz, äh, und hol mein Essen rüber, denn ich hab noch nichts gegessen. Natürlich. Hau rein. Ich bin sofort wieder da. Bis gleich. Fünf Minuten oder so. Natürlich, kein Thema. Diese fünf Minuten werden wir, werden wir nutzen, um ein bisschen Inhalt aufzubereiten, äh, aufzuholen. Genau. Ähm, der noch übrig ist aus unserer letzten Folge, bei der wir uns erst mal ganz, ganz herzlich bedanken wollen bei euch für die rege Teilnahme. Da war wieder mal Rekord. Und wir, und ich will mich noch mal beim Hennes bedanken an dieser Stelle für die, ähm, dass er teilgenommen hat an unserer Folge und, äh, wir hatten großen Spaß an der Produktion, auch an der Produktion des Videos, da haben wir, hab ich wieder viel bei gelernt an der Stelle. Ja. Also, ich hab gemerkt, was ich nicht weiß. Audio klappt bei mir inzwischen halt ganz gut, aber die nächste Ebene, dann Video noch dazu zu kriegen, das war nochmal wieder neu. und, äh, wir haben zuallererst als großes Highlight, möchtest du es in der Reihenfolge machen, wie wir es in die Shownotes geschrieben haben, my friend? Wir können ja unten anfangen. Dann fangen wir unten an. Ne? Wir haben, ähm, ein kleines, äh, es gab ein Poster. Ein Poster zu dem Film Rogue One und ein, ein Block zum Schreiben mit einem Death Trooper drauf. Ja, und, äh, das war ganz cool und über diesen Preis darf sich jemand freuen und das ist Jan. Ich? Danke. Achso. Nicht, das ist Jan ausrufezeichen. Schade. Sondern das ist Jan. Nein, herzlichen Glückwunsch, der Preis geht an Dietmar Bartel. Herzlichen Glückwunsch. Lieber Dietmar, bitte schick uns deine Kontaktdatenadresse zu und dann macht das Ganze eine Reiserichtung dir. Deine Heimat. Genau. Wo auch immer die sein mag. Auf welchem Planet. Dann hatten wir ein zweites Fanpackage verlost, nämlich von unserem sehr geehrten Herrn Dr. Strange. Strange. Und, ähm, ja, das bestand aus einer Dr. Strange Figur und auch einem Teaserposter. Genau, wo man nur die Silhouette von ihm sah und ich meine, er war da in seinem Cape. Von hinten, glaube ich sogar, ne? Genau. Aber schickes Motiv. Guck nochmal. Sehr stylisch. Und dieser Preis geht an? An den Philipp, und zwar Philipp Krieg. Herzlichen Glückwunsch von uns an dich. Auch an dich, die Bitte, schick uns deine Kontaktdaten, damit wir das raushauen können. Genau, vielleicht sollten wir nochmal kurz die E-Mail-Adresse nennen, wohin die ihr... Ja. Nö, die findet ihr überall. Ja, würde man finden, aber... Also, ihr könnt die schicken an info at dercinecast.de oder info at der logenzuschlag ohne der .de oder jeweils Henrik oder Jan. Das kommt alles an. Jan Michael, oder? Jan minus Michael. Jan minus Michael. Jan gibt's glaube ich nicht. Genau. Jan minus Michael oder Henrik oder Henrik at dercinecast.de Dann geht das, kommt das alles an und wir werden das in die richtigen Wege leiten. Oh ja, und das dickste Stück war im wahrsten Sinne des Wortes war ein ein Boxen-Duo von Sachs und zwar Bluetooth-Boxen, die mit verschiedenen, also im wesentlichen Bluetooth, aber auch über verschiedene andere Anschlussmöglichkeiten verfügen und da könnten wir den Henrik noch begeistern, sein Autogramm darauf zu geben. Ja, wir auch. Wir haben es dann wieder abgewertet, unser Autogramm ist also auch noch drauf. Das macht es nicht so spannend. Und auch für die Boxen gibt es einen Gewinner oder eine Gewinnerin, Jan? In dem Fall eine Gewinnerin. Wir gratulieren liebe Maria Chabry, ich glaube, ich hoffe, ein Walbri, ich hoffe, man spricht es richtig aus, Maria Chabry, herzlichen Glückwunsch. An dich gehen die schicken Sachs-Boxen im Wert von über 200 Euro. Wir würden uns freuen, wenn auch du uns bitte einmal deine Adresse zukommen lässt, dann gehen die Boxen auf Reisen. Ja, noch einmal herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Wir freuen uns, dass ihr so zahlreich teilnehmen wolltet. Und wenn wir schon beim Gewinnspiel sind, dank Disney, wir bedanken uns recht herzlich, haben wir dreimal den Soundtrack zu Star Wars Rogue One zur Verfügung gestellt bekommen. Diesen verlosen wir in diesem Monat. Und was müsst ihr dazu machen? Im Grunde, wie auch beim letzten Mal, bitte die aktuelle Folge teilen, liken und einen Kommentar drunter lassen. Und seid ihr bei Facebook, Twitter oder theoretisch auch bei YouTube. Oder YouTube, ganz genau. Oder unsere Webseite, wenn ihr gar keine sozialen Medien nutzen möchtet, wollt. Wenn ihr sozial hinten dran seid, dann auch auf der Webseite. Genau. Super. Ja, also, da auch dieses Mal wieder ein schickes Gewinnspiel. Vielen Dank an Disney und natürlich auch noch mal vielen Dank an Sachs für die Unterstützung und Close-Up. Genau, klar. Doctor Strange, Rogue One, Gewinnspiele, alles von Close-Up. Richtig. Ja, ich glaube, ich habe es gerade rasch schon gehört, eventuell ist schon jemand wieder bei uns ins Auto eingestiegen. Es kaut, oder? Nein. Nein, noch nicht ganz. Nein, es kaut im Hintergrund. Wir kommen dann gleich zum Review-Part, den werden wir dieses Mal ein bisschen kürzer halten. Vor allem zwei aus diesem Review-Part oder sogar drei teilweise sind bei mir in den Top 5 gelandet. Ja, zwei. Also, wir sollten es vielleicht etwas kürzer halten. Genau, genau. Okay, dann machen wir eine kleine Pause und erwarten den Daniel zurück. Also, dann ... Ich habe eine bessere Idee. Ganz genau. Wir schicken schon mal den anderen Daniel ins Rennen. Genau. Denn Daniel war für uns mal wieder in einer Presseverführung und er hat uns eine Kritik dagelassen zu einem Film Gemeinsam wohnt man besser. Und die kriegt ihr jetzt aufs Ohr und danach hören wir uns alle wieder. Ganz genau. Also, bis gleich. Aujourd'hui, ça va, Saskia? Baguette, Croissant, Cappuccino. Scheiße, Cappuccino ist italienisch. Café au lait, Le Chat, Lafie, Sucre, Monsieur, Eclair. Willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Auslandskorrespondenten und seiner Mitreisenden, Saskia Thudium. Wir waren nicht in Frankreich, aber in einem französischen Film mit Untertiteln. Das Weiter reicht das Reisegeld des Sinecasts noch nicht. Das ist bei Patreon alles noch nicht weit genug, dass man da in den nötigen Proviant investieren könnte. Wir würden zu Fuß gehen überall hin auf der Welt, aber wir müssen auch fressen. Und deswegen zu viel. Lass da mal was springen. Ja, ein französischer Film mit Untertiteln. Helft mir doch mal. Gemeinsam wohnt man besser. Gemeinsam wohnt man besser. Das ist der deutsche Titel jetzt, aber. In französisch Tu get the... Ça va. Oui. Genau. Wir... Ich... Meine Zusammenfassung ist, am Anfang wusste ich nicht so recht, was ich mit dem Film anfangen soll und dachte dann auch noch mal ganz kurz, ah nicht, so ein Film. Und dann ist er mir ans Herz gewachsen. Also, wir waren halt mal wieder unformuliert, bevor wir reingegangen sind. Und bei dem Titel denkst du dir halt dann schon so, na, Honig im Topf. Ja. Honig im Kopf, meine ich natürlich. Man ist geschädigt. Genau. Oder Kainohasen. Und hat halt einfach nichts erwartet und dann geht man da so rein und... Also, wir haben uns hingesetzt und gesehen und ich hab schon gleich am Anfang gedacht, oh, da ist irgendwie... Es ist immer gut, wenn man ins Kino geht. Wir haben uns hingesetzt und haben gesehen. Gesehen, ja. Aber ich hab wirklich so, bei mir war es wirklich krass, weil ich hab wirklich so direkt so gedacht, oh, da ist irgendwie schön... Schöne Kulisse. Da hat so eine schöne Kulisse und ein schönes Setting irgendwie. Der war also so mit dem Bäcker und so und hat da gerade mit der Bäckerin gesprochen und so. Das fand ich irgendwie schon so, hm, okay, das war ein kranziger, gruntiger, alter Mann zu beginnen. Genau, es geht um einen Rentner, der mal Geburtshelfer war. In Paris. In Paris. Und der wohnt jetzt in einer doch recht geräumigen, luxuriösen Wohnung alleine und liegt da dann immer auf dem Sofa rum und guckt Fernsehen und macht die Vorhänge nie auf und ist aber trotzdem nett. Genau. Also auch da, wo man Interaktion sieht, wie gesagt, mit der Bäckerin oder so, der ist kein Miesepeter. Genau. Und das... Das ist halt alleine und traurig, weil man erfährt halt dann noch was über ihn. Ja. Aber erst mal, lass uns den Plot kurz erklären. Durch einen Zufall wird statt einer Haushaltshilfe eine... Studentin. an ihn, zu ihm geschickt, quasi, oder sie kommt zu ihm, weil er eine falsche Nummer angerufen hat und jetzt will sie bei ihm wohnen und er möchte das erst eigentlich nicht, weil das ja auch gar nicht das, was vorgesehen war, dann ist. Und dann geht das auch erst mal auseinander, aber dann durch, wie es in so Filmen, die Begebenheiten so wollen, nimmt er sie dann doch bei sich auf. Und das ist sogar eine sehr lustige Szene, muss ich sagen, wo ein paar Zufälle passieren und er dann sieht, wie sie in Schwierigkeiten ist und dann sagt, Mensch, das arme Mädchen auf der Straße, dann muss ich dir ja doch helfen. Ja. Und es bekommt ihm nicht ganz gut. Ja. Muss man sagen. Genau. Das war vielleicht so der erste Moment, bei dem ich dachte, oh, das könnte doch lustig werden, weil da ein paar Sachen passiert sind, die ich so nicht erwartet hatte. Ja. Und das war, na ja, auf jeden Fall, es geht dann weiter, dass noch andere Mitbewohner mit der Zeit in die Wohnung einziehen, die auch nochmal ihre eigenen Figuren sind. Ja, aber man muss davor sagen, weil er halt so nach und nach dann merkt, es ist eigentlich gar nicht so schlimm und er freut sich mit der Situation an, weil es ist schon ziemlich weit vorangeschritten, wo dann die anderen beiden eigentlich kommen. Und sie macht ihn auch mal ganz schön zwischendurch besoffen, damit er zustimmt, das andere einziehen und dann ist es so ein bisschen, er wollte es eigentlich gar nicht und dann lässt er es aber zu. Ja. Und das ist so ein Punkt an ihm als Figur, aber auch, was ich dem ganzen Film so anrechne, dass er Sachen dann am Ende doch immer geschehen lässt, ist so eine Stärke, weil es eben, wie gesagt, nicht der Grießkram ist, der immer gegen alles ist, sondern es ist eigentlich ein netter Mensch. Genau. Er muss sich aber immer überwinden, Neues in sein Leben zu lassen oder sich neuen Dingen zu öffnen oder auch mal Unbequemheiten einzugehen. Und dann ist er aber auch im Stande, sich daran zu gewöhnen und damit zu arrangieren, weil die anderen Mitbewohner, die nerven ihn ja unentwegt quasi den ganzen Tag. Ja. Die sind ja auch irre rücksichtslos und laut und einfach so schreckliche junge Menschen von heute, muss man ja sagen. Die viele es auch einfach nicht gelernt haben, wie man sich benimmt, ohne seine Mitmenschen zu stören. Und er, ihn stört das, aber er Er lässt es über sich ja gehen. Also gerade vor allem am Anfang ist er ja noch so ein bisschen hin und her gerissen und so, aber über den Laufe der Zeit findet er es halt gut. Und er ist auch nicht, genau, er ist nicht böse drüber. Sondern er macht so, er macht halt so ein paar fiese Witze oder so darüber und lebt mit der Situation und findet es aber auch angenehm. Also das sieht man ihm an. Es entsteht auch direkt so eine Dynamik dadurch, und da steckt ja auch so ein bisschen Gesellschaftskritik mit drin, dass diese auch schon Älteren, also das sind ja Studenten und der eine ist ja gar kein Student, der eine Mitbewohner, sondern Anwalt, genau Anwalt, frischer Anwalt, der aber von seiner Frau verlassen wurde und jetzt auch sein Kind deswegen nicht mehr so oft sehen kann. Ja. Aber auch er, auch immer noch als junger Erwachsener, die sind alle immer noch wie Kinder, die sind alle noch gar nicht so erwachsen. und die sind auch alle gar nicht so reif, wie sie glauben. Ja. Und das merkt man halt, dass da so eine Familiendynamik auf einmal entsteht, wo er der Vater ist. Ja, genau. Und die anderen Erwachsenen eigentlich die Kinder und trotzdem ist das nicht unglaubwürdig in dem Moment immer. Nee, eher rührend. Ja. Es ist eher, also es ist wirklich, man kann es wirklich auch sagen, der Film ist einfach voll herzerwärmend und so ein Feelgood-Movie, aber nicht so ein Hollywood-Feelgood-Movie, sondern einfach wirklich so auf dem Boden geblieben. Ja, es wird nie melodramatisch. Ja. Also, oder melodramatisch, um es nochmal, habe ich es ganz komisch gesagt. Es gibt immer wieder ja Streitigkeiten oder auch die beiden weiblichen Mitbewohnerinnen, ganz am Anfang denkt man, die zicken sich nur an und die streiten sich da und die kommen sich niemals miteinander aus. Ja. Aber dann ist es eigentlich auch wie im echten Leben, nee, das ist nur denen ihr, das sind halt diese Charaktere. Genau. Und das ist nur denen ihr Kennenlernprozess. Ja. Und dann sind die auch nach relativ kurzer Zeit fast schon beste Freundinnen und das ist noch, das fühlt sich aber ganz normal und natürlich an, weil dieser Film macht nicht aus jedem ganz normalen Alltagsstreit und aus jeder noch so normalen Reiberei zwischen Leuten oder wo man auch einfach nicht kompatibel ist, weil es eben verschiedene Charaktere sind, der macht ja nicht direkt einen kompletten Spannungsbogen draus oder der macht ja nicht die halbe Filmhandlung draus, sondern das wird dann genauso nüchtern wie im echten Leben irgendwo abgehakt und dann geht's weiter und dann passieren wieder andere Sachen und man vergibt einander und man nimmt auch nicht alles immer so wichtig. Man interpretiert auch nicht selber in jeden Scheiß immer so viel rein als Betroffener. Man macht's vielleicht so innerlich, weil man einfach von anderen Filmen sowas gewohnt ist. Als Zuschauer. Genau, genau. Aber die Figuren machen das nicht. Genau, ach so, ja, genau. Als Zuschauer. Das meine ich, habe ich gerade gedacht, dass du das meinst. Weil wirklich, das ist so, als Zuschauer denkst du manchmal, oh Gott, wird daraus jetzt wieder irgendwas gebaut und so und aber es ist nicht so und es ist total angenehm. Und ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn es dann nicht so war. Und dann einfach die nächste Szene kam und man hat aber trotzdem gemerkt, dass was vorher passiert ist, das war nicht sinnlos, das hat eine Entwicklung reingebracht. Genau, eine Entwicklung, aber in dem Film halt ins Positive meistens. Aber das war jetzt nicht dann auf einmal ein Riesenthema, das über die gesamte Handlung breitgetreten wurde und irgendeine totale Dramatik entwickelt, die da gar nicht drinsteckt eigentlich. Sondern die Situation ist sogar besser geworden. Also es gab dann immer immer mal wieder eine kleine Auseinandersetzung oder mal eine größere auch, gab es auch zwischendurch. Und danach wurde es aber halt immer besser für die ganze Gemeinschaft halt. Und es war einfach schön, schön anzugucken so. Und das ist echt eine große Stärke, weil es den Film auch so viel besser macht als die so gut wie alle deutschen populären Komödien des deutschen Mainstream-Kinos. Man muss sie nicht beim Namen nennen, man weiß, wer gemeint ist. Auch gewisse amerikanische Komödien immer nach demselben Schema ablaufen. Da hat der Film wirklich vieles sehr viel besser gemacht und genau in die Kerben geschlagen, was man sich dann bei den anderen Filmen auch häufiger wünschen. Würde. Und dazu kommt auch so ein bisschen, dass diese Figuren an sich auch interessant waren und man die alle auch mit der Zeit mochte. Ja, genau. Weil am Anfang hat man auch so ein bisschen Antipathie gegenüber vor allem dem Anwalt, weil er so ein Riesenbaby ist. Also ich habe mich auch von der Frau, die als erstes einzieht, von der Studentin, am Anfang genervt gefühlt. Echt? Ich fand die von Anfang an cool. Ja, cool schon, aber dieses Dauergerede und sowas. Ja, stimmt. Und diese totale Unbeholfenheit. Das hat mich schon genervt, aber das sollte es ja in dem Moment auch. Ja, genau. Also ich habe mich dann fast schon wie der alte Mann gefühlt und habe mit ihm mitgefühlt. Ja, ja. Also das ist, ja, das ist ziemlich gut rübergebracht. Also wirklich so die Charakterentwicklung an sich, obwohl es sogar auch nur ein anderthalb Stunden Film ist. Also auch keine übertriebene Überlänge oder sonstiges. Aber trotzdem richtig gute Charakterentwicklung, muss man wirklich sagen. Also überraschend gut. So etwas kennt man heutzutage fast nur noch aus Serien. Ja, das stimmt. Und ich hatte auch das Gefühl, ich hätte auch noch ewig weitergucken können. Ja, ja. Bis auf eine Stelle, die haben wir beide schon im Vorfeld kritisiert. Die wirkte halt so wie diese Es muss jetzt noch mal was Krasses passieren, um die Wege zu trennen. Was aber wiederum total irrelevant am Ende wirkte, weil Das findet in einem Szenario statt, das auch für den Film ein bisschen zu übertrieben und albern war. So Slapstick-mäßig war es dann an der Stelle. Es war, ich sag mal so, es war kein Einbruch, aber es hat schon die Dimensionen von so einer Aktion. Also so eine ganz komische Aktion machen die Figuren auf einmal, was so in den restlichen Filmen gar nicht reinpasst. Es wirkt so, als hätte man versucht, das Happy End ein bisschen abzuschwächen. Also um so mitzuteilen, das kann nicht ewig so weitergehen, aber es soll auch nicht bösartig enden. Ich glaube auch das ist das, was sich die Filmemacher dabei gedacht haben. Genau was du eben meintest. Eigentlich kann das auf Dauer nicht funktionieren, weil es sind nun mal irgendwie vier Erwachsene, sehr unterschiedliche Leute, die keine Familie sind. Sie sind ja auch alle welche, das ist mir auch jetzt erst so richtig bewusst geworden, die niemanden haben, aber sich schon danach sehen. Die treffendste Bezeichnung. Was mich auch sehr, was ich sehr angenehm fand, der Film hat nicht diesen typischen Hollywood-Look und auch nicht diesen typischen deutschen Komödien-Look, diesen Ikea-Bürkenstock-Look. Ah, diesen typischen französischen Look halt. Also er ist auch so ziemlich beste Freunde oder so, wer das gesehen hat. Er hat oder LOL. Einerseits so ein bisschen eine Ästhetik von einer Fernseh-Soap in der Hinsicht, wie die Schärfentiefe sehr großzügig ist, dass immer alles sehr, die Figuren immer alle sehr klar und komplett scharf überall sind und auch die Zimmer immer bis in den letzten Winkel oft noch sehr scharf dargestellt werden. Dadurch erinnert es ein bisschen ans Fernsehen, aber dann noch wieder nicht, weil die Beleuchtung, die natürlichen Farben, die mal nicht irgendwie zu Tode gecolorgradet wurden und die Wahl der Bildausschnitte wieder so filmisch waren, dass ich da wirklich auch zwischendurch dachte, er ist aber schon ein guter Kameramann. Es gab auch Momente und deshalb kriegt man dann, wenn man nicht wirklich drauf achtet, teilweise gar nicht mit, weil es so nahtlos passiert. Ganz lange Master Shirts, wo gar kein Schnitt ist, wo die sich durch die Wohnungen bewegen und die Schärfe immer perfekt nachgezogen wird mit richtigen schnellen Schwenks, wo aber auch kein Schnitt zumindest erkennbar war, wo du das gar nicht so mitkriegst, weil wirklich mit der Schärfe so super gearbeitet wird und die Schauspieler spielen das natürlich dann auch toll, alles an einem Stück durch und man kommt kaum dazu, die Schauspieler lobend zu erwähnen, weil du hast das Gefühl gehabt, du hast halt echte Figuren gesehen. Ja, das stimmt. Das ist wirklich verrückt so, dass man das gar nicht sagt oder erwähnt, weil es wirklich einfach so gut war. Das Merkwürdige ist, also ich würde den Film jedem empfehlen, der sich irgendwie die Beschreibung durchliest, den Filmtitel sieht und denkt, das könnte mal sein, was mich interessiert oder da habe ich Lust drauf. Ich würde auch sagen, jeder, der jetzt neugierig ist oder der mich jetzt fragen würde, kann man ihn gucken, würde ich sagen, ja, ja, guck den auf jeden Fall, der wird dir wahrscheinlich gefallen und das ist einfach wie gesagt, feel-good-Film. Ja. Trotzdem muss ich sagen, es ist auch noch ein ganzes Stück von einem Must-See weg. Ja. Ja. Und das ist komisch, weil er macht eigentlich so viel so richtig und so viel richtiger als andere Filme. Ja, weil ich glaube, es liegt aber halt einfach daran, weil er so seicht ist. Ja, genau. Weil, ähm, das ist das Seichte. Weil es gibt auch viele Leute, die gesagt haben, ziemlich beste Freunde ist ein Must-See, aber das würde ich halt auch nicht sagen. Er ist, also ich würde auch jedem sagen, der mich fragt, guck den auf jeden Fall, der ist wirklich gut, weil ich habe mich auch lange dagegen gewehrt, also gewehrt in Anführungsstrichen, aber, ähm, aber er ist halt einfach seicht und, und es ist jetzt nicht so krass, übelste Traumatik und was weiß ich denn so, weil mir fällt jetzt gerade einfach nur so als blödes Beispiel Blue Valentine ein, äh, weil er auch so, so, ähm, realitätsnah gefilmt ist und da würde ich zum Beispiel sagen, dass es eher ein Must-See, weil er einfach so, ich finde, er ist halt richtig, der ist einfach sehr intensiv, der Film, also, ähm, ich glaube, das ist einfach, also das tut mir eigentlich voll leid für den Film, weil, nur weil er halt eher so in die leichte Richtung geht. Aber ich glaube, das muss es nicht, weil es gibt ja, ähm, Tage, wo man einfach genau so einen Film sehen will und dann ist es genau der richtige und dann würde man auch einen anderen Film nicht gucken wollen, der vielleicht noch einen höheren Anspruch irgendwie stellt oder so und deswegen, ähm, so ein Film, wenn er, wenn er so gut ist, hat er da total seine Daseinsberechtigung und auch seine, ähm, einfach Zeit, Absolut, wo man dann richtig Lust darauf hat und, ähm, dann ist es einfach schön, wenn es da auch mal einen guten gibt, den man mal wieder empfehlen kann und nicht so einen, ja, guck den mal vor dich hin oder, ja, kann man gucken, so, ne? Guck den mal neben YouTube-Videos. Ja, ja. Ich muss auch noch eine Sache sagen, ich hab am Anfang gedacht, das ist eine Komödie. Im Nachhinein würde ich sagen, ich hab oft gelacht und herzhaft gelacht und fand vieles richtig lustig, hab nicht das Gefühl, sowas, was man normal als Komödie bezeichnet, gesehen zu haben, weil er halt so viele andere Stärken hat, aber auch, weil, und das fand ich sehr cool, er hat nicht auf Teufel komm raus immer versucht, auf lustig zu machen. Nee, sondern einfach situationskomisch. Richtig. Und eben den Sarkasmus und Zynismus der Figuren einfach aufgeholt. Aber du hattest halt nie das Gefühl, dass irgendein Dialog oder irgendwas, was in dem Film passiert ist, nur dafür da war, weil es ein Witz war, nur um ein Witz zu sein. Ja. Und das ist mir besonders aufgefallen bei dem Anwalt, bei dem männlichen Mitbewohner, der hat immer so komische Tics, dass der sein Gesicht ein bisschen manchmal zuckt und manche Leute haben das ja, ich kenne sogar. Ja, die Brille zieht er hoch mit der Nase. Oder er macht so mit seinen Fingern so komische Sachen und der ist auch manchmal ein bisschen awkward. Ja. Aber das ist halt einfach, so ist er und das gehört zu seiner Person dazu und ich kenne auch im echten Leben, wie gesagt, Leute, die das genau so machen und da fällt einem das mit der Zeit auch gar nicht mehr auf. Ja. Stimmt, ist am Ende auch nicht mehr auf. Der Film hat das auch genauso behandelt. Der hat das nie so oder vielleicht nur ganz selten mal nuanciert irgendwie in den Mittelpunkt gerückt. Oder guck mal, in einem Standard-Hollywood-Comedien-Film hätte es ganze Szenen gegeben, die nur mit der Kamera auf diese Sachen geachtet hätten, wo der ganze Witz und die ganze Szene nur, der ganze Inhalt nur auf diesen lustigen Gesichtszuckungen aufbaut. Und hier war das einfach ein ganz normaler Tick von diesem Typen und das hat weder groß eine Beachtung gefunden, noch ist es groß thematisiert worden, noch hat man das Gefühl gehabt, der Film hätte das irgendwie jetzt noch humoristisch versucht, in den Vordergrund zu rücken. Das macht den so sympathisch. Das muss man einfach sagen. Ich meine, gerade Leute, die sagen, eigentlich mag ich so seichtere Filme durchaus mal oder ich mag Sachen, die lustig, aber nicht albern sind, die trotzdem auch noch versuchen, irgendwie ein guter Film zu sein. Natürlich in gewisser Weise überzogen, aber es ist trotzdem, sie könnten rein durch wirklich auch so existieren. Trotzdem. Sie haben es geschafft, das lebendig und glaubhaft zu machen. Genau. Und gerade Leute, die sagen, ich mag ja eigentlich sowas, nur das, was mir meistens geboten wird im Kino an Komödien, das ist immer das Gleiche, das gefällt mir nicht, das sieht ja auch irgendwie immer komisch aus mit diesen komischen Ikea-Katalogs-Farben und Birkenstock-Sonnenuntergang mit Wollhemd. Das ist jetzt mal eine Chance zu zeigen. Birkenstock-Sonnenuntergang? Ja, ich hab da mal alles reingepackt, was mir so in Assoziationen einfällt. Das ist zumindest ein Film, der den Versuch wert ist. Ja. Der auf jeden Fall anders ist als das, was man sonst so an Massenware bekommt und darum Wir zählen auf euch. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Saskia. Au revoir. Au revoir, Saskia. Au revoir. Au revoir. Ja, gemeinsam wurde man besser. Ganz genau. Wie der Daniel wieder. Vielen Dank, Daniel. Da hab ich einen Ansichtslink zu bekommen. Werde ich mir jetzt auch mal angucken. Ja, mach mal. Also, hätte ich mir sowieso angeguckt, aber klang jetzt alles ganz sympathisch. In die Liga muss ich erst nur einsteigen. Ansichtslink krieg ich bei Beyond the Bridge hab ich bekommen. Gut. War etwas. Beyond the Bridge. Bitte? Ich mein, den Ansichtslink zu Beyond the Bridge hab ich auch bekommen. Der Regisseur war ja auch bei uns zu Gast. Bei uns auch. Bei uns auch. Daniel Pesek war auch bei uns. Der macht jetzt übrigens, ich stehe noch ein bisschen in Kontakt mit ihm, der macht jetzt eine Art Pen & Paper online. Okay. Soll jetzt irgendwann jetzt, er hat mal gesagt vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten, vor ein paar Monaten schon, irgendwie Ende des Jahres, aber ich hab jetzt auch lange nichts mehr gehört, ich müsste ihn nur mal fragen, wann das, oder wie er das überhaupt released, ich hab keine Ahnung, aber sowas, so ein Pen & Paper Format macht er da jetzt irgendwie. Da bin ich mal gespannt. Okay, kommen wir zu unserem Review Part, den halten wir, wie wir schon angekündigt haben, ein bisschen kürzer und diesmal würde ich vorschlagen, dann kann Daniel noch kurz entspannen. Henrik, was hast du zuletzt gesehen? Du bist ja, jetzt lässt du mich natürlich voll reinlaufen. Was soll ich? Ja, weil wir haben, weil wir gesagt haben, wir werden die, die bei uns in den Top 5 gelandet sind, dann hier nicht oder nur kurz besprechen, da wir über beide, die bei mir hier noch drinstehen, noch gar nicht gesprochen haben, reiche ich die Karte direkt an dich weiter. Alles klar. Weil du hast da was stehen, was wirklich hier hinpasst. Ich habe zweimal Office Christmas Party gesehen. Den hast du gleich zweimal gesehen. Ja, ich hatte Langeweile. Ja, du bist aber auch wirklich von nix fies, ne? Ey, ganz ehrlich, ich mag Jason Bateman, ich fand auch ihn in einer ganz anderen Rolle wie in The Gift geil. Ich war auch am überlegen, ob The Gift in meine Top 5 kommt, aber Alifa offiziell glaube ich 2015 sogar. Keine Ahnung. Also von daher, aber den fand ich cooler Film, weil man da auch nach diskutieren kann. Aber Christmas Party, ich fand den vom Cast ganz cool. Ich mag, ich mochte Project X und das ist so ein bisschen so eine Light-Version mit einer Party halt im Office-Gebäude und paar skurrilen Szenen mit dem Typen von Hot Tub Time Machine. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen, hier hat er einen Glatzkopf. Auf Cordray. Ja, den finde ich manchmal auch so skurril. Und natürlich hier mit unserer einzig, vielleicht halbwegs vernünftigen Ghostbusters-Jägerin, die ein bisschen überrascht hat. Die fand ich halt auch sehr cool, obwohl die Rolle nicht sehr sexy war. Aber ansonsten fand ich den Film ganz okay. Mein Gott, das ist ein lustiger Weihnachtsfilm, wo es um eine Weihnachtsfeier geht. Hey, was erwartest du da? Ja, aber ich hatte doch, ich hatte meinen Spaß. Ich sag mal so, ich finde ja den Dings hier, den ganz geil, diesen TJ Miller, der ist ja schon ganz cool. Der war ja in Deadpool auch ganz witzig. Vorher kannte ich den gar nicht. Ja, genau, richtig. Bei Deadpool war er der Sidekick, ja. Aber dann habe ich halt gesehen, dass Jennifer Aniston mitspielt. Dann hatte ich den Film schon wieder für mich erledigt gehabt. Er lacht aber zum Glück nicht viel. Naja, aber du hast jetzt vorhin irgendwie Project X, sag ich mal, als Vergleich herangezogen. Ja. Project X ist noch ein wesentlich hemmungsloserer Film als Office Christmas Party. Also ich finde, Office Christmas Party ist halt auch wieder so, der ist so möchte gern derb, beziehungsweise so derb mit angezogener Handbremse. oder so, also ähm. Ja, 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 klar, aber gerade wenn wir jetzt mal bei Weihnachten sind und was hatten wir noch dieses Jahr? Bad Santa 2, der leider richtig nicht gut war. Da fand ich Office Christmas Party deutlich unterhaltsamer. Ja. Also ich sage ja nicht, dass das ein Meilenstein ist. Ich habe ihn aber gesehen und ich fand ihn halt ganz cool. Es ist leichte Kost, Unterhaltung. Hätte mir auch keiner geglaubt. Meilenstein, nee. Dann habe ich einen Film gesehen aus der Konserve mehr oder weniger. Der ist jetzt frisch auf Blu-ray erschienen oder auf DVD ab dem 2.12. Nämlich den Film Camino. In der Hauptrolle eine unsere bekannte Zoe Bell, die man aus, wie ich vorhin gelernt habe, in jedem Tarantino-Film gesehen hat. Ja, nicht in jedem, glaube ich, aber viele. Also bei Kill Bill weiß ich es wohl auch noch. und HL und die. HL8, ja. Und in den, ähm, hier, äh, was war denn das? Äh, sag doch mal schnell, wieso komme ich denn jetzt nicht drauf? Hier dieser Zweiteiler, ähm, Death Proof. Ach so, ja, ja, ja. Da war ich sie auch dabei und so. In Death Proof spielt sie ja eine der Hauptrollen. Genau. Also, also sie ist schon, ähm, genau, in der Derben. So ein bisschen der gefühlte, der gefühlt weibliche Fandam. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich weiß, sie wird nicht von Schall synchronisiert, ich weiß. Ja, stimmt. Also, vor Fandam gab es ja eigentlich schon eine weibliche Fandam. Ja, wie meinst du denn? Äh, Cynthia Rothrock. Okay, ja. Und rein so, ich hätte ja immer gedacht, dass, ähm, hier die Michelle Rodriguez irgendwann mal in diese Richtung geht. Die wicke auch immer, wie so eine Kampffrau. Die hat es ja, die hat es ja erstaunlicherweise dann doch relativ gut gepackt, ne? Man muss jetzt mal bedenken, wo die mitgespielt hat. Die hat im erfolgreichsten Film aller Zeiten mitgespielt und im dritten oder fünften erfolgreichsten Film aller Zeiten. Daniel, wie hieß denn nochmal dieser erfolgreichste Film aller Zeiten? Äh, weiß nicht, hab ich vergessen. Ich glaub, Titanic war es. Der mit dem Schlumpf tanzt. Ja, genau. Im Alten. Richtig. Ähm, ja, ich wollte ja nur kurz was eigentlich über Camino erzählen. Es ist halt ein Thriller im Dschungel von Kolumbien, wo sie eine Fotografin spielt, die leider dummerweise aus ihrer Sicht was Falsches fotografiert, was sie hätte nicht fotografieren dürfen. Wonach dann äh, man natürlich Jagd auf sie nimmt, um sie versuchen, und man versucht sie halt auszuschalten und dabei geht's halt auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen derber zur Sache. Also, da gibt's schon ein paar richtig heftige Zweikämpfe zwischen ihr und, äh, anderen Leuten und es ist halt ein, ähm, ja, netter Actionfilm für, für zu Hause, aber haben wir vorher im Vorgespräch schon mal gesprochen, äh, das ist schon verständlich, warum es geht Richtung B-Movie, klar, absolut, ähm, wobei man da ja auch jetzt, es ist ein, es spielt in so einem Wald, Special Effects brauchst du ja nicht, ist kein Apokalypse now, es ist, es ist, ähm, nette Action, wo ich ein bisschen überrascht war über diesen, über den Gewaltgrad, weil er doch relativ hoch war, ähm, aber wo ich jetzt gelernt hab durch euch, ist das wohl bei ihr ein normaler Bestandteil ihres Schaffens. Man muss ja dazu auch noch sagen, Zoe Bell, ne, okay, die hat ihre Tarantino-Einsätze gehabt, aber alles darüber hinaus, ne, also ich mein, irgendwo muss sie natürlich auch ihre Miete bezahlen, beziehungsweise kann sich die Rollen jetzt nicht unbedingt so aussuchen, wie sie es wahrscheinlich gern hätte, äh, als gelernte Stuntfrau, und die hat halt wirklich ziemlich, ziemlich viele, oder bisher viele B- und C-Filmklopper halt abgedreht, so, ne, auch parallel zu den Tarantino-Filmen. unter anderem, wenn mich nicht alles täuscht, hat die, äh, so eine C-Film-Antwort auf Expendables in weiblich gemacht. Ah, ich glaub, da hab ich sogar mal was von gehört, ja, guck mal, da ist, glaub ich, auch Brigitte Nielsen dabei, und keine Ahnung, ja, also, ähm, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber den wollt ich mir auch unbedingt nochmal ansehen, weil der kann eigentlich nur herrlich scheiße sein. Also, wer Spaß, ähm, ähm, aber auch, oder wer, wer Interesse an sowas hat, ähm, etwas härtere Gangart, Einzel, so, ist ja das typische Thema, einer gegen alle, wer da an sowas Spaß hat, kann gerne mal in Camino reinschauen, ja. Was mich interessiert, äh, war jetzt Camino, ähm, du hast gesagt, sie ist Fotografin oder Reporterin oder sowas, ne? Fotojournalistin, ja, 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 genau. Fotojournalistin. Die Kriegsbegleiterin oder, ich weiß nicht. Genau. Und wenn sie jetzt gejagt wird, wird es dann hart, weil irgendwie, keine Ahnung, wie sie mit Leuten quasi umgeht, oder wird es hart, äh, weil man parallel dazu irgendwie sieht, wie hart oder böse diese anderen Leute sind, die sie jagen und die dann irgendwas mit anderen Leuten anstellen, oder, ja, also, wie gesagt, wodurch entsteht die Härte? Ja. Sagen wir mal so. Ähm, ist so das typische, äh, Lara Croft Phänomen, ähm, am Anfang steckt sie natürlich extrem erstmal ein, weil, wie du sagst, sie ist Fotografin, sie ist jetzt keine ausgebildete Einzelkämpferin, ähm, man denkt sogar auch schon nach den ein oder anderen Szenen, oh, das macht die nicht mehr lange, ähm, aber sie lernt aus ihren, ich sag mal, Fehlern, die sie vielleicht bei den ersten Kämpfen gegen gewisse Leute macht, und, ja, äh, kommt dann, äh, kommt dann langsam in Touren und, äh, wird dann doch nachher zu einer richtigen Kämpferin und nicht mehr zu der reinen Fotografin. Also, man darf es natürlich nicht zu realistisch sehen, also, eine normale Fotografin, hätte wahrscheinlich schon die erste Szene da nicht wirklich überlebt, ähm, aber sie ist halt auch ein bisschen stabiler, oder man sieht ja ihr auch schon so ein bisschen dieses Kantigere an, also, man nimmt ihr dann schon irgendwie ab. mich würde halt interessieren, wie es dazu kommt, dass sie reinerweise Leute ausschaltet, so, ne, also das, also da ist die Begründung halt für mich interessant, so. bei Steven Seagal muss man das nicht wissen, der war auf jeden Fall in irgendeiner Spezialeinheit, bei irgendeiner geheimen Regierungsbehörde, in irgendeinem super geheimen Dezernat, egal in welchem Film. Ja, ja, klar. Und da erklärt sich das von selbst so, aber, ja. Also, sie will halt, im Anführungsstrichen will sie ja erstmal nur raus und überleben, also, im Grunde kommen ihr welche halt dazwischen, und deswegen muss sie halt sich wehren, oder versuchen zu wehren, oder müsste versuchen, diese Leute zu umgehen, was aber an den meisten Stellen halt nicht klappt, und, also sie ist jetzt keine, wenn du darauf hinaus willst, sie ist jetzt keine Geheimagentin, die Fotografin ist, oder sowas, ne, also, sie ist schon eine Fotografin, die halt zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Eine Fotografin ist. Ja. Oder, ich meine, es kann ja auch immer sein, dass irgendwann im Film gesagt wird, ja, ich halt direkt in die Medienbranche gegangen, oder irgendwie sowas, weißt du? Dann kann man sich ja auch... Die ehemalige Gerichterstatterin. Ja, das wäre doch der, das wäre doch der totale, der totale Twist gewesen. Ne, wurde da nicht... So ein Redneck mit Fotoapparat. Ja. Stirnacken, weiblich, kampferprobt. C wie Lede, flink wie Windhund. Ja, mehr möchte ich über den Film eigentlich... Wir müssen den jetzt nicht... Wir können den natürlich alle noch mal gucken, wie sie zählen den einzeln, aber nein, ich denke, damit ist gut... Aber du willst sozusagen sagen, er hat es zu Absicht, zu Recht auch nicht in deine Top 5 dieses Jahr oder Top 10 geschafft. Knapp verfehlt, aber ansonsten kann man sich die mal anschauen. Also, die anderen drei Filme besprechen wir später. Ja. Henrik hat gar nichts, ne? Ich muss es rübernehmen in die Top 10. Genau, genau. Deswegen darf jetzt Daniel noch erzählen, was er zuletzt gesehen hat. Was habe ich zuletzt gesehen? Gute Frage. Also, egal, ob es jetzt... Ja, sonst wirst du immer gefragt, ne? Jetzt fragt man schon selber. Nein, du kannst auch eine Serie nennen. Sonst denke ich immer so, ja, warum fragen sie mich, warum fragen sie mich nach, ob es jetzt irgendwie ein Film, ein Kino oder ein Dings war. Genau. Zu Hause oder sonst irgendwas. als letztes gesehen habe ich tatsächlich nochmal einen Film, den würde ich jetzt tatsächlich auch in meiner Top 5 erzählen. Okay. Dann spein dir. Dann spein dir. Ja, dann spein ich mir auf und ich kann mal, ich hoffe, ich darf da schon was zu sagen. Darfst du denn den Film nennen? Dann kann ich, vielleicht weiß ich es ja auch, ob du was sagen darfst. Ich lese das ja auch immer. Ja, Moonlight. Ich glaube noch nicht. Ich meine, ich glaube noch nicht. Ich glaube noch nicht. Ich meine mich auch. Was ein bisschen schade ist. Ja. Dann muss ich sagen, das letzte, was ich tatsächlich gesehen habe als letzten Film, das war diese Horror-Anthologie Holidays. Mhm. Also das war halt, bevor ich jetzt den anderen Film gesehen habe, den ich jetzt, den ich jetzt gleich nochmal reden werde, Holidays, das ist, den habe ich, ach, den habe ich mir auf Netflix, glaube ich, auf meine Liste gesetzt und hatte den so oder so eh schon auf dem Schirm, weil ich immer eigentlich ganz gerne so Horror-Anthologie mag, also so kleine Kurzgeschichten, also Episodenfilme halt, Mhm. Also jetzt, keine Ahnung, Chillerama ist oder diese Nightmare-Tales, wie der hieß oder VHS zum Beispiel gab jetzt vor einiger Zeit noch den oder in diesem Jahr auch noch diesen Southbound, falls ihr von dem gehört habt. Ne? Ich kenne diesen mexikanischen, das waren auch so Kurzgeschichten, wo es am Anfang mit diesem Flieger war, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, ich komme auf den Namen nicht. Ach, du meinst den argentinischen? Ja, oder argentinischen, Entschuldigung, genau den meine ich, der war auch sehr. Der war super, der war super, aber das war ja weniger Horror, also das war ja... Ne, das genau, ne, ne. Aber Wild Tales kann ich auch nur jedem ans Herz lehnen, den hatte ich letztes Jahr in meiner Top 20 oder 25 Liste drin, den fand ich nämlich auch richtig klasse, als ich ihn gesehen habe. Ne, so Horrorgeschichten halt, so Kurzgeschichten, immer mehrere hintereinander. Und wie der, ich meine, der Boom ist ja so ein bisschen wieder losgegangen mit VHS und auch ABCs of Death. Ich weiß gar nicht, kann man das hier sagen, weil in Deutschland kam ABCs of Death glaube ich nicht unter demselben Titel raus, sondern irgendwie nur 26 Ways to Die oder so. Okay, ja, warum sollte man das nicht sagen? Ja, ich weiß nicht. Das Ding war, wie viele Buchstaben hat das Alphabet? Irgendwas 26. 26 dann sogar oder was? Ah, das ist 26. Okay, dann waren es weniger als 26, weil die haben halt zwei Buchstaben, also zu jedem Buchstaben wird halt ein Mord gezeigt oder ein Tod, weißt du? Also A ist gleich Abfalltonne. Dann siehst du halt jemanden, der irgendwie in eine Abfalltonne fällt, die fällt in den Bergrunnen, landet irgendwie in einer Kernschmelz, weiß ich nicht, Fabrik, die gerade irgendwie explodiert und daraufhin brennt ein ganzer Stadtteil ab und so und das ist dann halt Abfalltonne. Ja. Und egal, damit ging es halt wieder los, dass wieder halt so Kurzfilmchen irgendwie oder so Anthologien halt irgendwie wieder ins Rennen geschmissen wurden sind und jetzt kommt ja jedes Jahr irgendwie so zwei Stück kommen da irgendwie raus und habe ich jetzt schon wieder viel zu viel erzählt, so eigentlich so einen kleinen blöden Horrorfilmchen, na egal. Holidays sind so quasi Horror-Kurzfilme anhand der amerikanischen Feiertage. Also Thanksgiving, Weihnachten, blablabla, also alles, wo die Amerikaner halt Feiertage beziehungsweise Ferien haben. was ich hier, Valentinstag ist zum Beispiel auch dabei und so und haben so mehrere junge Regisseure und auch ein paar andere, ein paar Deutsche, wenn ich das richtig gesehen habe, haben da ihre Sachen beigesteuert und dann Kevin Smith zum Beispiel hat auch einen Film gemacht, der sogar mit einer meiner Lieblinge ist bei dieser Ansammlung. Da geht es um so Internet-Sex-Girls, die sich an ihrem Luten rächen, möchte ich jetzt mal sagen. Ah, ist notiert. Und dann auf sehr, sehr, sehr Das ist was für dich, ne? Ja. Auf sehr, sehr krasse Weise. Aber dann gibt es da auch, da gibt es einen, den fand ich sogar richtig gut, da geht es um eine Lehrerin, und eine sehr, eine sehr, ja, merkwürdige Schülerin, sagen wir es mal so, die halt eine, wie soll ich das so besser ausdrücken? Das ist ein Kurzfilm, ich darf nicht so viel erzählen. Die hat eine sehr verheerende Fantasie, sagen wir es mal so. Und dann war noch einer dabei, der hat eine geile Grundsituation gehabt, wo ich mir gedacht habe, da könnte man eigentlich einen Film draus machen. Beziehungsweise habe ich bisher noch nie so wirklich richtig gute Filme aus dem Thema gesehen. Stellt euch mal vor, so Psychokiller, ne? So Leute, so Serienkiller, die suchen ja, wie zum Beispiel Dexter geht ja halt, durch seinen Job, geht er ja immer in die Polizeiakte und guckt halt irgendwie nach, welcher Typ halt mit diversen Vorstrafen immer noch auf freiem Fuß ist. Genau. Und normale, sage ich jetzt mal, so 08-15-Serien-Killer, wie, keine Ahnung, irgend so ein, weiß ich nicht, nennen wir ihn jetzt mal, nee, nicht Michael Myers, sondern so ein, was ich, so ein Karl Hansen, sagen wir es mal so. Der hockt auch nur einfach vor seinem Internet und versucht halt, irgendwelche Frauen zu finden, die er halt irgendwie realistisch gesehen, in deren Nähe er kommen kann oder wo er halt irgendwie eine Schwachstelle findet oder sonst irgendwas. Also der hat ja nur die normalen Tools zur Verfügung. Ja. Der hat ja keinen Polizeicomputer. Und wie geil wäre es jetzt, wenn man quasi so zwei Psychofritzen aufs gleiche Blind Date schickt. Weißt du? Ja, verstehe. Das klingt interessant. Also eine Frau, die halt einen an der Waffel hat und ein Typ, der halt einen an der Waffel hat, beide haben schon mehrere Leute auf dem Gewissen so, weil sie halt immer über dasselbe Datingportal irgendwie voll gequatscht und dann auch letztendlich getroffen haben und die treffen sich halt dann auch zufällig im Internet. Und ja, weil normalerweise, was ich so kenne, an solchen, also in so einer Art Konstellation ist immer so, dass der eine von denen, von den beiden oder die eine Partei immer irgendwie über den anderen schon Bescheid wusste. So Hard Candy zum Beispiel. Ja. Kennst du den? Ja, kenne ich, ja. Da, ich meine, das ist ein geiler Film, also wirklich, echt hammer Ding. Aber da ist es ja so, dass hier Juno, wie heißt sie? Ja, die Darstellung. Mann! Wie heißt die Darstellung von Juno? Kriegen wir raus. Die kleine junge Frau. Dass die ja hier Mr. Duschback, Night Owl, Oh, jetzt ist er mal. Wie heißt er denn? Bei Watchmen. Hier bei, bei, bei Dings. Bei Conjuring. Patrick Wilson. Patrick Wilson. Ach, Conjuring, ja klar. Wonach du gesucht hast, ist Alan Page, glaube ich, ne? Alan Page. Auch Fargo, zweite Staffel, Patrick Wilson. Genau, Patrick Wilson. Patrick Wilson ist ja eigentlich immer so ein bisschen in so einem früheren Rollen so der Hanswurst gewesen. Also, muss man ja mal sagen. Der spielt ja bei Hardcandy quasi auch so ein Typ, der Alan Page irgendwie über das Internet irgendwie voll labert, sich mit der treffen will und dann halt feststellen muss, dass sie halt schon längst über ihn Bescheid weiß und ihn dementsprechend halt quasi fertig machen möchte. Und, ja, wie geil wäre es halt, wenn so zwei Irre halt mit dem gleichen Ziel das machen, aber halt dann feststellen müssen, dass sie beide eigentlich füreinander geschaffen sind. Versteht ihr, was ich meine? Ja, klingt gut. Aber das hatte Dexter aber auch in einer weiterführenden Staffel war irgendwo, hatte der doch auch dann mit einer Frau rumgemordet eine Zeit lang. Ich weiß nicht mehr, ich habe Dexter auch schon länger nicht mehr gesehen. Ich habe die Staffel irgendwann mal durchgeguckt. In der fünften Staffel hat er mit der Julia Stiles, Ja, genau. Die war doch auch Mörderin. Die hat doch immer vergiftet und sowas. Ja, aber die hat er ja erst, also die wollte ja sich halt für irgendwas rächen oder sonst irgendwas. Ja, ist ein bisschen anders, aber gerade wie du sagst, gerade so ein mordendes Paar, da musste ich in dem Moment an die beiden denken. Aber sonst hast du recht klar, mit dieser Blind Date Situation war das bei Dexter natürlich nicht. Ja, ja, Holidays. Kino oder wo kommt der weg? Ich habe von Holidays nur nichts gehört. Welcher heißt er? Den kann man sich unter anderem auf Netflix angucken. Ach, guck an Netflix. Der ist jetzt schon vor einiger Zeit, ist der schon auf DVD Bluer erschienen, also das ist relativ, der hat schon ein paar Monate auf dem Buckel so. Aber den habe ich halt irgendwie nie geschafft und jetzt habe ich letztens einfach halt mal bei Netflix dann laufen lassen. Ja, ist doch super, wenn es dann geht. Und bin dann letztendlich dann hängen geblieben. Wie gesagt, die Filme sind nie zu lang, das muss ich immer positiv ankreiden und ja, manche verpuffen halt irgendwie in der Bedeutungslosigkeit. also gerade die erste, der Aufmacher, der ist eigentlich relativ schwach. Den fand ich irgendwie sehr schwach. Da habe ich gedacht, oh Gott, wenn es so ist, dann halte ich hier nur drei Filme durch. Aber direkt mit dem zweiten geht es dann schon in eine deutlich bessere Richtung so und dann, ja, wie gesagt, man kann sich quasi von Ups und Downs irgendwie da durch das Ding hangeln. Das ist eigentlich okay. Kann man mal weggucken, aber das ist halt auch mehr als, weiß ich nicht, eine 2,5 von 5 oder irgendwie sowas. Ja, immerhin, im Durchschnitt halt. Ich habe es mir mal notiert, gerade wenn du sagst Netflix, da muss man ja dann noch nicht mal groß in die Tasche greifen, wenn man Netflix eher hat. Aber bevor du den auf Netflix guckst, guck dir lieber Hush oder Still heißt der auf Deutsch auf Netflix an. Ja, gehört habe ich schon von, aber noch nicht gesehen. Der ist wirklich gut, also hat mich sehr überrascht, vor allem, weil ich von dem Regisseur, dessen Namen Mike Flanagan heißt der, glaube ich genau, von dem habe ich vor einiger Zeit noch einen Film gesehen, der hieß Before I Wake und von dem war ich derbe enttäuscht. also wirklich, der war wirklich richtig, richtig langweilig und öde und auch so 0815 Standard drunter genudelt irgendwie, also ganz frustrierender Film, obwohl er eigentlich eine sehr schöne Geschichte hat, muss man mal dazu sagen. Und der hat aber schon zuvor, glaube ich, diesen Still oder Hush inszeniert und den habe ich jetzt erst auch vor ein paar, weiß ich nicht, paar Wochen, vor einer oder zwei Wochen habe ich den erst geschafft, mal zu gucken und wirklich, der hat mich schwer beeindruckt, also der hat es auch auf meine Top 25, glaube ich, geschafft. Das war ein echt netter, kleiner Horrorfilm. Aber ich muss dazu sagen, ich habe noch zwei, drei andere Horrorfilme auf der Uhr, die ich noch gucken möchte. Dementsprechend bin ich da auch mit meiner Liste noch nicht so ganz fertig, möchte ich jetzt mal. Weil es gibt noch zwei Filme, die will ich auf jeden Fall sehen. Den einen habe ich sogar als Screener irgendwie bekommen. Aber Rings hast du noch nicht gesehen, oder? Die Rings habe ich noch nicht gesehen, nein. Aber der kommt ja auch erst nächstes Jahr. Ja, das heißt ja nichts bei dir. Ja, gut. Ich habe jetzt schon wirklich ein paar Sachen gesehen, da habe ich echt einen richtig, richtig dicken Bonus genossen. Das dauert alles noch ein bisschen, bis die kommen. Aber das ist auch wirklich eine ganz große Ausnahme gewesen. Aber trotzdem, da dürft ihr euch drauf freuen. Okay. Dann machen wir das auch. Dann hören wir jetzt noch kurz den Einspieler von Daniel zu Assassin's Creed, der ja jetzt auch passend startet. Und ja, dann hören wir uns direkt danach wieder. Ja, nachdem man jetzt ein Jahr lang mindestens gefühlt sich immer wieder News durchlesen durfte auf unterschiedlichsten Videospiele- und Filmwebsites. Das Ubisoft, das alle Schauspieler, das alle Beteiligten beteuert haben. Der Assassin's Creed Film, der wird jetzt endlich eine tolle Videospielverfilmung. Der wird so den Fluch der Videospielverfilmungen brechen. Garantiert. Da haben wir schon für gesorgt. Es sah ja auch vielversprechend aus, wenn man überlegt, Marion Cotillard, Oscar-Gewinnerin Jeremy Irons, Oscar-Gewinner. Michael Fassbender, Oscar-Nominiert. Charlotte Rampling, auch Oscar-Nominiert, spielt auch mit. Das ist schon ein starkes Cast. Der Regisseur hat Macbeth gemacht mit Cotillard und mit Fassbender. Da hat man das Gefühl, oh, der war ja schon, das war ja schon visuell ansprechende Macbeth-Verfilmung, auch eine ziemlich gute, sagen viele. und die drei, die haben sich jetzt gefunden, die haben sich jetzt gesagt, Mensch, das packen wir an, so als Dream Team und holen uns da noch andere ins Boot, die auch was auf der Pfanne haben. Es ist nichts geworden. Es ist wirklich nichts geworden und es ist in der Hinsicht enttäuschend, dass Assassin's Creed noch nicht mal ein okayer, noch nicht mal ein mittelmäßiger Film geworden ist, sondern am Ende ein Film, der einfach zu langweilig war, um noch irgendwie als annehmbar gut durchzugehen. Ich fasse es mal kurz zusammen. In den Assassin's Creed Computerspielen geht es darum, dass es einen seit Anbeginn der Menschheit tobenden, geheimen Kampf zwischen Templern und Assassinen gibt. Die sind auf der Suche oder die versuchen sich gegenseitig ein Artefakt oder eine Art von Artefakt, von dem es mehrere gibt, streitig zu machen. Das sind sogenannte Edenäpfel. Artefakte einer vorhergegangenen Zivilisation, die hochentwickelt war und die die Menschheit auch unterjocht hatte und als Graven mal lange Zeit gehalten hat. Und das geht eben mit diesen Edenäpfeln, mit denen kann man den menschlichen Geist kontrollieren und Menschen sozusagen versklaven. Ich glaube, in den Spielen ist es so, dass die Assassinen versuchen, diese Artefakte einfach zu verstecken und die Templer versuchen, sie in ihre Finger zu bekommen, um sie einzusetzen. Das ist so mein letzter Stand. Ich habe jetzt auch die neueren Spiele hatte ich nicht mehr gespielt, aber bis zu Assassin's Creed 3 habe ich sie noch durchgespielt und Assassin's Creed Black Flag habe ich noch angefangen und danach habe ich mir nur noch die fortführende Story dann bei Wikipedia durchgelesen und mir ein paar Zwischensequenzen bei YouTube angesehen. Es reicht aber auch. Der Assassin's Creed Film versucht so ein bisschen die Handlung vom ersten Spiel mit anderen Figuren aber in einer komprimierten Art und Weise nochmal zu wiederholen. Also das heißt, ein normaler Mensch wird, also in Anführungszeichen normaler Mensch, um das mal jetzt vereinfacht wiederzugeben, wird gefangen genommen, wird in ein Labor gesperrt und dort an eine Maschine angeschlossen, die die Vergangenheit seiner Vorfahren, die in seiner DNA verborgen liegt, auslesen und ihn nochmal neu erleben lassen kann. Das heißt, unsere Hauptfigur, die hat einen Vorfahren in der Zeit der spanischen Inquisition, ich glaube im 15. Jahrhundert, wenn mich nichts irrt, hat sie so noch so Spätmittelalter und dieser Vorfahrer war eben so ein Assassine und wenn unsere Hauptfigur an diesen Animus, so heißt die Maschine, angeschlossen ist, dann reist er mit seinen Gedanken nochmal in diese Vergangenheit und erlebt genau das, was sein Vorfahrer erlebt hat. Die Templer können das dann auf ihren Maschinen beobachten und alles, was sie wissen wollen, ist, wo sein Vorfahrer diesen mächtigen Edenapfel versteckt hat, auf dessen Suche sie nun sind, um eben die Welt zu unterjochen. Ja, das ist auf eine sehr langsame Art und Weise in dem Film erzählt. Man kann jetzt noch nicht mal sagen, damit auch Leute das verstehen, die die Spiele nicht schon kennen, denn auch diese Leute haben sich, ich habe mich mal etwas umgehört nach der Pressevorführung, auch diese Leute haben sich gelangweilt, haben relativ schnell verstanden, wie die doch sehr einfache Handlung, worum es da geht und dann ist der Film auch noch nicht so richtig in einen Trott gekommen oder er ist in einen Trott gekommen und hat nicht richtig Fahrt aufgenommen. Zumindest hat er am Anfang noch einige tolle Actionsequenzen, die in der Vergangenheit spielen, die meisten Sachen, die man aus dem Trailer kennt, die sehr spektakulär aussehen, mit Parcoursachen, mit vielen Stunts, die auch echt gedreht wurden, ohne zu viel Computereffekte. Das hat der Film schon zu bieten, allerdings in einer langen Sequenz ganz am Anfang und dann in drei oder vier sehr kurzen Einlagen zwischendrin. Der Großteil des Films ist sehr langweiliges Gerede in den Labors, in sehr sterilen Sets, die sehr simpel sind. Je länger der Film geht, desto mehr erinnert er eigentlich an eine Produktion, die so auf dem Level der Fernsehserie Arrow liegt, vielleicht noch auf einer besseren Season-Final-Folge sozusagen, wo dann am Ende noch eine größere Actionsequenz kommt. Aber produktionsmäßig hat man fast das Gefühl, dass das ganze Geld am Anfang des Films verpulvert wurde und dann irgendwie entweder es Schwierigkeiten in der Produktion gab oder das Geld dann ausgegangen ist und sie sich dann doch auf eine sehr simple Ebene begeben mussten. Es ist nicht gelungen, da eine interessante Erzählung in diese Grundgeschichte reinzubringen, die Figuren, die neu erfundenen Figuren, die aber auch eigentlich bekannte Figuren aus den Videospielen nur widerspiegeln und da schon mal Erzähltes nochmal wiederholen, die irgendwie für den Zuschauer interessant zu machen oder zu tollen Identifikationsfiguren oder irgendetwas, wo man richtig Lust hat mitzufiebern oder das mitzuverfolgen. Das fällt halt komplett flach. Allein schon deswegen, weil unsere Hauptfigur ein zum Tode verurteilter Mörder mit einer sehr kurz angerissenen Vorgeschichte, dass er als Kind mal ein Drama erlebt hat, das ihn zu diesem Mörder hat werden lassen. Das reicht nicht, um Sympathien aufzubauen und die hätte es wirklich bedurft, weil wir verfolgen hier jemanden immerhin, der gefangen ist, an dem Experimente gemacht werden, der auch gegen seinen Willen so ein bisschen missbraucht wird. Da hätte man was draus machen können, was wirklich auch eine psychische Tiefe hat oder einen auch als Zuschauer eine Spannung aufbaut, weil man hofft, dass es diese Person irgendwann schafft zu fliehen, dass es diese Person schafft, sich aus den Fängen der bösen Abstergo-Institutionen irgendwie zu befreien, die ja auch wirklich so als Geheimorden die Weltherrschaft haben wollen. Das ist ja bitterböse alles, aber man guckt das und die Hauptfigur ist einem halt irgendwie nicht sympathisch und ziemlich egal und deswegen verliert man schnell Interesse an dieser Sache und die Templer werden halt dargestellt als eine wirklich sehr B-Movie-artige Ordensorganisation, die dann ihre Geheimtreffen macht, wo sie alle so Mönchskutten tragen und überall Kerzen aufgestellt sind. Das ist was, da muss man dann fast schon so ein bisschen drüber lachen. Das baut keinen Horror oder keinen Respekt vor dieser angeblich so großen Weltorganisation auf, sondern das zieht das Ganze ungewollt ins Lächerliche und wird dann auch wiederum nicht den Spielen gerecht, die das schon auf eine sehr umfassendere Art und Weise über weite Strecken zumindest dargestellt haben. Also diese Abstergo-Organisation war in den Spielen viel interessanter und bedrohlicher und auch ausgearbeiteter als so eine international organisierte, hochtechnisierte Riesenfirma quasi, die aber ihren Ursprung hat in so einer Templer-Ordensorganisation. Hier im Film hat man jetzt den Eindruck, die haben sich seit dem Mittelalter eigentlich nicht weiterentwickelt, sondern haben nur schönere Büros bekommen. Ja, das ist aber mehr so nebensächlich. Das Hauptproblem ist, der Film ist einfach langweilig und diese Mittelalter-Sequenzen, an denen kann man das auch so ein bisschen festmachen, die sind noch so die visuellen Highlights, wo auch ein paar tolle, wirklich sehr tolle Stunts zu sehen sind. Nur in den Spielen wird in diesen Mittelalter-Sequenzen eine eigene Geschichte erzählt mit richtigen Figuren, die in deren Alltagsleben man auch eintaucht, die man auch nicht nur auf ihrer Hauptmission begleitet, sondern auch in alltäglichen Dingen, die mit ihren Familien zu tun haben, kleine Dramen, die uns diese Figuren auch näher bringen, wo wir eine emotionale Verbindung auch zu den Mittelalter-Vergangenheitssituationen aufbauen können, wo man viele Ereignisse, zeithistorische Ereignisse nähergebracht bekommt, sei das, oder auch Figuren, Zeitzeugen wie Leonardo da Vinci, eigentlich jede Figur, die man trifft, hat einen historischen Hintergrund, den man in einem Geschichtsbuch nachschlagen könnte und dieses Geschichtsbuch ist praktischerweise dann auch in den Menüs des Spiels sogar vorhanden, wo man die realen Hintergründe dann nochmal nachlesen kann. Das hat das alles viel interessanter gemacht und man hat den Eindruck, der Film versucht nur nicht mal ansatzweise so eine Ebene auch zu haben, sondern er benutzt die Vergangenheitssequenzen wirklich nur als Action-Vehikel, um in viel zu großen Abständen mal wieder zumindest, was die Action angeht, etwas Spannung zu erzeugen und das ist dann aber auch nur so interessant wie ein Direct-to-Video-Film vielleicht sein könnte, aber für einen tollen Kinofilm, der durchgehend irgendwie spannend sein soll und durchgehend als Film auch eine Qualität haben soll, die das Interesse des Zuschauers schafft, aufrechtzuerhalten, da versagt er wirklich auf kompletter Linie und ist deswegen kein guter Film letztendlich und auch ein weiterer Videospiele-Film, den man getrost selbst als Fan nicht geguckt haben muss, muss ich ganz ausdrücklich sagen. Dazu kommt auch, dass der Film es wirklich schafft, einen so monotonen Look zu haben, sowohl in der Vergangenheitsebene als auch in der Realitäts- oder Gegenwartsebene, dass die visuelle Stärke, die der Regisseur schon bei Macbeth gezeigt hat, dass die sich auch nicht groß äußert, weil man dann in den ersten Animus-Sequenzen noch denkt, Mensch, das könnte was werden, weil diese Szenen dann noch visuell reizvoll sind. Die sehen dann aber so gleich aus, dass ich am Ende des Films dachte, man hat auch vielleicht die eine oder andere Kamerafahrt viermal recycelt, so über diese Mittelalterstätte drüber. Beim ersten Mal dachte man, das sieht aber schon ansprechend aus. Beim dritten Mal dachte man dann, es ist der gleiche Shot, den ich jetzt schon vorher gesehen habe. Es gibt so Colorgrading in den Mittelalter-Sequenzen und gerade in 3D war das sehr schade, weil durch die Verdunklung der Brillengläser ist das dann sehr verwaschen und undeutlich teilweise geworden, wo ich glaube, dass in der 2D-Projektion man dadurch deutlich mehr Helligkeit und Klarheit in den Bildern gehabt hätte. Sagen wir mal so, in den Spielen legt man sich in den Animus und statt zu schlafen erlebt man ein spannendes Abenteuer in einer interessanten Welt und in dem Kinofilm war es jetzt so, man legt sich in den Kinosessel und wird statt etwas Spannendes, Interessantes zu erleben zum Einschlafen eingeladen und das ist ja nun wirklich nicht Sinn der Sache. So, da sind wir auch schon wieder. Assassin's Creed, ja wir beiden haben ihn noch nicht gesehen, Daniel war für uns wie gesagt in der PV. Daniel Schröckert hat ihn wahrscheinlich gesehen. Ich habe ihn gesehen, ja. Genau, du sagtest schon, vielleicht kannst du nochmal kurz sagen, ich glaube, Animus war gut, sagst du, so ähnlich wie Daniel und ja. Also es ist wirklich so, ich saß während des Films da und habe mir immer wieder gewünscht, dass der Film zurück in den Animus springt oder dass Michael Fassbender zurück in den Animus springt, weil das sind wirklich die Momente, die am besten sind im Film. Und alles dazwischen, davor, danach ist halt von, sag ich mal, mittelmäßiger bis teilweise hanebüchner Qualität. Aber ich finde halt, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin einer der wenigen Menschen, der das so sieht, also ich habe zumindest nichts Vergleichbares in der Richtung gesehen, aber es kann natürlich Leute geben, die es auch ähnlich sehen. Ich finde halt, der ist eigentlich schon sehr seiner Vorlage treu, weil die Vorlage hat einen auch nicht letztendlich völlig befriedigt. Die Vorlage war halt auch nicht anweist, wenn es eine Realität gespielt hat. Und die Vorlage hat immer Lust gemacht auf einen neuen Teil, in dem es vielleicht besser läuft. Hat nicht geklappt. Ist nur immer die Frage, wie nah muss denn ein Film unbedingt an einem Videospiel sein? Das Problem, das die halt haben, ist, wenn du nicht am Spiel hängst, verlierst du die Gamer, machst du es zu nah am Spiel, verlierst du das allgemeine Publikum? Aber Angry Birds hat sich auch Freiheiten genommen. Ja, ich sag ja, es geht nicht, ich will ja deine Frage nicht in Zweifel ziehen, nur, es ist halt ein echt schwieriges Geschäft an der Stelle. Ja, also wir werden, ich werde mir anschauen jetzt. Also, ich muss schon sagen, das ist ja bei heutigen, sag ich mal, Blockbustern, gerade 2016, der Blockbustern, finde ich, ist eine Story, wie sie Assassin's Creed präsentiert. Okay, zugegeben, die verlangt viel von Leuten ab, die noch nie ein Teil oder noch nie ein Spiel dieser Serie gespielt haben. Aber wenn jemand in Suicide Squad reingeht, oder in Ghostbusters, in Tatsa, in was weiß ich, in X-Men, Apocalypse, weiß ich nicht, also wer in sowas reingeht, der kann auch in Assassin's Creed reingehen, ohne dass er da überfordert ist. Ich denke mal, die Vorzeichen standen nur, der Cast war genial, der Regisseur hat mit Macbeth etc. schon tolle Sachen hingelegt. Man hat einfach mehr erwartet, glaube ich, dass man da Hoffnung reingesetzt hat. Das Thema war in Anführungsstrichen frisch, auch wenn es natürlich ein bisschen so Richtung Matrix ging, aber ey, es ist trotzdem mal eine neue Idee auf der Leinwand. Ja, aber also, wie gesagt, ich will Assassin's Creed gar nicht besser machen, als vielleicht Daniel es gesagt hat, beziehungsweise als er ist, aber ich finde schon, wenn es darum geht, wie adäquat irgendwie so eine Videospielumsetzung ist, da finde ich, macht Assassin's Creed schon sehr viel richtig, beziehungsweise, ja, die Geschichte muss einfach besser sein, beziehungsweise muss packender sein. Der Regisseur ist da teilweise noch ein bisschen zu sehr, ich weiß nicht, er hängt meiner Ansicht nach, irgendwie ein bisschen zu sehr daran, auch wirklich diese ganzen Bilder der Vorlage irgendwie noch da einzubauen, also da gibt's ja Kamerafahrten und Actionsequenzen und Moves und so, die sind halt eins zu eins aus dem Spiel übernommen und das finde ich cool, weil das ist zum Beispiel etwas, was ich bei Prince of Persia mit Jake Gyllenhaal schwer vermisst habe, ja, weil dieses Spiel, Prince of Persia lebt ja nun mal halt davon, dass der Typ sich halt irgendwie wirklich agil und kratzil von, keine Ahnung, einem Vorsprung zum nächsten hangelt und zig geile Parkour-Moves und sowas vom Stapel lässt und halt wirklich richtig, richtig viel körperbasierte Action irgendwie präsentiert so und das fand ich halt bei Prince of Persia, so sehr ich den auch für seine, sag ich mal, politische Untertöne mag, fand ich das halt überhaupt nicht gegeben, also der Film hat für mich überhaupt nicht, das hätte auch jedes andere 0815.001-Nacht-Abenteuer sein können, also ob das jetzt Prince of Persia heißt oder der Dolch der Zeit oder ich kann mit dem Messer die Zeit zurückdrehen oder arabische Nächte, scheiß drauf, das war so bei Prince of Persia irgendwie egal und bei Assassin's Creed finde ich, geben die sich halt richtig viel Mühe, dass es halt auch wirklich Assassin's Creed ist, dass vom Design her, von den Accessoires her, von den ganzen Details her, von der Optik her, von den Kamerafahrten, den Effekten, den Tricks, den Momenten, den Bildern, da gibt der sich halt wirklich richtig viel Mühe, um das auch irgendwie umzusetzen, so und das Gefühl dafür aufzubauen. Scheitert halt dann so ein bisschen an dem Anspruch und daran irgendwie eine halbwegs interessante Geschichte zu präsentieren, aber da finde ich, muss man dem Film auf jeden Fall Respekt zollen und ich finde, das ist eigentlich ein Maßstab, den so viele andere Videospielverfilmungen haben vermissen lassen. Guck mal, wie viele lieblose Dinge haben wir uns angucken müssen in Sachen Videospiel. Fandest du World of Warcraft zu lieblos, was jetzt die Gestaltung und der Welt sind? Ne, genau, da gebe ich dir wiederum recht, er ist auch da, glaube ich, sehr nah an der Vorlage oder es ist für Fans sicher ganz toll, aber ich glaube nicht, dass er die Masse abholen kann. Das hat zum Beispiel Prince of Persia besser gemacht. Der war vielleicht nicht so nah an der Vorlage, ja, aber dafür war es ein guter Film, auch wenn er vielleicht nicht so nah an der Spielvorlage war. Ja, guter Film, weiß ich jetzt nicht, also ich fand den auch, der war etwas zu sehr gestreckt, so für das, was man eigentlich schon ab Minute, keine Ahnung, 15 irgendwie wusste, dass Ben Kingsley wieder der Arsch ist. Ben ist wieder der Arsch. Ist doch aber auch so, oder? Ja, gerne mal. Ja, ja, ich gebe dir recht, er ist dann vielleicht in dem Sinne massentauglicher, aber ja, also man darf die Nerds selfless ist der, auch mit Ben Kingsley, ja, ja, genau, selfless. Ja, ja, okay, also wir werden uns ihn sowieso nochmal, also ich werde mir trotzdem anschauen, weil ich allein Michael Fassbender immer gerne sehe. Du, man kann sich den Film auch nicht anschauen. Das ist jetzt nicht das Problem, es ist halt so die Frage, wie übersättigt man von irgendwelchen, sag ich mal, Blockbuster, Effektspektakeln irgendwie ist, ja, wenn man da sowieso von vornherein keinen Bock drauf hat, dann soll man sich den Film auch nicht anschauen. Guter Schwenk zu Effektspeuer, Blockbuster. Hervorragende Überleiter. Da sind wir nämlich schon bei Rogue One. Wir haben es mit Profis zu tun, so läuft das. Und bei Rogue One möchte ich direkt mal an euch eine Kritik weitergeben, über die ihr vielleicht mal nachdenken solltet. Ich fand das, ich fand das, nee, ich war echt komisch überrascht, weil ich weiß, Daniel hatte vorher bei Twitter, ich war ja mit Hannes Bender in Köln in der PV und die Kollegen waren ja mit Steven Gätchen und mit Etienne warst du ja in der PV auf jeden Fall auf dem Foto und ihr wart ja mit Daumen hoch und das war ja so vorab kurze Meldung, wie war der Film und wir haben das ja ganz ohne Daumen gemacht, wir haben nur gegrinst. Ja, ja. So, dann habe ich mir natürlich, weil ich neugierig war, was die Kollegen denn dazu sagen, habe ich mir das mal angehört und angeschaut und es war ganz interessant, in dem Spoiler-freien Bereich alle so, ja, eine 6 von 10, eine 6 von 10, ja, das war nicht gut, die Charakterausleuchtung war nicht gut genug oder die hatten nicht genug Tiefe, ich konnte nicht mit denen mitfühlen und all sowas, was ja auch mit 10 halt nicht ganz verkehrt war, möchte ich auch gar nicht bezweifeln und dann kommt der Spoiler-Bereich, plötzlich springen sie auf wie kleine Jungs, juhu, lass uns über die coolen Szenen sprechen und die waren plötzlich, als hätten sie 9 von 10 gesehen, also es passt sie irgendwie in der Spoiler-freie und der Spoiler-Bereich nicht und dann war auch die Zeit schon, wobei ihr hattet leider nicht genügend Zeit, muss ich dazu sagen und Daniel hat sich natürlich die ganze Zeit so ein bisschen zurückgehalten, hat da gar nicht so viel zu gesagt, so ein bisschen gesagt hat und ähnlich wie Daniel es dort sagte, ich hatte halt auch Gänsehaut-Momente, allein die letzten 5 Minuten waren mit das Beste, was Star Wars gerade zum Ende hin gezeigt hat. Ja. Ich meine, du, ich bin bei dem Thema inzwischen, ich bin da so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich habe mir so einen eigenen Kokon aus innerer Zufriedenheit gebildet so. Das ist schön gesagt. Ja, weil es ist schade, wenn, ich war hier, unser Kollege Michael Reinke, der findet den Film echt richtig furchtbar. Was erwarten die? Was erwarten die in dem Moment? Also, ich kann ja Kritik verstehen. Wir haben ja auch seltsame Posts bekommen. Aber ich verstehe manchmal nicht, wie man den Film, also, was erwartet man von so einer Art von Star Wars-Film, wo man weiß, der spielt vor Episode 4, es wird ein bisschen kriegerisch, es wird keine Jigis in dem Sinne geben. Was erwartet man denn dann? Also, Michael hat, ich meine, er hat halt seinen Punkt und okay, anhand von so etwas, das respektiere ich auch, anhand von so etwas oder von dem, was das Argument, dass Michael sagt, kann halt nun mal ein Film stehen oder fallen. Weißt du? Und das ist halt, das sind halt die Figuren. Er sagt halt, da ist ihm halt keine Figur irgendwie nahegegangen, da hat keiner irgendwie eine Entwicklung durchgemacht, nichts. Ja, also, das war halt einfach für ihn seelenlose Scheiße. Und, also, ich kann es ja zum Teil, ich kann verstehen, weil es ist ein Ensemble-Film, es ist bei Ensemble-Filmen immer schwer, alle Charaktere gerecht zu werden, sie ist Suicide Squad. Ja, und es sind ja schon alle fertig, wenn wir in den Film einsteigen. Ja. Alle sind schon die, die sie sind, es kommt natürlich, das kann ich auch verstehen, es kommt niemand aus seiner, Man bekommt nicht so viel Background mit, ist schon klar. Es ist einfach ein fertiges Setting, aber hey, weißt du was? Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab trotzdem Bock auf die, auf die beiden, auf, warte mal, ich hab mir das doch aufgeschrieben. Ne, hab ich doch nicht, toll. Die, die beiden Asiaten, ich weiß nicht, wie sie heißen. Also, ich hätte schon Bock mehr von denen gesehen, ich hätte schon Lust mehr von denen gesehen zu haben. Oder zum Beispiel auch, klar kann man kritisieren, dass ein, wie hieß denn der gute, ähm, der so ein bisschen, auch Guerrilla? Ja, dass der natürlich da reinkam, wahrscheinlich auch durch Rebels und ich glaub, selbst bei Clone Wars tauchte er schon auf, dass dieses ganze, diese ganzen Szenen hätte man sich komplett sparen können, auch dieses komische, ich mach deine Gedanken, ich kann deine Gedanken lesen, Monster, das hätte man sich natürlich sparen können, weil das überhaupt keine Bewandtnis für den Film hatte, dieses, dieses Gedanken lesen. Aber ich denke mal, das wird einfach nur für die, die diese, die Clone Wars oder Rebels sehen, einfach nur für die ein nettes Gimmick gewesen sein, dass dort ein Charakter dort halt direkt auch wieder auftaucht. Aber man hätte sich, die Szene hätte man sich hundertprozentig sparen können. Aber dafür, dafür entschädigt so viel anderes. Auch der Saw Gerrera Abgang war ein bisschen sehr dick aufgetragen, aber hey, so, ne, da waren noch ein paar Millionchen für ein paar Minuten Special Effects über und dann Und auch, dass der Tarkin, habt ihr auch darüber diskutiert, Tarkin fand ich nicht so so extrem schlecht animiert. Ich fand ihn überhaupt nicht schlecht. Nee. Die Layer war war mein Kritikpunkt. Ja, meiner ja nicht. Für die, für diese, für diese drei Sekunden, ähm, fand ich es dann halt deutlich schlechter als, als den, als den Tarkin, der ja nun wirklich Zeit hatte. Also wirklich Screentime. Und Peter Kasching sieht halt komisch aus. Man muss, ja. Nichts gegen den guten Mann, der ist leider schon verstorben, aber der hatte schon immer so ein sehr spezielles Gesicht, fand ich, ne. Also, den hätte man gar nicht, ich glaube, weil du findest keinen Schauspieler, der ihn hätte richtig, also komplett spielen können. Deswegen. Charles Dance. Boah, ja, ein bisschen, ja. Aber auch mit einer Maske wär's, dann hätte, dann hätte er, dann würde er halt ganz anders aussehen. Charles Dance, ja, geht ein bisschen in die Richtung, aber trotzdem, auch Peter Kasching hat noch, aber der, der, noch deutlich andere Züge. Aber der Guy Henry, der ihn, der das Motion, Kürtchen gemacht hat, der sieht ja schon, der sieht ihn ja schon sehr ähnlich. Ein bisschen. Vor allem, er hat ähnliches Gesicht wie, ähm, wie Peter Kasching in den 70ern, also in seiner, in seinem jüngeren Ich. Und der, und die englische Stimme fand ich grandios. War ist auch geil. Ja. Ja, genau. Der klingt super. Der klingt super. Das klingt super. Also ich kann, und da gebe ich dir recht, man kann mit der einen oder anderen, ähm, mit der einen oder anderen Kritik, es gibt ja auch so, ähm, den einen, wir haben uns drüber unterhalten, dass es so ein bisschen Anschlussprobleme gibt an, an, äh, Episode 4, ähm, also Kleinigkeiten, so, ne? Ja, zum Beispiel, dass, dass Vader natürlich in Episode 4, genau, äh, nicht weiß, auf diplomatischer Mission, hallo, die fängt ja gerade aus dem Kriegsgebiet raus. Ja, und er steht oben an der, er steht oben an der, an der, an der Schleuse, ne? Ja. Und sieht die da weg. Also, ähm, da kann man natürlich trefflich drüber streiten, aber in dem Moment mit der gleichen Kritik, ähm, über zwei Stunden, ähm, über zwei Stunden, 20 Minuten Fan, ähm, äh, Service. Kann ich das alles im Grunde auch wieder, ähm, ähm, Hennes hat es ja auch der teuerste Fanfilm aller Zeiten genannt. Ja. Das haben Fans für Fans gemacht, ja. Und man kann natürlich sich auch streiten, ist das zu viel Fanservice. Ich sage nein, es ist ein Film, der so kurz vor Episode 4 spielt, da müssen halt viele Sachen natürlich vorkommen. Ob's jetzt unbedingt hier dieser Nasentypen sein muss, der nachher in der Bar bei Luke, den Arm verliert. Gut, der hätte es vielleicht nicht zwingend gebraucht, aber dass die, wie er heißt. Und der hat Glück gehabt, dass er überlebt hat. Dann hätte ich den Namen jetzt gesagt, ich weiß grad nicht, wie er heißt. Ich weiß es leider auch nicht. Ich weiß, dass der Typ, der halt sagt, ich bin auf zwölf Sternen zum Tode verurteilt, oder sowas, der heißt irgendwie Dr. So und so, also Dr. irgendwie was. Stimmt. Der eine heißt irgendwie auch irgendwie sowas wie Donner Baba oder Donner Bobo oder irgendwie sowas. Oder Oma Donu oder so. Irgendwie hat er zwei Wörter, also zwei Namen. Oder so kleine Sachen. Aber das fand ich zum Beispiel, das ist mir im Nachhinein aufgefallen, die müssen aber relativ schnell aus dieser Stadt abgehauen sein. Ja, die waren dann direkt auf dem, die hatten es 20 schon gestellt. Die waren auf der Flucht, ja, scheinbar. Oder so Sachen, dass Red 5 drauf geht und Red 5 wird Luke Skywalker. Also der übernimmt ja diesen Red 5 Platz quasi. Also solche Kleinigkeiten, woran man da gedacht hat, das ist Wahnsinn. Oder dass der Red Run Leader, Gold Run Leader auch gemocaptet worden ist. Die übrigens auch gut animiert waren, im Übrigen. Ich musste zweimal, ich musste zweimal gucken. Die haben auch Original-Footage aus den alten Filmen eingeballert. Nee, die wurden wohl auch gemocaptet. Ja, hab ich auch jetzt gehört. Also es war jetzt nicht einfach nur eine Szene aus Episode 4, genau eins, zwei, eins reingestehen. Einer lebte sogar noch. Einer ist, glaube ich, auch schon leider verstorben. Aber einer lebte, der hat sogar noch Sätze eingesprochen jetzt für Rogue One. Also genau der Schauspieler von Episode 4. So, und jetzt ist doch alles fantastisch. Und wir kriegen wieder einen tollen Androiden mit K2SO. Ähm, ich weiß nicht, was soll das, Gemäcker? Lass es doch einfach. Ja, aber... Dann guckt ihn halt nicht. Dann guckt ihn halt nicht. Gemäckern auf einen anderen Film rum. Ja. Also wir können ja nicht behaupten... Wir können ja nicht jetzt irgendwie verlangen, dass keiner an Star Wars rummeckern darf. Nein, nein. Natürlich nicht. Du weißt doch, wie wir das machen. Ich war nur trotzdem überrascht über doch deutlich höhere Kritik, als ich nach dem Film erwartet hätte. Die haben ja auch harsche, in Anführungszeichen, harsche, ähm, Posts irgendwie gesehen und auch selber irgendwie Kritik bekommen. Ja. Ähm, also... Ich kann's nicht verstehen. So richtig. Und, ähm, ich bleib dabei. Das ist jetzt nicht der beste Film aller Zeiten. Nein. Aber ich bin einer der wenigen auf diesem Planeten. Ich fand Rogue One einen Ticken geiler als Episode 7. Nö, da bist du nicht einer der wenigen. Nö. Simon hat mir, Simon hat mir gerade just, ähm... Gefühlt. Ich kann... Ich kann's ja, ich kann's ja nachvollziehen. Ich kann's ja nachvollziehen. Ich greife hier kurz, ich greife hier ganz schändlicherweise mal kurz zu meinem Handy. Ja. Und Simon hat auf WhatsApp in unserer Filmgruppe geschrieben, um 22.32, was vor ungefähr 40 Minuten war, endlich Rogue One gesehen. Boah, ist das geil. Ja, guck mal. Und er sagt noch weiter, was ein Brett, besser noch als 7. Ja, ja. Und dazu noch, hab ihn leider in Deutsch gucken müssen. Also... Ja, die, 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 die ganzen Dialekte fallen da leider weg. Aber einer, ein Schauspieler profitiert davon. Ich weiß nicht. Vielleicht hast du das auch so empfunden bei der OV, Daniel. Ähm, Diego, der Mexikaner. Ja, ich glaub, der kann nur profitieren. Das ist ja mit meinem größten Kritikpunkt an. Diego Luna. Ja. Der ist im Deutschen besser, weil die Stimme einfach besser ist. Das ist einer der wenigen. Sorry. Ich find, der sieht aus wie ein nasses Handtuch, ey. Es tut mir leid. Ich find den halt als Badass-Charakter oder, oder, keine Ahnung, als, also, als, als zwiespältigen Anti-Helden oder sowas, find ich den halt einfach zu lasch. Der, der, der kommt mir nicht irgendwie verhärmt genug rüber. Ich mein, der soll ein Auftragskiller sein. Ich fand das ja cool, wie er dem einen Typ da einfach mal in den Rücken schießt. Ja, am Anfang, die Szene fand die, da war ich schon überrascht. Ja, ja, war ich auch überrascht und hab gedacht, okay, könnte was werden, aber der bleibt den ganzen Film über so blass, meiner Ansicht nach. Das nimmt jeder anders wahr, ne? Es ist meiner, wie gesagt, es ist meine Wahrnehmung und ich war schon den Trailer nicht überzeugt und es hat sich halt aber auch wirklich, und ich wirklich, am Anfang, als der den Typ in den Rücken ballert, hab ich gesagt, ach, geil, dann hab ich ja doch falsch gelegen, so. Aber das verwässert leider im Laufe des Films cool. Also klar, am Ende, wie sie sich, wir spoilern, oder? Ja, ja, klar. Ja, wir spoilern sowieso. Also wie sie sich am Ende umarmen und so, das fand ich auch cool. Ich fand auch cool. Ja, auch nicht, dass sie geknutscht haben, ne? So kitschig irgendwie. Ich fand auch cool, dass Jyn ihn hat erstmal liegen lassen und weitergekrabbelt ist so, oder weitergeklettert ist so. Das fand ich auch cool. Ja. Klar ist das jetzt nix, wovon irgendwie, oder das hat jetzt nicht die gleiche Stärke, wie, keine Ahnung, wie, was könnte man sagen. Zum Beispiel bei Mad Max Fury Road finde ich ja noch einen der geilsten Charakterisierungs-Move, beziehungsweise eine Charakterbeschreibung, ohne dass irgendjemand was erzählt, finde ich ja die Szene, in der Max quasi aus dem Truck jede Waffe rausholt, die Furiosa da versteckt hat. Wisst ihr, was ich meine? Ja, klar. Und ich finde, das ist so ein Moment, der sagt mir so viel über Furiosa aus. Dass wir es da mit einer Figur zu tun haben, die halt echt wirklich vorbereitet ist, die nichts dem Zufall überlässt, die halt aber auch wirklich, ja, keine Ahnung, aufs Ganze geht. Weißt du, das sind so Momente, die schaffen es halt, ohne dass irgendjemand sagt, ach ja, stimmt, damals, als er unter den rollenden Zug kam, seine Beine verlor und daraufhin mit Metallporträsen in ein neues Leben fand und es ihn schwer gezeichnet hat. Weißt du, diese Dialogerklärung, sowas hasse ich ja auf den Tod eigentlich. Und davon hat Rogue One eigentlich auch schon den ein oder anderen Moment gehabt. So, ja. In abgebildeter Form, nicht ganz so stark, keine Frage, aber ich fand, jede Figur da in diesem, in diesem, keine Ahnung, Himmelfahrt-Mandung. Der bessere Suicide Squad. Ja. Ähm, ich fand, die hatte, guck mal, da wurden Figuren teilweise weniger charakterisiert, so gesehen, als in, in, in Suicide Squad und trotzdem hat mich ihr Schicksal mehr interessiert und ist mir mehr ans Herz gegangen oder näher gegangen als bei Suicide Squad, wo ich einen Will Smith hab, der da irgendwie mit seiner Tochter noch ein großes Drama veranstaltet, so. Ja. Ja. K2SO zum Beispiel, die Szene. K2SO, ey, wie traurig war das. Natürlich. Wie traurig war das. Und selbst die Szene, wo da die Handgranate nur plötzlich vor seinen Füßen lag, war auch krass in dem Moment. Vor allem, weil auch der Charakter war okay. Er war jetzt auch, er hatte halt natürlich auch nicht den Extremtiefgang, aber er war sympathisch. Es ist auch kein, kein, kein BB-8, aber es ist auf jeden Fall eine Figur, an die man, ähm, seine, seine Sympathie heftet, ne, die einen so mit da durchzieht. Und ich finde halt auch, das ist aber auch dann so, an der Figur K2SO kann man vielleicht auch echt schon mal, einmal festmachen, dass es halt auch eine ganz andere, eine ganz andere Ausrichtung ist, die hier immer noch ein Disney-Film quasi verfolgt, aber die halt wirklich doch im Gegensatz zu dem steht, was Episode 7 war. Episode 7 ist ein Familienfilm, also beziehungsweise, das ist, der soll deutlich mehr auf, mehr von einer Familie abgreifen, als ein Rogue One. Das ist wieder mehr das Science-Fiction-Märchen und das ist jetzt halt mehr Kriegsfilm, in Anführungsstrichen. Genau, auch wenn Rogue One jetzt natürlich nach wie vor ein PG-13-Blockbuster ist, aber er ist jetzt nicht ganz so familiengerecht beziehungsweise auf den, auf den, auf die breite Familie abgerichtet, wie jetzt ein Episode 7. Ja. Und wir reden natürlich jetzt, wir reden natürlich in beiden Fällen von Disney-Filmen. Die wollen natürlich ihr Geld verdienen, die wollen natürlich irgendwie Umsatz machen, aber sie haben halt momentan halt auch wirklich, ich meine, was haben wir jetzt, was war jetzt die Nachricht? Doppelspitze, ne? Ja, nicht nur Doppelspitze. Die liegen mit Bayana und mit Star Wars auf der 1 und 2. Also Doppelspitze in Deutschland gerade, aber halt Disney hat es ja auch geschafft, irgendwie bis Thanksgiving, was, 7 Milliarden, nee, das war das Kino-Umsatz. Rekordumsatz, ne? Ja, also bis Thanksgiving waren wohl 7 Milliarden Dollar an den Kinokassen umgesetzt, so schnell wie noch nie zuvor. und Disney hat irgendwie, was, 3 Milliardäre, glaube ich, in den letzten, mit den letzten 3 Filmen irgendwie hingehauen oder so. Also die haben schon einen, einen, einen Jahres, umsatz, keine Ahnung, wie das noch getoppt werden soll. Die kommen vor Lachen nicht in Schlaf. So sieht's aus. Alles richtig gemacht, Disney, ja. Ja, ist so. Die Tausende zum Tränen trocknen. Oh yeah. Ja. Ähm, ja. Also deswegen, also, ich finde aber, ich finde aber, was Eddie gesagt hat, ähm, als wir bei Kino Plus darüber gesprochen haben am Ende, das finde ich eigentlich den entscheidenden Punkt, ja. Klar, es gibt immer Leute, denen wird sowas gar nicht gefallen, aber man kann wirklich objektiv sagen, dass es der Film nicht verkackt hat. Nee. Nee, absolut. Wenn ich mal hier zitieren darf. Richtig, richtig. Also, ob man das jetzt nun mag oder nicht, aber er hat wirklich nicht verkackt. Ja, der hat ein solides Ding abgeliefert und hat, hat wirklich, genau das erfüllt, was er erfüllen sollte, was man so von der Trailer irgendwie erwarten durfte und, ähm, das hat er auf einem sehr hohen Niveau gemacht und ey, Tarkin, ne, auch da gehen die Meinungen ja so weit auseinander, da gibt's ja Leute, die sagen, ich hab überhaupt nicht erkannt, dass das eine digitale Figur war. Glaube ich. Ja. Also, wenn jemand den Peter Cushing oder wir wissen, der Mann ist leider 94 verstorben, wir wissen sowas, aber, äh, ein normaler Kinozuschauer wüsste es wahrscheinlich nicht und der wird das dann auch nicht so beäugeln wie wir. Das ist so, also ich kann mir das auch vorstellen, ich, ich arbeite ja, wie gesagt, ja im Kino und da kommen auch manche raus, die, die wissen das nicht oder haben's nicht bemerkt. Das ist so. Und, ich weiß auch, wie Andi darüber gemeckert hat, aber, Ja, da war ich so überrascht. Ich war halt auch, ich wirklich, ich war auch überrascht, weil er das so wirklich echt überhaupt nicht gut fand, aber ich find, das ist in dem Bereich, ne, dass jemand sich traut, eine Figur, eine solch bekannte Figur so präsent, so offensiv, digital darzustellen. Ja. Ja, das ist schon mutig, so gesehen, weil man da eigentlich nur verlieren kann und sie haben's trotzdem gemacht und haben halt wirklich, ähm, haben halt wirklich das Ding durch, also die Nummer durchgezogen, so. Und das ist schon ein Niveau. Ja, und es funktioniert ja auch. Vielleicht sind die Orks aus Veta, vielleicht, also die Orks aus Warcraft, vielleicht sind die echt ein bisschen Spur geiler, so was, was die Mimik oder die, die Bewegung und so oder die angeht, ja, keine Frage. Oder Caesar, wenn wir grad bei Planet of the Apes sind, Oder Caesar, oder ich mein, es gibt natürlich auch, äh, hier ein guter, äh, so hier ein Twitter-Kumpel hier oder, oder ein Netz-Kumpel, der Urst, der hat's mir auch nochmal geschickt, hier aus Gladiator, wie sie Oliver Reed quasi da, ja, diese zwei, drei Sekunden da digital reinmachen, ne, und das, was war das, 2000? Richtig. Ja, das war schon ewig, ja. Ja, ähm, klar, das war eine dunkle Szene, zwei, drei Sekunden, es war nicht, nicht sehr lang so und das konnte man wirklich echt relativ gut kaschieren, da ist es noch nicht so aufgefallen, aber, dass man halt, wie gesagt, so direkt mit dem Thema umgeht und diesen, und auch im Hellen, also, ich hab den Film jetzt viermal gesehen und diese Szene hab ich immer wieder auch gerne nochmal genauer betrachtet und immer wenn er eben etwas dunkleren oder etwas weiter weg ist, dann merkst du's auch nicht wirklich, also außer du weißt es natürlich, aber wenn du, wenn du's dann nicht weißt, dann merkst du's auch nicht. Klar, wenn er näher direkt vor dir ist, Frontal oder so, dann, dann erkennst du's leicht, klar, aber ich find's immer noch verdammt gut gelungen. Ja, aber wenn nicht der Film abholt und du in der Szene bist, ist dir in dem Moment auch wurscht. Hinterher sich dann darüber zu mokieren, ist alles richtig und auch gut und wenn's einem nicht gepasst hat, auch okay, aber ich kann für mich sagen, ich hab, ich war so drin in dem Film, dass es mich bei Tarkin, ich hab bis auf die, bis auf die Hälfte seiner Szenen gebraucht, um dann tatsächlich zu realisieren, sag mal, da stimmt was nicht, so und Moment, der Mann! Ja, aber da war ich so drin, ja, der ist doch tot, so, warte mal, der war doch, der ist doch schon, aber und in der, in, ich fand's dann doch ein bisschen schade, dass gerade an der Szene, dann am Ende, also die Layer-Sekunden, hab ich's nicht gemerkt, die fand ich etwas, die haben mich so ein bisschen rausgeholt, aber, hey, alles immer noch auf, auf absolut hohem Niveau. Aber die, die sie gespielt hat, ist sehr hübsch, das ist eine sehr hübsche Schauspielerin, die dahinter steckte, auch die wurde ja, die hat das mit gespielt und dann wurde das Gesicht drüber gelegt und, also da ist es mir weniger aufgefallen, höchstens vielleicht ihr komisches Grinsen, ganz, in der allerletzten Einstellung wirkt ein bisschen komisch und gerade nach der, wenn man bedenkt, was da gerade alles passiert ist, ein bisschen komisch, warum grinst die denn auch noch so, ne? Aber, hey, ich fand die Szene trotzdem so geil und, sie hat ja uns angelächelt, ja, uns Fans, die vierte Wand durchbrochen, tschüss und dann kommt, directed by Gareth Edwards. Und jetzt, ich sag mal so, ne, das mit dem Übergang, also, die ist ja in den Hyperraum gesprungen, ne? Mhm. Also, dementsprechend, Vader ist ja nicht jetzt direkt hinterher. Hm. Okay, du versuchst das zu entkräften. Ja, klar, kann man. Also, ne? Also, das bedeutet, die können ein Schiff, wenn die wissen, das ist daher geflogen, also, du meinst, die haben die Nummer nicht vorher registriert und wissen nicht genau, ob dann, wenn die hinter der Herr sind, ob das das Schiff war, das meinst du, ne? Und deswegen kann sie sich mit der Friedensmission rausreden. Ja. Klar. Also, ich mein, die greifen das Schiff nicht an, ja? Vader greift das Schiff nicht an, äh, weil er weiß, oder weil er nicht weiß, ob das das richtige Schiff ist. Also, davon gehe ich aus, dass er ganz genau weiß, dass die Pläne da an Bord sind. Aber Leia versucht natürlich alles, um halt irgendwie den diplomatischen Schein zu wahren. Äh, dementsprechend kommt dann halt auch genau so eine Aussage, wie sie da kommt so. Aber ich finde halt, man kann jetzt, weißt ja jetzt nicht, wo sie hingesprungen ist. Ja. Also, wenn das immer so wäre, dann hätte das Imperium ja auch jederzeit irgendwie einen Rebellenstützpunkt irgendwie, keine Ahnung, wäre irgendwie fünf Meter davor gelandet. Also, versteht ihr, was ich meine? Ja, klar. Ja. Und, dann wären die Filme auch insgesamt, überhaupt das gesamte Universum deutlich weniger spannend. Wenn, wenn die immer gewusst hätten, wo sie sind, dann wäre es sowieso egal. Und es kann ja halt, wie gesagt, dann hätte es den Tod ja noch nicht gebraucht. Ja. Es kann ja wie gesagt sein, dass es schon noch ein bisschen Zeit dazwischen ist, beziehungsweise Leia schon den Anschein wahren kann. Ich weiß, es ist dünn, ich will es auch gar nicht beschädigen, so, ja, keine Frage. Es ist trotzdem gut gelungen. Also, da gab es schon holprige Übergänge zwischen Filmen und, also, ja, alles gut. Also, das ist nur das Einzige, ich glaube, du hast mich darauf gebracht, ne? Oder, mit der, mit der Geschichte, mit, mit, also, wenn man es wirklich, wenn man es wirklich eins zu eins aneinander klebt, dann passt es halt nicht, weil er, weil er sie wegfliegen sieht da. aber Vader soll erst mal beweisen, äh, genau, ja, natürlich, er weiß, natürlich findet man, ähm, findet man eine Erklärung, klar, ganz ohne Zweifel, aber, man hätte es, wenn man puristisch, ne, überpuristisch drangeht, dann passt es halt nicht ganz genau, aber, hey. Ich finde, viel entscheidender ist die Frage, eigentlich, warum ist das im ersten Teil, also in Episode 4, warum ist das Schiff inzwischen so langsam, weißt du? Also, wie kommt es, dass der Sternzerstörer direkt hinter dir her fliegt? Ja, da bin ich technisch jetzt, ich bin mehr aus dem Star Trek Lager, aber technisch, ich weiß nicht, kann, können die, äh, kann die Energie irgendwann leer sein? Haben die, äh, Treibstoff für ihren, äh, Hyperantrieb? Vielleicht ist der leer irgendwann. Vielleicht haben sie auch einen mitgekriegt noch, ne, also, das kann ja auch sein, also, wer weiß es. Aber es wird nie, nie, wurde ja auch in Episode 4 nie erwähnt, wieso denn Vader direkt im, oder ob die einen Traktorstrahl, äh, genutzt haben, weil sowas haben die ja auch, das wissen wir ja über den Todesstern. Ja. Aber das, das ist ja mit dir halt auch. Aber findet ihr denn, ähm, Rogue One wertet sogar Episode 4 auf, weil, also, das, das hab ich schon von mehreren gehört, die sagen dann halt auch, ähm, ja, weil dieser Todesstern jetzt in Rogue One Badass war und am Ende von Episode 4, wenn das Ding endlich vernichtet wird und es wird endlich plausibel erklärt, warum kann man überhaupt so einfach den Todesstern in die Luft jagen? Wo es ja jahrelang Comedy-Nummern gab und, 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 Family Guy, etc., die Robot Chicken, die haben das alle natürlich ins Lächerliche gezogen und durch diesen Trick haben sie es endlich, ja, Spaceballs, ja, Weltraum, übrigens, Rogue One hat von, von der Weltraumputze geklaut, denn da gab's auch schon dieses kompletten Schild, das Schild mit dem einen, mit der, mit dem Aufschiebe, mit dem Aufschiebetür. Ja, ja, weil es ist im Grunde das wie bei Rogue One jetzt. Genau, Fanservice für Spaceballs. Ja, haben von Spaceballs geklaut, ja. Ähm, nee, aber meine Frage, der Quote war nicht ganz so schwierig. Fandet ihr? Nee, aber fandet ihr denn, Episode 4 hat sogar dadurch ein bisschen gewonnen oder, oder eher nicht? Ja, finde ich schon. absolut, denke ich auch. Ja, ich meine, auch Vader nochmal so richtig badass zu sehen, ne? Wir müssen jetzt nicht, wir müssen jetzt nicht, äh, Episode 4 dann auch inhaltlich irgendwie höher jubeln, als er ist, so, ne? Also, ähm, das ist auch eine sehr relativ einfache Geschichte, ja, keine Frage. Natürlich. Aber ich finde das halt, ich finde das sehr schön, dass sie einfach auch diese Gelegenheit genutzt haben, ähm, um damit entweder, ja, so ein bisschen aufzuräumen, dem Ganzen entgegenzuwirken oder sonst irgendwas. Also so, von wegen, wir haben euch verstanden, es war schon immer eine sehr vage Nummer, die wir hier durchgezogen haben, aber sie hat funktioniert, um den Film zur Popkulturlegende zu machen. Ja. Ähm, aber jetzt gehen wir hin und geben euch nochmal eine Erklärung, warum es ausgerechnet diese Öffnung gab, die eine Kettenreaktion auslöst, aber die muss man halt erstmal treffen, was halt nur so ein Bauernjunge von irgendeinem Wüstplanet schafft, ähm, ja, und geben dem Ganzen einen Sinn, einen Hintergrund. Und ich finde das cool, also wirklich, ich finde es cool. Ich, ich finde, dadurch gewinnt das ganze Universum an Fülle, an, an, an Konsistenz, an, wie soll man sagen, an Futter, an, an, an Speck, an Fett, oder wie sagt man dazu? Weißt du, genau, Fleisch an Knochen, ja, richtig. Das ist für mich ein weiteres Stück Fleisch, was dem Ganzen hinzugefügt worden ist, was sich halt, wie gesagt, ein großes Universum anfühlt bei Star Wars. Und das finde ich cool, finde ich wirklich, warum nicht, ey, also, äh, also, das war für mich auch so eine nette Überraschung. Ich habe in diesem Film so viele nette Überraschungen gehabt, ja, ich meine, ich sehe Tarkin, und ich sehe Tarkin, Tarkin ist tot. Ich sehe Tarkin ist digital. Boah, krass, die machen das wirklich, die ziehen das wirklich durch. Die trauen sich, Bums, cool, Überraschung. Fand ich cool. Habe ich nicht mitgerechnet, beziehungsweise man hat ihn zwar im Trailer gesehen, aber das hatte ich schon wieder vergessen, weil ich mir nur einmal angeguckt habe, so. Und, ähm, dann, dann, weiß ich nicht, dass da auf Dings, auf dem, wie heißt der, Jeddah, ja, diese große Jedi-Statue, die da im Sand liegt, wo die sich am Anfang treffen. Was wir noch da, damals bei der Traileranalyse da irgendwie, ist das jetzt ein natürlicher Felsen, der nur so aussieht, oder ist das eine Statue? Das ist doch keine Statue, was weiß ich, ja, wo ich, wo ich mich doch von Eddie irgendwie auslachen lassen musste, irgendwie, weil, weil ich gedacht habe, dass es halt, oder gesagt habe, dass es halt wirklich eine Statue ist. Ja, ja, genau. Das ist alles so nebenbei und mittendrin und so und das ist alles so, weiß ich nicht, das ist alles ein nettes. Viel Liebe zum Detail. Ja, mein Detail, aber es ist auch so eine Würze quasi, die halt einfach noch mehr in die Star-Wars-Suppe reingestreut wird, so wie es jetzt auch die Clone Wars oder Star Wars Rebels gemacht haben. Mhm. Ich habe gerade so ein fettes Buch geschenkt bekommen zum Thema Star Wars mit allen Figuren irgendwie, die jetzt irgendwie in der offiziellen Kanon-Reihe irgendwie relevant sind oder mitgespielt haben oder wie die miteinander verflochten sind und so und ich finde das, ich finde das cool, das ist mein Kosmos. Okay, Feierabend, ja, also, ähm, es gibt Leute, deswegen, das ist so ein, wo ich mich zum Beispiel auch nie irgendwie erdreiste, großartig drauf rumzuhacken oder so, ist Harry Potter, ja, es gibt so viele Menschen, die sind mit Harry Potter irgendwie, ähm, aufgewachsen, haben die Bücher alle gelesen und haben dann die Filme gesehen und so. Die werden dem Film wahrscheinlich viel mehr Sachen verzeihen als ich oder viel mehr Sachen schlimmer finden als ich an den, an den Filmen. Ähm, und das ist deren Ding so, ja, ich habe meine, meine Einstellung zu Harry Potter ist eigentlich relativ neutral, es gibt Filme, die gefallen mir gut, es gibt Filme, die gefallen mir überhaupt nicht. Ich finde den sechsten Teil zum Beispiel auch eine Katastrophe, aber ich würde mich niemals erdreisten irgendwie an der, an der, an der Welt, an der, an der Figur, an der Liebe zu dem, also an dem, an dem Fantum zu dem, zu diesem ganzen Universum irgendwie, ähm, das ins Lächerliche zu ziehen oder irgendwie so drauf rumzuhacken, weil ich habe das Gleiche mit Star Wars. Das ist mein Harry Potter so, ja, und es gibt wahrscheinlich wiederum andere Leute, die haben Star Trek, ja, da kann man auch zigtausend Gags drüber machen, aber wenn das halt sein, wenn das der Bereich ist, für den man sich halt irgendwie erwärmen konnte, für den das Herz schlägt, so, dann verteidigt man das auch, beziehungsweise dann, dann nimmt man da alles anders und leidenschaftlicher vielleicht auch wahr, so, und, ähm, ja, Star Wars ist mein Ding und was ich an Rogue One halt so, so mag und was mir halt auch diesen, ja, diesen Panzer innerer Zufriedenheit irgendwie ermöglicht, das ist halt einfach, ich habe gekriegt, was ich wollte, das ist, ähm, hier und da hat es die Überraschung gehabt, ich, äh, ich durfte, der Film hat mich wieder zum Fanboy, oder hat mich zum Fanboy werden lassen, ich habe halt mich an so vielen Sachen und Dingen erfreuen können, dass mich halt irgendwie die Sachen, die halt nicht so stark waren oder die halt auch echt fehlerhaft waren, dass die mich aber nicht so weit gestört haben, sondern dass ich halt einfach leidenschaftlich mich in diesen Film habe fallen lassen und ich hatte da so viele, wirklich Gänsehaut-Momente und Wow-Momente, gerade als Jin das Hologramm von ihrem Vater sieht und dann die Stadt irgendwie von dem Laser getroffen wird, das fand ich so cool, wie sie es gemacht haben, dass sie gar keinen, dass sie quasi diese riesengroße Explosion so eher nebenbei inszeniert haben oder reingeschnitten haben. Ähm, ich fand das auch auf dieser, wie heißt denn diese, dieser Planet, wo Jins Vater stationiert war, der da halt in dieser Forschungssituation, die sie mit den TIE-Files, er mit den X-Wings, Ja, das war ja auch so cool, dass es so viele verschiedene Planeten diesmal gab, ich kann dir leider nicht mehr die Namen alle sagen. Ja, ich weiß, ich weiß den Namen auch nicht, aber ich fand das, ich fand diese, diese, dieser, dieser Sniper- und Schleich-Missions-Moment zu Beginn, als sie da auf dem Planeten sind, weißt du, wo, 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 wo er da hochkraxelt, wo er da hochkraxelt zusammen mit den Dings und dann sich da in Position macht, Jinn parallel dazu diese Leiter hochklettert, dann der Asiat, die beiden Asiaten noch irgendwie auch nochmal irgendwie durch die Berge ziehen, so, ich fand das hatte so Kanonen von Navarone-Charme, weißt du, also das war, das war für mich, das wie auch die erste Lagebesprechung bei den Rebellen, das hatte mich für mich so richtigen, ähm, altmodischen Kriegsfilm-Touch, so eng britische Geheimtrupps oder, oder Spezial-Sondertrupps infiltrieren irgendwie hinter den deutschen Grenzen, irgendwas, der Adler ist gelandet und sowas, so, das hatte für mich so diesen, diesen Flair gehabt davon und all das so, das hat alles irgendwie zusammengewirkt, mir ist das auch nahegegangen, irgendwann, äh, als das mit dem Vater passiert ist und so weiter und so fort, also dementsprechend, und dann wird der Film halt einfach immer besser, ja, der hatte zwischendurch auch so einen Leerlauf, der hat den Hänger, ja, ja, meiner dieser Momente, ich stecke ja nicht ganz so tief drin, obwohl ich auch großer Fan bin, aber mein, mein Moment, der da drauf passt, ähm, ist die, ist Darth Waders Festung, so, die, die, ähm, die gibt es, die gehört ja eigentlich, also so wie sie ursprünglich mal, ähm, geschrieben war, gehört ja das nicht mehr zum Kanon, aber die ist ja jetzt, die haben sie ja auf, wie heißt das Ding, Muster, wo, wo, genau, wird nicht eingeblendet, aber ist der Planet, wo Obi-Wan und, und Anakin dann gekämpft haben und dann das nochmal, er da in diesem, in diesem, ähm, in diesem Tank, äh, liegt das, der ganzen Sache nochmal diese, was ja auch eine, was ja auch eine, eine Analogie zu, zu Luke ist, äh, in diesem Tank und, ähm, das war so der Moment, der, der mir das nochmal hochgehoben hat, an dieser Stelle, wo ich jetzt nochmal mehr, ähm, äh, ja, was heißt Verständnis, aber diesen, diesen Übergang von, von den, äh, in die Episode 4 und wer ist Darth Vader und, ähm, warum ist bei dem nie alles in Ordnung unter dem Helm und so, ähm, was ja nur durch, ähm, durch Episode, ähm, die wir wollen sie nicht nennen, äh, ja nicht so richtig funktioniert, für mich jedenfalls. Genau, das kam auch aus dem, das kam halt aus dem Extended Universe, ähm, normalerweise hat er auch wohl im Extended Universe das ist eine Festung oder sowas, aber auf so einem Säureplaneten oder Säure zerfressenen Planeten. Wie auch immer, ich hab keine Ahnung, aber da passt für mich halt gut hin. Genau, es sind aber auch viele solche Sachen halt dann, ähm, wo man dachte, ach, das kommt nie wieder, wo sich die Fans damals so aufkriegt haben, haben sie so ein paar Extended Universe Geschichten so ein bisschen auch in Rogue One reingebaut, also da gab's noch so mehr Sachen, also für richtige Hardcore Fans, ich hab mir da auch ein paar Sachen durchgelesen, waren da sogar noch mehr, äh, Stücke drin, die man so auf den ersten Blick nicht sieht, was natürlich, oder die, was war das, grüne Milch, blaue Milch am Anfang? Blaue Milch. Blaue Milch, ja. Auch so ganz kleine Mini-Anspielungen, die, die sonst keiner wahrnimmt, aber deswegen sag ich halt, ein riesen Fanfilm im Endeffekt. Ja. Die blaue Milch ist mir aber auch direkt aufgefallen, da war ich so, oh, geil. Aber das fand ich cool, ich fand, das waren nicht so diese ganzen, es gibt so bewusst gesteuerte, äh, Fanservice-Momente, ja. Und es gibt halt diese so Nebenbei-Momente, und ich find so Nebenbei-Momente eigentlich meistens immer besser. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Weil die auch nicht jeder wahrnimmt, dann ist man vielleicht der Einzige im Saal, der in dem Moment sagt, ah, guck mal, ne, und alle anderen gucken einen nur doof an. Ich fand den Vader-Moment, den ersten halt leider irgendwie, der wirkte für mich so ein bisschen fremdartig, also ich, der wirkte so einfach, zack, wir müssen den jetzt bringen, so, weißt du, sonst, ja, so als Aufbau irgendwie. Also ich weiß nicht, ob, ich glaube, es wäre, glaube ich, noch stärker gewesen, hätte es diesen Moment nicht gegeben. Obwohl ich, und da gebe ich dir recht, ähm, der Moment, wo der, wo dieser, mit dem Mantel da, dieser Diener oder was es ist, wo der in den Raum mit der Plasma, also mit der, mit der Heilungsröhre reinkommt. Der Bagdad-Tank. Ja, ähm, der war schon geil. Da haben wir uns ja im Trailer gefragt, wer das ist. Richtig, da hat man immer gesagt, ist das, ist das vielleicht Vader, der zum Imperator geht? Ist das Vader, oder, ja genau. Ja. Und, ähm, das fand ich schon geil. Das danach, wie auch davor, das musste ich nicht unbedingt sehen. Das fand ich einfach, ich weiß nicht, ich mag diesen Festungsgedanken nicht so wirklich so. ich finde es eigentlich cooler, wenn Vader immer auf irgendwelchen Raumschiffen, Kampfstationen oder sonst irgendwas ist und da seinen Privatbereich hat, weil das gibt der Figur so ein bisschen, hätte auch gereicht, man hätte diese, von unnahbar, weißt du? Also das ist so, Vader ist so seine eigene Welt für sich, der braucht keinen Palast. Das ist so, das ist so, das klingt nach so einem Stolz, den Vader gar nicht nötig hat, weißt du? Weil er ist es ja, der, der, ja, der, der Galaxis den Frieden wieder bringt oder die das Gleichgewicht bringt. Und wenn man an Anakin denkt, erst recht nicht. Ja. Okay. Aber so hat jeder seins. Ja, die Zeit ist fortgeschritten, wir müssen da ein bisschen auf die Zube drücken. Ich würde vorschlagen, da müssen wir noch eine kleine Unterbrechung machen. Okay. Alles klar. Bin sofort da. So, dann kommen wir direkt zu meiner Top 5, aus Zeitgründen, weil ich leider weg muss, morgen früh arbeiten. alle krank. Der ganze Cinecast ist ein großes Lazaret. Meine Frau krank, ich krank, Das ist halt das Problem, zwei Kinder zu Hause und eine Frau mit Magen-Darm, das ist dann, dann wird es eng. Meine Top 5, ich gehe von hinten nach vorne, das ist schon so ein bisschen gewichtet, aber auch da, klar kann man sich über einzelne Positionen streiten. Auf Platz 5, ähm, der beste Katastrophenfilm, den ich die letzten Jahre gesehen habe und mich sehr positiv überrascht hat, Deepwater Horizon. Schön. Mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle, Kurt Russell und John Malkovich. Wirklich ein cooler Film, hat mich sehr überrascht. Das Thema ist halt sehr interessant, weil ich kann mich gut daran erinnern, weil es genau mein Geburtstag war. Am 20. April 2010 gab es den großen Blowout auf der Ölplattform Deepwater Horizon und danach gab es, bitte? Am 20. April. Ja, ich weiß, Hitler und Blümchen, ich weiß. Oder worauf wolltest du hinaus? Ja, nee, also, ja, ich wollte drüber sicher gehen, ob ich das richtig in Erinnerung hatte, dass an dem Tag noch ein paar andere berühmte Persönlichkeiten gewurzelt haben. Ja, das ist, neben mir haben da noch ein paar. Nee, die haben noch andere gewurzelt. Nee, hast du recht, ja, das ist halt so. Aber interessanterweise, die Jüngeren wissen es gar nicht mehr, so in unserem Alter, die Leute, die wissen das noch, aber, ähm, ja, super Film, ähm, auch von den Effekten her schön dezent, aber cool gemacht und man hat die ganze Zeit dieses, das Beklemmende, was man beim Katastrophenfilm haben sollte, dass es jeden Moment irgendwie dann, früher war es halt ein Vulkan oder was auch immer, ausbrechen würde oder halt dann diese Katastrophe passiert. Ähm, und bei dem Film ist halt, es ist halt sehr, sehr nah an der Realität. Man hat auch am Ende des Films sogar noch die, ähm, die Verstorbenen eingeblendet mit Fotos, also die wirklich Verstorbenen und, ähm, in der Summe war das echt ein runder Film. Bei Mark Wahlberg war ich erst ein bisschen skeptisch, weil er die letzten Filme, ja, dann doch eher so Michael Bay-lastig und nicht viel, nicht viel Fleisch, da sind wir wieder beim Fleisch am Knochen. Was ja meine Angst war bei dem Film. Nee. Als ich den Trailer gesehen habe, hab ich gedacht, ui, 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 und ich hab's ja leider nicht reingeschafft, ähm, deswegen kann ich nicht viel sagen. Überraschend gut, deswegen, also für mich ein ganz toller Katastrophenfilm, deswegen, äh, kriegt er einen Platz auf meinem Treppchen, ähm, ja. Du hast ihn ja nicht gesehen, Daniel, hast du ihn gesehen? Ich hab ihn gesehen und er ist für mich auch eine kleine, das hab ich auch bei dem Jahresrückblick von uns gesagt, beziehungsweise, oh nein, je nachdem, wann ihr das hier hören werdet, hab ich das gesagt, oder werde ich's noch sagen? Ich werde es sagen, gehabt haben werden. Äh, ich glaub, weil der kam nämlich in der zweiten Jahreshälfte erst raus. Ähm, letzten Monat, im November erst. Ja, genau. Der kam erst, und ich hab den halt schon vor echt, doch, längerer Zeit gesehen, aber, das war für mich so eine Mini-Überraschung des Jahres, weil, äh, ich hatte jetzt nicht so die großen Hoffnungen reingesetzt. Ähm, ich fand den Trader damals echt cool, den ersten, den's gab, wo das Mädchen mit der Cola-Dose das erklärt so. Mhm. Und ich muss sagen, mich hat der Film gut abgeholt, wirklich. Ich fand, die Figuren waren ausreichend gezeichnet so. Ja. Beziehungsweise. Die DP-Leute auch so richtig, denkst du nur, ne? Genau, du hattest die richtigen Darsteller für die richtigen Rollen. Oh ja. Ja. Kurt Russell, ich mein, von dem hast du gar nichts erfahren, aber trotzdem, dem hast du abgenommen, dass er seinen Job schon Jahre macht irgendwie, und dementsprechend auch eine Fürsorge für seine ganzen Kollegen hat und so. Ähm, das fand ich cool und John Malkovich, den fand ich halt echt, den fand ich so herrlich scheiße. Ja, der war so herrlich, der war so herrlich Arschloch. Ja. Und dementsprechend, äh, hab ich den echt, dem hab ich gerne zugesehen. Ich fand's auch echt cool, dass der da am Ende erst nochmal, dass der nicht gleich draufgegangen ist, so, sondern, dass der noch ein bisschen leiden musste. Und ich, also, Deepwater Horizon ist klar, ist ein Peter-Berg-Film. Ja. Äh, hat seine typischen Peter-Berg-Eigenheiten so, aber fand ich trotzdem auch wirklich einen sehr unterhaltsamen und sehr packenden Film. Hat mich richtig gut, äh, abgeholt. Und ich mag so Katastrophenfilme, die sich mal aus Wesentliche reduzieren und nicht immer so das große Ganze versuchen. Und die gibt's halt immer weniger, solche Katastrophenfilme, ne? Nachdem Emmerich irgendwie die ganzen Planeten zunichte gemacht hat, traut sich keiner mehr so richtig. Sondern, ich kann mich noch an San Andreas erinnern und halt natürlich Independence. Oh je, The Rock. Ja. Dreck-Scheiße. Und da ist das richtig schön. Ich mein, ehrlich, guck dir mal San Andreas an, wie lächerlich dieser Film ist. Ja, der ist tatsächlich sicherlich. Ich hab mir den auch, ich hab mir den angeguckt und wirklich den guckst du so weg, ne? Das ist halt jetzt kein Film, der dir weh tut oder so, aber das nimmst du halt auch so keine Sekunde ernst. Und bei Deepwater Horizon, das war halt geil. Das war halt wirklich, du hast halt echt gedacht, ach du Scheiße, in der Situation möchtest du jetzt nicht stecken. Und das, finde ich, ist das Beste, was so ein Film eigentlich erreichen kann. Plus der Hintergrund, es ist passiert und ich kann mich noch gut dran erinnern, wie lang sich das zog, weil die dieses Scheißloch nicht zugekriegt haben und das Öl floss und floss und floss. Also alles, was danach noch passiert ist. Gut, also das ist mein Platz 5. Auf Platz 4, haben wir gerade drüber gesprochen, hat es Star Wars Rogue One geschafft. Platz 3, 10, Cloverfield Lane. Zur Begründung, ich mag Kammerspiele, ich mag, ich mochte Cloverfield, ich mag, ich mag mittlerweile auch sehr gerne John Goodman in allen möglichen Rollen sehen. Und er kam halt extrem überraschend. Und da hat ja wirklich bis, ich glaube, einen Monat vorher keiner mit gerechnet. Und ich habe mir immer schon gewünscht, eigentlich einen richtigen Cloverfield, eine richtige Cloverfield-Fortsetzung. Aber dadurch, dass das halt so cool gemacht war in diesem Bunker und auch alleine. Und hier ja auch ausführlich. Deswegen, das hat mir so gut gefallen. Und Daniel, man darf nicht vergessen, ich habe nicht so viele Filme dieses Jahr gucken können, weil Kind und so weiter und nicht beruflich machen. Deswegen 10 Cloverfield Lane auf jeden Fall für mich. Und Mary Elizabeth Winstead, ich mag die auch echt gerne. Also ich sehe die ganz gerne. Die hat so schöne große Augen. Ja. Und wusstet ihr eigentlich, kleiner Funfact, das ist mir auch im Nachgang erst, habe ich das gelesen, dass Bradley Cooper ein Cameo auftritt hat. Den hört man als Stimme oder so? Richtig. Bradley Cooper spricht nämlich den Freund von Michelle, von Mary Elizabeth Winstead. Fand ich ganz lustig. Lustigen Funfact, weil das, klar, im Deutschen bekommst du es eh nicht mehr mit und im Englischen höchstens. Okay, Platz 3, Platz 2. Auch, ja, für viele, auf jeden Fall bei dem hohen Einspielergebnis schon eine kleinere Überraschung, für die meisten aber wahrscheinlich nicht. Da ist nämlich unser lieber Freund der Valentinsfilm schlechthin dieses Jahr Deadpool. Interessante Platzierung, aber... Ja, ich mochte auch da wieder, der Score war cool, die Action war gut gemacht, die Sprüche und ja, hat mir einfach gefallen und fand ich, wenn ich die Comicverfilmungen sehe, noch dieses Jahr auch mit das Stärkste, also noch vor Civil War und auch vor Doctor Strange. DC klammere ich jetzt mal komplett aus. Ja, leider. Ich bin ja eigentlich ein DC-Freund, aber nee. Aber da war nichts. Deswegen, für mich war Deadpool eine Überraschung und wie gesagt, wir können das gerne noch verschieben, also, ne? Deadpool auf 2 passt schon. Wir müssen ja jetzt ein bisschen wegen dir jetzt leider, wir können ja kein viel Zeit, das zu können. Könnt ihr ja gleich noch erörtern. Dann habe ich auf Platz 1 auch eine Überraschung des Jahres, habe ich auch nicht vorher mitgehendet. Für mich die größte Überraschung und ich wundere mich nicht, dass er bei dir auf dem ersten Mal ist. Ein französischer Film, Arrival, nein, Arrival von Denis Villeneuve. Denis. Denis, ja mit einem N, wie wird er dann ausgesprochen? Ja, ist schon. Nee, frag nur, Denis oder Dennis? Ja, da müsste er ein zweites. Denis? Denis, ja. Ja, den Mann ja durch Sicario, Enemy und ich fand halt Prisoners richtig geil. Das war für mich das Highlight immer noch. Enemy war sehr speziell. Ja, basiert übrigens auch auf einer Kurzgeschichte. Amy Adams in der Hauptrolle, Jeremy Renner und, und da sind wir wieder von Star Wars rüber zu Arrival, Forrest Whitaker als Colonel Weber oder Weber. Also, ich bin ja generell Sci-Fi-Fan, aber Arrival ist, das sag ich auch jedem, der bevor er in diesen Film gegangen ist oder so, hab ich gesagt, es ist kein Sci-Fi-Film, kein Alien-Film. Also erwartet. Er tahrnt sich als Sci-Fi auf den ersten Tag, aber das ist halt viel mehr. Ein linguistisches Meisterwerk. Ja, du, Arrival würde ich jetzt auch, sag ich jetzt mal, meine Top 5 auf jeden Fall packen. Ja, cool. Aber ein Treffer. Müssen wir drüber reden. Ja, ähm, ich, du, es ist ein starker Film. Es ist wirklich, der reicht mich auf so vielen Ebenen und halt aber auch gerade auf der emotionalen und ist da in dem Punkt für mich halt auch stärker als Interstellar. Ja. Ja, absolut. Aber da kommt auch wieder das Kind ins Spiel, ne? Ja, ja, es ist richtig, es ist vollkommen richtig, aber ich saß bei Matthew McConaughey, als er den Bildschirm sich anschaut, um festzustellen, dass seine Tochter innerhalb von, keine Ahnung, einer halben Stunde 38-Jahriger Alter ist und er so diese ganzen Stationen da irgendwie und diese ganzen Nachrichten abhört, da saß ich auch da und wollte ergriffen werden. Ja, und hab gedacht, ja komm, jetzt ist es soweit so, ja, jetzt hast du mich. okay, ich kann's nachvollziehen, ich find's krass, ich find's auch scheiße, beziehungsweise ich hätt auch keinen Bock und es hat aber, der Funke ist nicht übergesprungen, also es wollte einfach nicht irgendwie mich so packen, wie halt dann bei Arrival und bei Arrival find ich das halt noch ein bisschen cleverer, was heißt, oder cleverer, da find ich halt den Peak, der kommt da halt effizienter gesetzt, so, der ist effizienter, weil wenn du da am Ende sitzt und plötzlich erreicht der Film halt eine Emotionalität, die du vorher gar nicht erwartet hast, beziehungsweise auf die du nicht gekommen wärst und dann erst mal so im Nachgang irgendwie realisierst, was du da gerade eben gesehen hast, das war halt bei Interstellar nicht so, da musstest du erst nochmal alles irgendwie auseinanderklabüstern, ob das überhaupt hinhaut mit der Zeit und was weiß ich irgendwie, ich weiß noch, wie wir halt alle an der Auflösung von Interstellar irgendwie ein bisschen gerätselt haben und so, dass halt das Emotional, da halt wirklich komplett flöten gegangen ist, so, ja, das, weißt du, ich hab mir am Ende nicht irgendwie gewünscht, dass Matthew McConaughey jetzt auf dem anderen Planeten eine halbwegs frische Jessica Chastain irgendwie vorfindet, die jetzt nicht wie innerhalb von zwei Sekunden 50 Jahre älter geworden ist, sondern ich hab mich halt die ganze Zeit gefragt, okay, warte mal, wie haben wir in der Zukunft ein schwarzes Loch erstellen können, was die in die Vergangenheit schicken, damit die da durchreisen, um dann die Zukunft zu retten, so, also, weißt du, das war halt alles so viel Überbau bei Interstellar, der einem dann den emotionalen Kern vielleicht ja, halt verbaut hat, so, ne, und das war bei Arrival halt einfach nicht. Ne, gebe ich dir absolut recht, deswegen, für mich, mein Film des Jahres, ähm, ja, wie gesagt, für mich war's das, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, ich verabschiede mich jetzt in dem Sinne, ähm, ich bin gespannt, was ihr dabei noch spricht, ich werd's mir anhören, Henrik, kommt selten genug vor, ne, dass wir nicht dabei sind, bei dem, was wir produzieren. Genau. Ja, ja, wir werden noch eben schnell unsere Dinge, ich bin entspannt, ja, und, äh, dir noch einen schönen Abend und schöne Grüße an deine Frau und gute Besserung. gute Besserung, gute Besserung. Danke, danke, und, äh, ja, wir hören und sehen uns. Ja, bis dann. Hau rein, Tschüss. Tschau. Mach nicht so einen Krach, wenn du runtergehst, meine Frau schläft bestimmt auch schon. Die ist auch noch krank. Hier, der Sinekast ist ein, ist ein, äh, ganz großes, ähm, ganz großes Lazarett, alle sind krank. Ähm, suchst du noch was? Ne, die sind unten, ja. Äh, und wir sind ja hier mit unserem kleinen Studio ganz unterm Dach und, äh, deswegen muss der Jan jetzt gleich ganz durchs Haus. Aber bitte auf zehn Spitzen. Oh, ich sehe gerade, Vox kommt jetzt Argo. Über den auch, ähm, gut zu reden wäre, ne? Aber. Ja, ist ein toller Film. Ja, absolut, absolut. Ähm, haben wir hier an dieser, Stelle auch ausführlich, ähm, drüber gesprochen. Ich hatte ja so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit Ben Affleck, ähm, vor allem als Schauspieler, ähm, aber als Regisseur, ähm, lass ich nicht viel drauf kommen. Ja, also Regie, also Regie hat der wirklich echt einiges drauf. Ich bin echt auch wirklich auf den Batman-Film gespannt. Ja, ich, äh, das, das muss, das muss was werden. Das geht ja nicht anders. Also, sowohl für ihn, weil er ja auch viel Energie reinwirft, also auch viel, sich, ähm, viel die Schultern breit macht für das Thema. Und, ähm, dazu ja auch, äh, DC an der Stelle ja nun wirklich, äh, Nachholbedarf hat. Ja. Also Batman muss eigentlich ein Brett werden, aber ich glaube, da sind sich alle Beteiligten irgendwie bewusst und ich denke mal auch gerade Affleck selbst, ich meine, man hat schon, glaube ich, mitge, also, ich glaube, das war jetzt schon bezeichnend, äh, hier Seth Affleck, ähm, dass der, da, dass das nicht irgendwie spurlos an dem vorbeigegangen ist, so, wie, wie sich die ganze Welt über den Film lustig gemacht hat. Er ist tatsächlich ein bisschen angegriffen gewesen. Ja. Aber kann ich auch verstehen, weil er hat sich echt am wenigsten falsch gemacht, in dem gesamten Film so. Ja, aber jetzt macht er ja auch den Rücken breit, ne, so wie er da beteiligt ist mit allem drum und dran und was ich so lese, was er so von sich gibt jetzt in dem ganzen, ähm, in diesem ganzen Kontext. Ich glaube, ähm, ja, sie werden da, sie werden sich da Mühe geben, sagen wir es mal so. Ja. Hoffen wir mal. Ey, es wäre halt echt so ein, so ein, so ein Nolan, also so ein, weißt du, wenn er es schafft, irgendwie so einen neuen Nolan-Batman zu machen, also beziehungsweise einen anderen Nolan-Batman. Ja, man kann es sagen, das Gleiche. Also, wenn er es schafft, wenn er es schafft, irgendwie, wenn er es schafft, einen Affleck-Batman zu machen, der einen ähnlichen Wow-Effekt aufweist, wie ein Nolan-Batman, sag ich jetzt mal, ja, das wäre schon geil. Ja, ich, wie gesagt, ähm, ganz ehrlich, ich wünsche es ihnen ja auch ein bisschen, weil, ähm, sonst, sonst ist diese ganze rot und goldene Comic-Verfilmungsgeschichte, ähm, tritt sich ja sowieso langsam so ein bisschen aus und, ähm, da muss man auf der dunklen Seite in Anführungszeichen was passieren. Ich fände es ganz gut, das wird das Ganze beleben. Ähm, was mich mit dem Übergang wieder zu sowas wie nach Top 5, wir hatten ja im Vorgespräch festgestellt, dass das für uns beide ein bisschen schwierig war. ähm, ähm, also, ich hab auch jetzt, weil man, weil wir es Top 5 nennen, hab ich Nummern vor der Liste von Filmen stehen, aber, ähm, ich weiß auch nicht, ob ich die nicht auch noch wild verschieben könnte, aber, nur so mal unter uns Pastorentöchtern, war's denn jetzt ein gutes Kinojahr oder war's das nicht? Ja, das ist für mich, in meiner Position ist das natürlich jetzt ein bisschen, ähm, also, weil ich stehe ja unter einer, also, beziehungsweise, ich hab ja andere Befindlichkeiten, ne, soll ich das? Ja, ich glaube, ich verstehe, was du sagst. Weil, also, ich kann eigentlich sagen, es war ein gutes Kinojahr, weil ich hab dieses Jahr schon, ich hab echt Probleme mit, äh, dass ich über, also, ich hab schon, glaub ich, zu viele Filme für eine Top 25, so, aber, das liegt halt auch schon wieder daran, das war letztes Jahr ähnlich, ähm, weil ich halt nun mal in einer ganz anderen Position bin, ne, ich, ich betrachte das ja von einer ganz anderen Warte aus, ich wüsste nicht, ob ich jetzt wirklich so viele Filme im Kino gesehen hätte, wenn ich jetzt diese Filme nicht rein beruflich sehen müsste, so. Ja, ich hab das, für mich genau dieses Problem, ich hab ja, ich bin ja darauf angewiesen, auch, ich kann da ja nicht so journalistisch und mit diesem ganzen, ähm, mit dieser ganzen, äh, Vorbereitung und in dieser Summe drangehen und ich hab mal, ähm, wir haben zwischendurch, haben wir echt Angst gehabt um das Kinojahr, vor allem so in der Mitte des Jahres. Ja. Und in der Vorbereitung auf die Liste bin ich dann einfach nochmal sämtliche Kinostarts in aller Ruhe durchgegangen und da drin bestätigte sich das, so, das Jahr ging wirklich hervorragend los, gleich im, gleich im Januar waren ein paar dicke Dinger dabei, die uns haben hoffen lassen und tatsächlich ist es so im Juni, Juli, also auch stärker durchgesackt, als das sonst in dieser Zeit der Fall ist und da war auch viel Scheiß dabei. Der Sommer war eigentlich eine Aneinanderreihung von Belanglosigkeiten, so, ne? Ja, und, ähm, da haben wir dann schon befürchtet, es, äh, es kommt nix und das Ganze fand ja dann seinen Höhepunkt mit so Sachen wie Independence Day im Juli und so, was ja wirklich, oi, 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 ne? Da hab ich gedacht, jetzt ist ganz vorbei und, ähm, so zum Ende des Jahres hin, was ja auch nicht ungewöhnlich ist, ähm, zog es an, aber stärker an, gefühlt für mich, als, ähm, als, äh, das sonst der Fall war. Also, ich bin der Meinung, es war nicht das beste Kinojahr, aber es war tatsächlich auch für mich, also mit dem Mainstream-Kinokartenkauf-Ding, nicht das, äh, nicht das Schlechteste. Du, also, ich muss, ich, ich seh's wie du, ne? Der Anfang war echt stark, ich hatte halt schon echt vieles vom, vom Anfang, hatte ich halt schon im letzten Jahr gesehen, deswegen hab ich auch schon vieles dann in das letzte Jahr mit reingenommen, ähm, ja, und dann, okay, kriegst Deadpool, das war schon mal ganz, das war schon mal vielversprechend oder das war schon mal ein guter Anfang für Superheldenfilme, so. Und das war gleich im Februar, ne? Ja. Und, wirklich, ey, Deadpool, feiner Film, ey, ist halt nicht so an mich, also an mich gegangen, also, ich hab ihn zweimal gesehen, auf Deutsch wie auf Englisch, das ist ein toller Film, wirklich, er macht ultra viel Spaß, und, aber mir hat da noch was gefehlt. Ich hätt ihn noch nicht auf die zwei gewählt, Jan. Ja, also, ich weiß noch nicht mal, ob ich ihn irgendwie überhaupt mit aufnehme, so, weil, da gab's andere Filme. Der Film ist ein geteilter, fünfter Platz sozusagen, weil er mich wirklich überrascht hat, in seiner Art, und, ja, ich, also, ich mein, ich weiß nicht, ich fand das noch nicht mal überraschend, dass der Film, dass der Film so ist, wie er ist, weil, ich hab eigentlich, eigentlich hab ich ihn so erwartet, nach all der Arbeit, die Ryan Reynolds da reingesteckt hat, also, wenn er nicht so gewesen wäre, wie das, dann wäre er eigentlich eine Enttäuschung gewesen. Ich hatte die Befürchtung, dass es zu viele Kompromisse geben wird, so, dass sie nicht so konsequent damit umgehen, und das wäre ja tatsächlich die Enttäuschung gewesen, aber, ja, aber sie sind ja konsequent damit umgegangen, obwohl ich da halt auch wieder finde, dass sie trotzdem, ne, also, so edgy und unangepasst dieser Film gerne sein möchte, beziehungsweise, oder all das Unangepasste oder, oder kantige, was er anstrebt, erreicht er meiner Meinung nach nicht ganz, weil es sind trotzdem noch gewisse Formeln und Muster vorhanden, und Merkmale vorhanden, die der Film meiner Ansicht nach nicht gebraucht hätte, ja, also, auf die du hättest verzichten können, und er wäre trotzdem geil gewesen, vielleicht wäre er sogar noch geiler gewesen, ja, aber nimm mal das gesamte Finale weg, das ist einfach für eine Schrubbe, ja, das brauchst du echt nicht so, ja, und, ähm, hätten sie das eine Spur kleiner gemacht, mit noch ein paar anderen geilen Gags, oder vielleicht, vielleicht noch ein paar mehr X-Men, wenn's ginge, lass doch diesen ganzen Heli-Carrier-Rotz, lass den doch weg, so, äh, und, und mach einfach irgendwo in der schicken Location einen vernünftigen Show da und so, wo sich jeder nochmal irgendwie die Sprüche drückt, und es fallen ein paar Körperteile durch die Gegend, und, äh, ja, und am Ende passiert ja doch das, was da halt in dem Film passiert, weißt du, am Ende kriegt er halt trotzdem das Mädchen so, ja, natürlich, und er ist auch nicht so hässlich, weißt du, wenn man sich das mal teilweise im Comic anguckt, wie, wie verfallen der teilweise ist, wenn er die Maske mal abnimmt, und wie, wie übel der irgendwie aussieht, und dass Leute kotzen bei seinem Anblick und so, und da war er hier, das war ja schon relativ urban, muss man ja auch sagen, Ja, ja, Kompromisse, ich weiß, ich betreibe hier ein bisschen Nitpicking so, ich will überhaupt nicht fragen, er hat, er hat den ganzen Genre-Superhelden-Filmen, hat er auf jeden Fall erheblich gut getan, und das kann dem Film keiner absprechen, das werde auch ich nicht mehr absprechen so, dementsprechend alles fein, aber ich, ich gehe halt dieses Jahr, gab es echt doch einige Filme, wo ich sagen muss, die haben mich auch emotional richtig, richtig dick ergriffen und gepackt so, dementsprechend, ähm, fällt da ein Deadpool nicht unbedingt rein. Ja, kann ich ja gut verstehen. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe ihn dann reingenommen, weil er für mich eben auch ein, in dieser Comic-Verfilmungsgeschichte ein Highlight dargestellt hat, obwohl, ähm, Doctor Strange jetzt auch nicht so viel verkehrt gemacht hat, ähm, ich habe auch, äh, ich habe auch Civil War nicht mit auf der Liste, weil da habe ich mich langsam, obwohl der ja auch nicht der allerverkehrteste war, ähm, da habe ich dann schon Abstriche gemacht, aber ich war mir halt nicht sicher, mache ich das in die Top 5 oder mache ich es nicht? Ähm, ich habe, äh, eigentlich einen Film an der Stelle gehabt, ich wollte ihn eigentlich mit reinnehmen, ich hatte gar nicht gewusst, was, wie die Liste von Jan aussieht, ähm, wir haben es in, in der Vorbereitung die Listen nicht gezeigt, jetzt musste er leider weg, deswegen die schnelle Abfertigung, jetzt weiß ich's, weil ich, deswegen habe ich es gesagt, er teilt sich mit einem Film, den ich mindestens in die Top 5 habe nehmen müssen, ähm, auch in diesem Fall dann auf Platz 5, und zwar, ähm, The Big Short, der, ähm, für mich hervorragend funktioniert hat, der eigentlich ursprünglich mal sozusagen die, die erste Wahl auf Platz 5 war, weil ich nicht weiß, ob ich ihn mit meiner Platz 4 noch hätte tauschen müssen, aber, ähm, da, äh, hab ich einen, also diese, diese dokumentarischen Spielfilme, sagen wir's mal so, die haben ja dieses Jahr ganz gut funktioniert, ähm, was man dann bei mir dann auch gleich, ich mach das jetzt auch mal so, weil, ähm, dann können wir vielleicht so ein bisschen allgemeiner noch drüber reden, ähm, meine, mit meiner Platz 4, ähm, zusammenhängt, was, der mich wirklich, ähm, richtig gut, äh, unterhalten und auch, äh, thematisch gut reingepasst hat, nämlich Spotlight, ähm, hab ich, äh, auf Platz 4, was eigentlich auch ein, ähm, geteilter Platz sein müsste, aber da ist das Thema halt ein bisschen schwierig, das alles nicht so, da muss man, da muss man ein bisschen, äh, mit Vorsicht rangehen, aber war hervorragend gemacht, hat mir wirklich ganz, ganz gut gefallen, auch tolle Besetzung mit Michael Keaton und Rachel McAdams, Mark Ruffalo, also, ähm, da hab ich, äh, da hab ich großen Spaß dran gehabt, also, nicht inhaltlich, sondern als Film, ähm, hast du ihn gesehen? Spotlight? Ja. Ja, hab ich gesehen. Ja. Äh, auch ein toller Film, ich, ich find's nur, bei Spotlight, ich glaub, hab ich den mit meiner Größe Auswahl genommen? Nee, hab ich nicht, weil, äh, mit Thema Kinder und Kindes, äh, Missbrauch, hab ich jetzt, hab ich zwei Filme, die mich mehr erwischt haben, die ich auch in meine engere Auswahl, äh, nehmen werde. Ich kann verstehen, dass man Spotlight irgendwie, äh, wirklich in seine Top-Ten-Liste oder Top-Five-Liste mitnimmt, das ist ein klasse Film, ähm, das ist großartig gespielt, äh, was aber in dem Film wirklich so großartig ist, ist seine dezente Haltung, der trägt nicht irgendwie zu dick auf und überdramatisiertes Thema nicht, weil es einfach das Thema an sich ist, was einfach schon dramatisch geworden ist. Naja, es geht halt sehr, sehr, ähm, subtil mit der ganzen Sache um, ohne es zu beschönigen, in irgendeiner Weise, also unterzustehen. das sowieso nicht, aber halt, er, er, er macht da auch nicht so ein künstliches Drama draus, so, weißt du, es gibt da nicht diese, diese typischen, typischen, geb mir den Oscar-Szenen, weißt du? Also, das stimmt. Das ist halt sehr nüchtern betrachteter und, und deswegen auch so erschütternder Film und, äh, finde ich auf jeden Fall auch klasse Film, aber auch der, wie gesagt, da hab ich zum einen so ein bisschen, wenn der jetzt nicht den Oscar als bester Film bekommen hätte, ich weiß nicht, ob der da so ein, ähm, naja, ob man heute noch drüber reden würde, weißt du? Mhm. Das ist so die Sache. Ja, stimmt schon. Ja, also, nicht, dass es, weil der Film schlecht ist, sondern ganz einfach, weil die Wahrnehmung eine ganz andere ist. Ja. So, äh, der Oscar hat den Film und seiner Bedeutung eigentlich doch noch ganz gut getan, glaube ich, auch dann hier dann in Deutschland und so, ja, wer weiß, wenn der da irgendwie nicht ganz so ein starkes Rückgrat gehabt hätte, dann wäre der vielleicht auch eher unter Ferne liefern, so von wegen hier, einen der besten Filme, die sie nicht gesehen haben. Ja, ja, kann sein, aber das, also für, für mich und meine Liste ist, ist ja Gott sei Dank, das kein Maßstab, ne, oder es sollte für uns kein Maßstab sein, ob man so hätte, wäre, wenn. Ich kann's vollkommen verstehen, ist ja auch echt ein feiner Film, also wirklich. Aber da gab's halt zwei Filme mit Kindern, die mich dann doch, äh, ja, die meinem, meiner Top-Liste eher vertreten sind. Ja, dann, äh, 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 machen wir das erst mal einmal fertig, ähm, und dann können wir, ähm, können wir gerne, ich werde vermutlich, ähm, wenig zu dem beizutragen haben, was du auf deiner Liste hast, wir werden sehen, wir werden sehen, wir werden sehen, ähm, äh, 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 überraschend, ähm, da haben wir gerade schon ausführlich drüber gesprochen, Rogue One, ähm, der sich jetzt so zum Ende des Jahres nochmal einen großen Platz, äh, äh, in der, im Herzen dieser Liste sozusagen erspielt hat, ähm, er muss nur, bitte? Jetzt, und jetzt sag doch mal ehrlich, Rogue One ist doch echt Balsam für die Blockbuster-Nähle, Absolut. Nachdem wir jetzt irgendwie das ganze Jahr über echt solche Highs, also so Lows eigentlich, gab's so viele Lows, fand ich, ja, gerade in diesen ganzen großen Bereichen, ich meine, ich, ich hab ja nichts gegen diese Filme, ich geh ja gerne rein, mit der Absicht, mich berieseln zu lassen, aber, also die meisten von den Filmen, die haben mich entweder angenervt, oder, oder angeödet so, ja, und, und ich versteh's nicht, also das ging doch früher auch so, also das ist doch, äh, Ja, aber es ist jetzt mal, ähm, ähm, ich hab ja, ähm, ich hab ja auch Kritik gehört, warum muss da unbedingt jetzt, warum darf da keiner überleben, ähm, ja, Arschgeleckt, wir brauchen sie nicht, so, Ende, der, der Film, das ist ja eine von den Sachen, von denen ich glaube, dass sie Rogue One für mich so, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, ähm, so erwachsen macht, sozusagen, für, für so ne, für so ne Geschichte, einfach konsequent den, 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 den wichtigsten, den wichtigsten, ähm, ja, der wichtigste Ursprung für diesen Film, kriegen wir in Form von zwei Sätzen im Fließtext von Episode 4, viele wichtige Menschen mussten ihr Leben lassen, um die Pläne für den Todesstern zu bekommen, was bekommen wir in Rogue One? Genau das. Viele wichtige Leute, viele tolle Menschen lassen ihr Leben dafür, dass am Ende Prinzessin Leia die Pläne für den Todesstern hat. Ende der Diskussion. Und in der Zwischenzeit 130 Minuten, ähm, schicke, äh, 8080s die Palmen zertreten. Was will man denn mehr? Ja. Also, na, und so muss das doch funktionieren und so haben doch diese Filme zu unserer Zeit sozusagen ja auch funktioniert. Und deswegen feiere ich das so. Und dann, ich, wirklich, das, das musste, ähm, so sein. Und wir sind wirklich froh. Wir haben ja ganz schön, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber wir haben ganz schön gezittert, als dieser Lukas-Verkauf an Disney und was jetzt passiert und, ähm, R2-D2 mit Mickey Mouse Ohren, diese ganzen Bilder, die durchs Netz, äh, erbrochen wurden in der Zeit danach. Ja, und läuft doch. So. Ne? Und ob es die richtige Firma ist, die jetzt die ganze Knete bekommt, ähm, da können wir lange drüber streiten, da bin ich, äh, da bin ich gerne bereit, aber, ähm, erst mal für das Franchise und für uns ist doch alles prima. Ich, äh, kann mich momentan auch nicht beschweren, so. also wir haben jetzt zwei Filme gehabt, die, ähm, halbwegs abgeliefert haben und, äh, es kann nur besser werden, beziehungsweise, ähm, ich denke, das wird, ich denke, das wird ganz gut laufen. Wir haben auch gesehen, wie es halt schlimmer sein kann, ne? Und irgendwie die, äh, Episode 1 und 2 jetzt auch irgendwie im Nachhinein noch hoch zu jubeln, weil sie noch irgendwie experimentierfreudiger waren, als, äh, Teil 7 ist jetzt irgendwie auch so ein bisschen, ja. Ja, macht sie ja nicht besser. Also sie ist ja eine Rechtfertigung und nicht, ähm. Ja, aber, also weißt du, also das muss man jetzt auch nicht, weißt du, da waren halt wirklich viele Fehlentscheidungen, ja, und man merkt ja auch anhand von, äh, den ersten drei Episoden, dass Lukas sich mit einigen, ein, zwei Positionen verkalkuliert hat, so. Also dementsprechend, ja. Egal. Alles gut. Rogue One war cool und, äh, jeder, der es auch cool findet, äh, da freue ich mich drüber und, äh, die jetzt halt nicht so gut finden, ja gut. Ja, geschenkt. Hoffen wir das halt so der Acht oder irgendwas anderes gut finden. Also, ist ja alles cool. Ja, so sehe ich das auch. Ja. Ja, ähm, ein, ich weiß nicht, auch umstritten, aber der Film, der mich, interessanterweise habe ich immer relativ weit oben in der Liste, also es ist mir in den letzten Jahren aufgefallen, die Filme, die mich relativ früh im Jahr dann gleich packen und, ähm, in diesem Fall hat mich gleich der allererste Film in dem Jahr gleich gut gepackt, auch keine Überraschung, ähm, das, und, ist ein bisschen schwierig, den noch da reinzupacken, aber in Deutschland ist Revenant am 6. Januar gestartet, deswegen ist er bei mir auf der Liste und, ähm, ich wusste nicht, wohin. Also, das ist jetzt wieder das mit dem, mit dem, ähm, mit diesem, ist das wirklich jetzt eine, eine reale Reihenfolge, die wir da haben und deswegen, ähm, ich weiß es nicht, ob das Platz 2 oder Platz 3 ist, es ist aber auf jeden Fall ein wichtiger Top 5 Film für mich mit dem ganzen, ähm, Getue, ähm, der danach kam, ein, ein großer Film für mich und deswegen ist Revenant an dieser Stelle und, ähm, da ist ja auch reichlich schon drüber gesprochen worden, ich weiß nicht, müssen wir hier jetzt nicht mehr machen, ne, glaube ich. Du, ich hab echt schon so viel zu dem Film gesagt, es ist, äh, es ist, es ist ein, es ist ein toller Film, keine Frage, aber, äh, erstens hab ich ihn letztes Jahr schon gesehen und, äh, dementsprechend auch letztes Jahr, glaub ich, schon mit auf die Liste gepackt und das auch eher, weil ich halt, sag ich mal, wirklich den Aufwand und Dimension und was weiß ich des Filmes anerkenne, nicht unbedingt, weil er mich im Kino auf Anhieb bespaßt hat, so, also ich fand ihn teilweise auch ein bisschen anstrengend, aber das ist, das steht auf einem anderen Blatt, also, wie gesagt, der Film hat für mich Momente, die er nicht gebraucht hat, meiner Ansicht nach und das nimmt ihn so ein bisschen von Wucht, aber nichtsdestotrotz hat er noch so viel Wucht, äh, dass man ihn im Kino erlebt haben sollte, weil das hat wirklich noch genug Wucht über. Ja. Er ist auf jeden Fall ein, ein großer Leinwand-Film. Es ist ein kraftvoller Film, ganz einfach. Ja, und, ähm, ich denke, äh, ich hab jetzt, ich hab ihn dann nochmal aus der Konserve gesehen und hab festgestellt, dass das, äh, ja, es ist immer so, mit dem zweiten Mal angucken und dann auf der, obwohl verhältnismäßig großen, aber trotzdem kleinen Glotze. Ich glaube, da muss man nochmal in so eine Matinee, glaube ich, dann im Kino. Ich hab den ein bisschen über Sky, der läuft ja jetzt momentan auf Sky, mehrfach, und, ähm, ich bin auch immer wieder zwei, dreimal hängen geblieben, weil die Kamerafahrten und so, das ist ja schon geil. Ja. Ja, also da kannst du ja nichts gegen sprechen, das ist ja wirklich einfach, äh, ganz große Plankunst und, dementsprechend, für mich wird's halt immer dann wieder schwierig, wenn dann diese ganzen geflüsterten Halbsätze im Offset, äh, und, und irgendwelche Visionen von irgendwelchen schwebenden Indianerfrauen und so, ähm, das, also tut mir leid, das sind da, da steig ich dann aus, wo ich mir denke, ey, Freunde, das brauch ich nicht, so, ja, also das kann ich mir bei Terrence Malick angucken, das will ich mir jetzt bei Ina Reed ähm, ja, ist immer so eine Frage, ne, inwieweit dann so dieses Meta-Geebene dann da wirklich, ähm, dann sinnvoll ist, aber da, also für mich hat's ganz gut funktioniert und deshalb, ich, ich sehe deinen Punkt, aber in Summe. Du, wirklich, ich möchte den Film auch gar nicht schlechtreden, ich möchte einfach nur versuchen zu vermitteln, warum er mir jetzt, emotional halt einfach nicht, irgendwie, nicht so erreicht hat oder, oder nicht irgendwie so einen hohen Stellenwert genießt, ne, also wirklich, gegen die Klasse dieses Films würde ich dich niemals, würde ich mich niemals trauen, irgendwas zu sagen, aber halt, ähm, es gibt ja auch die Gefühlsebene und die war bei mir halt einfach nicht so stark, ganz einfach. Absolut. Naja, und, äh, Platz 1 haben wir schon drüber gesprochen, der gleiche Platz wie, äh, bei, ja, Michael Reifel, der für mich die größte Überraschung dieses Jahr war, der, ähm, aber da haben wir auch gerade schon, ja, ähm, drüber gesprochen, der die subtilste und tiefste Geschichte für mich erzählt hat dieses Jahr und deswegen für mich die größte, ähm, den, der, ja, das, ja, Platz 1 halt war für mich ganz ohne Zweifel der beste Film, den ich gesehen habe dieses Jahr. Du, und, ähm, also beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es der beste ist, das kann ich noch nicht sagen, aber, ich sag mal, Top 5 würde ich jetzt Arrival auch mit reinnehmen. Wir haben ja bei Kino Plus, haben wir so eine, äh, Jahresbestenliste gemacht mit den Filmen, die halt nur 2016 in Deutschland schon erschienen sind, also, welche Filme wir davon gut finden und da kann ich aber meine Top 5 sagen, ähm, für die 2016er Filme in Deutschland, ähm, das ist Raum, ja, äh, den fand ich halt einfach, das mit Thema Kinder, ja, den fand ich halt einfach ganz, ganz stark, ja, dieses Kammerspielartige am Anfang und dann die Bewältigungsphase ab der Hälfte und dann in der Mitte diese, sag ich mal, ähm, Fluchtszene, die halt einfach, weil, die mich komplett fertig gemacht hat, ja, weil ich echt wirklich so mittendrin war und, und, und so mit dem kleinen Jungen mitgefiebert habe, das, äh, war sehr, sehr erstaunlich, weil der kleine Junge aber auch wirklich so geil ist, der Jacob Tremblay, also hat es auf jeden Fall richtig, richtig gut gemacht und, ja, Arrival ist auch in den Top 5 dabei gewesen, dann, äh, auf Platz 3 hatte ich Train to Busan und das ist dieser koreanische Zombie-Film mit den Zombies im Zug quasi, dann habe ich Rogue One auch und The Big Short wäre bei mir hier auf der Liste auf Platz 5 genau, der war ja bei mir da auch das ist hier genau, das ist halt die Filme, also die Top 5 der Filme, die halt in Deutschland 2016 rauskommen, wenn meine persönliche Top 5 sieht glaube ich noch ein bisschen anders aus, weil Big Short habe ich zum Beispiel letztes Jahr schon gesehen, den hatte ich auch letztes Jahr da schon in der Liste mit drin, ähm, Rogue One haben wir jetzt so viel drüber gesprochen, den würde ich jetzt einfach auch mal aus der Liste rausnehmen, ähm, welche ich auf jeden Fall drin lasse, sind Raum und Arrival, ja, die würde ich auf jeden Fall jetzt in meiner Top 5, also beziehungsweise in 5 Filmen, die mir dieses Jahr, die ich richtig geil fand, da würde ich jetzt erstmal die beiden hervorheben und so, ähm, dann kommt auf jeden Fall, und das möchte ich hier an dieser Stelle mal machen, weil ich finde, der Film kann nicht genug Kredit bekommen, beziehungsweise, den möchte ich gerne irgendwie, äh, pushen, wo ich nur kann, das ist der Nachtmar, das ist, äh, der deutsche Film von dem, äh, Achim Bornhack, aka Akis, äh, weil der Film war für mich einfach die größte Überraschung des Jahres, weil ich hab die, das hab ich auch schon einfach gesagt, ich hab die Beschreibung gelesen von dem Film und hab gedacht, nee, das kann einfach nur ganz, ganz großer Dreck werden oder einfach nur gnadenlos in die, in die Tonne gehen und der Film hat mich echt auf so vielen Ebenen erreicht und, äh, überzeugt und eigentlich auch echt begeistert, einfach, dass ein deutscher Film daherkommt und so ein krasses, so ein crazy Shit irgendwie erzählt, ohne Rücksicht auf Kompromisse und Verluste und das aber auch mit einem absolut hundertprozentigen, sag ich mal, Pflichtbewusstsein, so, ne, also der wollte das alles, was er zeigt, irgendwie bringen, erzählen und genau auf die Art und Weise und das zieht der Film halt einfach konsequent durch, deswegen, äh, verdient der Nachtma auf jeden Fall hier in dieser Top 5 oder in dieser, ja, wie soll man sagen, Lieblinge 2016. Jahresabschluss-Lieblingsliste. Genau, verdient er auf jeden Fall äh, einen Platz, dementsprechend möchte ich ihm hier den dritten geben. Dann werden wir hier alle unsere Hörer auffordern, auf die eine oder andere Weise, ähm, sich das anzugucken, wenn, sie sich für diese Art von Film interessieren. Ja, 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 ähm, ja, und jetzt wird's schon wieder so ein bisschen schwierig, also einen weiteren Film, den ich jetzt auch noch mal hier mit in die Liste reinpacke, weil er halt auch sonst nirgendwo genannt werden kann, den hab ich halt gesehen, als ich in Japan war, äh, für ein wenige Tage, äh, unter anderem im Flugzeug, der heißt Your Name. ähm, ist ein Anime-Film, und, ähm, ich hatte schon ein bisschen was von dem Film gehört, beziehungsweise gelesen, und überall wurde wieder gesagt, oh ja, hier und, oh, Geheimtipp und hier und da, muss man mal sehen, und keine Ahnung, und dann war der halt im Entertainment-Center meines Hinflugs auf jeden Fall enthalten, und dann hab ich mir den angeguckt, und, äh, der hat mich echt umgehauen. Der fängt halt wirklich, ich hab am Anfang gedacht, warum guck ich mir das an, ja, das fängt an wie so ein typischer, wie so ein typisches, äh, Highschool-Anime-Fantasy-Ding, so, ja, ähm, Junge und Mädchen tauschen Körper, aber immer nur dann, wenn der, wenn sie, wenn sie, ähm, wenn sie schlafen, also wenn der Junge schlafen geht, erwacht er dann halt irgendwann im Körper des Mädchens, und das Mädchen halt, wenn sie irgendwann pennt, erwacht sie halt im Körper des Jungen, und, okay, man denkt sich so, oh nee, so eine Buddyswitch-Geschichte, echt jetzt, das soll der nächste, Next-Level-Shit sein in Sachen Anime, so, kann das? Nee, ich war, ich war wirklich so auf dem Holzweg, weil es fängt halt schon mal an, also ich sag mal so die erste halbe Stunde, da muss man schon so ein bisschen vielleicht sich durchbeißen, aber die ist insofern charmant erzählt, weil man halt immer nur mitbekommt, ähm, was, also, weil man halt immer nur sieht, was danach passiert, also der Junge ist quasi, das Ergebnis davon. Ja, genau, der Junge ist quasi wieder zurück in seinem Körper, und er erfährt immer nur von allen möglichen Leuten, was mit ihm los war, beziehungsweise die fragen ihn halt alle so, ey, sag mal, was war mit dir los an dem Tag und so, und sag mal, warum hast du das gemacht und so, und ging es dir nicht gut oder sonst irgendwas. Also man merkt halt immer nur das Resultat, beziehungsweise die Reaktion der anderen Leute auf das, was quasi er gemacht hat, als jemand eine andere Person in ihm steckte, und das ist schon charmant, aber auch nicht frei von diesen typischen Japano-Klischee-Übertreibungen, weißt du so, diese Krimassen und sonst irgendwas so, aber es hält sich in Grenzen, ja, und plötzlich, und das möchte ich jetzt hier nicht verraten, ähm, kommt da ein Twist, ja, der ist wirklich stark, und der Twist, der wird sogar noch weiter gesponnen, und, ähm, da hab ich gedacht, alter, leck mich am Arsch, und dann, denkst du so, okay, das ist jetzt aber hier so die Hälfte des Films, wie geht's jetzt weiter, und dann denkst du dir, beziehungsweise dann erfährt man halt, was, ähm, versucht wird, oder dass die halt versuchen, was gegen diesen Twist so gesehen zu unternehmen, was aber halt schier aussichtslos scheint, aber der Film kriegt's halt hin, genau dieses, äh, Buddy-Switch-Ding in eine neue, sag ich mal, Form zu, ähm, installieren, die halt dem Ganzen nochmal eine ganz neue Bedeutung gibt, so, und die das Ganze nochmal auf eine, auf eine fast schon dramatische Art irgendwie gibt, ich weiß, das klingt jetzt alles ein bisschen, äh, der Herr geschwurbelt, äh, theoretisch so, eierst ein bisschen drum rum, aber das verstehe ich auch, weil es ja wichtig bei sowas, ne, aber ich möchte da echt nicht diesen Twist verraten, weil ich fand den echt überraschend, und er wirkt halt zu diesem, fast schon eher, Romantik, Comedy-artigen Einstieg, ja, mit ein bisschen Fantasy-Note, wirkt der halt schon echt, sehr, sehr krass, und am Ende, hier, alter Vater, wirklich, ich ziehe meinen Hut, das ist der gleiche Regisseur, der auch einen Film gemacht hat, den hatten wir bei Kino Plus mal als Hausaufgabe aufgegeben, der hieß Five Centimeter Per Second, glaube ich, das war so eine, auch so ein Drei-Episode-Film, Makoto Shinkai. Ja, genau. Ja, ich kenne das gerade mal so nebenbei, einfach, um ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, während ich dir nebenbei gespannt zuhöre, was ich so sehe, auf den ersten Blick, der wird ja ziemlich gefeiert auch, ne? Ja, ja, und ich hatte, wie gesagt, so einen zarten Hype hatte ich schon mitbekommen, und jetzt ist der Film aber auch in Europa, bei diversen, in England ist der unter anderem rausgekommen, und hatten der Empire zum Beispiel auch Fünf Sterne bekommen, und, ja, ich hatte den halt, und der hat mich halt wirklich echt, sag ich mal, ab der letzten, also, ab der ersten halben bis dreiviertel Stunde hat der mich nur noch geflasht, weil was der Film macht, wie er es macht, das ist so gänzlich all das anders, also wirklich komplett anders, als all das, was man vorher von diesem Film erwartet, so, ja, und das fand ich richtig, richtig gut, und der geht halt auch noch zu Herzen, und der ist irgendwie echt auf seine Art smart, so, ja, plus er ist halt auch wunderschön gezeichnet und animiert, so, und auch wenn da irgendwie digitale Elemente drin, Einklang, also, eingearbeitet werden, finde ich, äh, bleibt der Film eigentlich doch relativ stilistisch einheitlich, also, es fühlt sich nicht irgendwie, ähm, so viel Fremdkörperartig an, wie zum Beispiel bei Berserk oder so, weil da waren diese digitalen Elemente, fand ich, die hat man doch deutlich mehr wahrgenommen, als jetzt zum Beispiel in Your Name. Ja, wenn es dann so raussticht, dann wird es dann schwierig. Ja, ja, Your Name wirkt da ein bisschen homogener, obwohl ich halt auch die Art und Weise, wie die Figuren zum Beispiel gezeichnet sind, nicht zu meinen Favoriten zählen würde, aber nichtsdestotrotz hat mich dieser Film von vorne bis hinten überrascht und, äh, begeistert und auch mitgenommen so. Und deswegen würde ich den gerne auf jeden Fall auch mit, also muss ich den in die Liste nehmen. Ich habe ihn gerade auf meine Massey-Liste geschrieben, da bin ich mal gespannt, wie. Sehr schön. Dann werde ich jetzt in die Beschaffungskriminalität abrutschen, um mal zu gucken, wie ich, äh, da dran komme. Ja, und dann möchte ich halt gerne noch einen Film, ich war hin und her gerissen, zwischen zwei Filmen, ich würde vielleicht, ich würde sie beide auf die fünf nehmen, weil du hast es, glaube ich, auch gemacht, ne? Ja, ja. Wir haben ja keine festen Regeln für sowas. Ja. Zwei Filme, bei denen ich wirklich Rotz und Wasser geheult habe, die habe ich halt schon dieses Jahr gesehen. Ähm, das ist, der eine ist Monster Calls, beziehungsweise sieben Minuten nach Mitternacht, heißt der bei uns in Deutschland, oder wird der heißen. Ähm, was ich auch nicht gerade glücklich gewählten Titel finde, weil, ähm, das kann halt auch mal sieben Minuten nach zwölf Uhr mittags sein, wo das Monster erscheint. Ähm, und der andere ist Manchester by the Sea. Sagt dir beides nichts? Sagt mir jetzt gerade beides nichts. Ja, äh, Monster Calls, ich weiß nicht, ob du den Trailer gesehen hast, da spricht Liam Neeson quasi, so ein CGI-Monster, das, äh, ein kleiner Junge halt. Ja, 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 den Trailer habe ich gesehen. Ja, und wirklich, der Film, alter, alter, der hat mich fertig gemacht, ja, okay, aber das ist halt auch wieder so dieses Kinder, eine Kinderthematik dabei, aber, ich fand den halt wirklich in Kombination mit dieser Fantasy-Geschichte um einen Monster, das quasi immer um kurz nach Mitternacht zu einem, also nicht immer um kurz nach Mitternacht, aber halt meistens um kurz nach Mitternacht zu einem kleinen Jungen kommt und ihm halt so drei bestimmte Geschichten erzählt. Ja. und, ähm, wirklich ein, ein sehr, sehr stimmungsvoller, liebevoller und halt auch gefühlvoller Film, emotionaler Film, der halt dieses Fantasy-Märchen da so, ah, ich hoffe, ich kann das jetzt schon, ich hoffe, das verrät nicht zu viel oder beziehungsweise das geht nicht in die falsche Richtung, aber das ist so ein, so Big Fish-artig, weißt du? Ah, okay. So aus Fantasy und Realität, genauso wie Parns Labyrinth, so die Kerbe schlägt, äh, Monster Calls für mich, ja, und, ey, keine Frage, da gibt's manipulative Szenen, also wirklich, der weiß genau, der Regisseur weiß genau, welcher, wann er wo die Emotionen richtig kitzeln muss, um dann halt wirklich auch das zu verstärken und so, ja, also, der weiß, wann er irgendwie die Musik richtig kommen soll oder wann da mal irgendwie ein entscheidender Satz fällt, und so weiter und so fort, ja, ähm, das will ich gar nicht abstreiten, aber es hat mich halt volle Kanne erwischt, ja, volle Kanne erwischt, also wirklich, ich war den Film über immer wieder sowas von aufgelöst, also wirklich, also mir lief's wirklich minutenlang runter, ja, also nicht so, dass ich halt irgendwie Schmerzen, Schmerzen, verzerrt im Gesicht, da saß so, sondern einfach, ich war halt einfach ergriffen, es ging mir ans Herz und das genaue Gegenteil von Monster Calls, ein Film, der sich so echt anfühlt und so ungeschönt, ja, und so authentisch und so undramatisch und so ungekünstelt, das ist halt Manchester by the Sea, ja, und der hat mich halt auch genauso heftig, aber halt eben aufgrund seiner Eigenarten und seiner Machart abgeholt und erwischt, so, ja, also wirklich, das ist eine Geschichte von einem jungen Mann, der, ja, muss zurück in seine alte Heimatstadt fahren, weil sein Bruder gestorben ist, der war schon länger ein bisschen krank, der hat eine Krankheitsgeschichte gehabt und der ist jetzt halt endgültig gestorben, die Frau, seine Frau hat ihn damals mit dem Sohn sitzen lassen und jetzt muss sich quasi der Bruder Casey Affleck um den Sohn kümmern und muss halt so alles arrangieren, die Beerdigung organisieren und so weiter und das erwischt ihn halt so kalt irgendwie, also das ist, man, der weiß zwar oder der, man, man erfährt zwar, dass der Bruder halt wusste, also dass Casey Affleck wusste, dass sein Bruder schlecht geht, aber das kommt halt so ein bisschen aus dem Nichts heraus und er muss jetzt gerade, also er muss jetzt einfach mal seinen Job eben gerade abbrechen und kurz entschlossen beziehungsweise muss jetzt halt spontan eher dann zurück in seine alte Heimatstadt fahren, um da halt alles zu regeln, also es platzt halt schon so ein bisschen aus heiterem Himmel in sein Leben und wie gesagt, dieser Film, der umschifft halt ziemlich viele Klischees, die man jetzt irgendwie anhand meiner Beschreibung irgendwie haben könnte, ja, also so ein typisches Betroffenheitsdrama, aber der Film macht es halt wie gesagt, der schafft es halt immer so diese typischen Szenen, die man in Hollywood-Filmen schon zuhauf gesehen hat, und wo halt immer gerne so ein bisschen dieses Theatralische irgendwie angewandt wird, die schafft er es halt auf eine andere Art und Weise zu erzählen, so wie vernünftige Menschen eigentlich mit dieser Situation umgehen würden, ja, in Hollywood gibt es ja teilweise immer so diese großen Dramen und da sagt halt immer irgendwie einer den falschen Satz, woraufhin sich die Leute immer wieder hochschaukeln und irgendwie in so einen Streit verfallen oder irgendwie in Trauer verfallen, weil der eine irgendwie das anders ausgedrückt hat, als seine Gefühle gerade zulassen und so weiter und so fort, weißt du, und das alles, ja, darauf verzichtet halt irgendwie Manchester by the Sea zu, sag ich mal, mindestens 95 Prozent, ja, und das macht den Film so stark, plus ein Casey Affleck, ja, der zwar auch echt fast den gesamten Film über nur leidet, aber das halt echt so gut macht, dass ich wirklich hin und weg war, also wirklich, das war eine ganz starke schauspielerische Leistung und ich hoffe, er wird den einen oder anderen Preis dafür erhalten, denn er hat ihn verdient und ich hoffe, dass alles, was ich jetzt über Manchester by the Sea gesagt habe, durfte ich auch sagen, ich weiß es nämlich nicht, aber da gibt es schon Kritiken zum Netz und der wird überall abgefangen. ich sehe es gerade schon, es gibt einiges und der wird ja auch offiziell in diesem Jahr geführt, aber wann ist denn der Start hier? Der kommt erst irgendwie Semua, März, also der muss ja, weil er wird offiziell in 2000, da, 19. Erscheinungsdatum, 19. Januar. 19. Januar, okay, ja, geht ja. Ja, dann ist ja schon nah dran, dann kann jetzt, kann dir jetzt nicht mehr so viel passieren, aber ich weiß es tatsächlich nicht, aber auch hier, ich habe jetzt wieder, während du so, so hingebungsvoll davon berichtet hast, zu Recht, wie ich finde, habe ich mal wieder ein bisschen, erstens meine Massiel-Liste erweitert, was jetzt in diesem Fall ganz schön ist, weil er ja noch, weil der Start noch bevorsteht, aber auch hier sehe ich einiges an sehr, sehr positiven Kritiken, irgendwie aktuell eine 8,5 in blöder Weise bei der IMDb, auf die ich nicht mehr so viel gebe, aber was ich so kurz mit einem Auge überflogen habe, sieht sehr, sehr vielversprechend aus und ich habe gerade eine Empfehlung für mein beginnendes Jahr mitgenommen. Ja, ich kann ihn wirklich nur empfehlen, es ist halt kein, das ist kein Wohlfühlfilm, also das muss man dazu sagen, es ist kein Film, mit dem du jetzt wirklich da gut gelaunt aus dem Kino gehst, aber, verdammt, aber wenn du halt irgendwie, sag ich mal, mit einem willkommen, melancholischen Gefühl aus dem Kino gehen möchtest, weißt du, also wenn du halt auch mal sagst, okay, ich bin, vielleicht macht dieser Film mich traurig, aber ich bin nicht traurig darüber, dass ich traurig bin, also wenn du verstehst, was ich meine, also es ist nicht so, so ärgerlich traurig, sondern es ist so, Mann, oh, stark traurig, weißt du so, das, fuck, ich bin so schön traurig, ja genau, sowas in der Richtung, ja, also das, wenn ich halt einen Film halt emotional gut abholen konnte, so und, ich hoffe, das schafft er bei dir, weil bei mir hat er es halt wirklich sehr, sehr gut geschaffen. Ich werde es dich wissen lassen. Okay. Ich denke, das ist das Beste, was man davon behaupten kann. Genau. Ich glaube, jetzt müssen wir mal Feierabend. Ja, ich glaube, wir sind jetzt, ich gucke mal gerade auf die, auf die Uhr, Alter, drei Stunden und wir haben noch Einspieler und unsere, unsere Hörer werden uns wieder beschimpfen, weil wir so lang sind. Ja. Aber es ist immer so schön, mit dir zu plaudern. Das ist so, es macht einfach großen Spaß und dafür sage ich auch nochmal an dieser Stelle vielen herzlichen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Ich danke mich für die Einladung. Ja, sehr gerne und auch sehr gerne wieder. Ja, du, ach, wird ich bestimmt wieder finden. Ja, natürlich. Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit, aber wir werden das, wir werden es versuchen. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ja. Pass auf. Vielleicht bei euch beschweren die sich über die Länge. Nein, aber einigen ist es, ach, du weißt doch, wie das ist. Einigen ist es zu lang, dann auch wieder nicht. Ach, du weißt doch, wie das geht. Das Schöne daran ist, beim Podcast, das kriegen wir den Leuten auch immer nur ganz schwer erklärt, erstens, sie haben ja die Zeitsouveränität. Erstens, sie laden es runter, wann sie wollen, sie hören es, wann sie wollen, sie machen Pause, wann sie wollen und wir arbeiten nun sehr intensiv auch mit Kapitelmarken und so. Das heißt, wenn sie einen Podcatcher haben, der das unterstützt, weil wenn sie es, das können sie ja sogar, wenn sie es bei uns auf unserer Seite hören, da finden sie die Kapitelmarken auch und wenn sie irgendwas nicht interessiert, dann klicken sie halt einfach weiter. Das ist jetzt bei solchen Folgen wie heute natürlich immer ein bisschen schwieriger, weil es ein bisschen durcheinander geht, die Struktur, aber auch erwartungsgemäß bei solchen Folgen, was so ein bisschen leidet. Das macht aber gar nichts. Aber trotzdem scheint der eine oder andere auf Länge zu reagieren. Ja, also bei uns kann es eigentlich nie lang genug gehen. Nö, ach, wie gesagt, ich habe auch keinen, ich sage es immer wieder, ich kann es nur immer wieder wiederholen, hört es euch an, wir kommen, wir senden ja nur einmal im Monat. Sie haben vier Wochen Zeit und ich meine nicht, dass das Sinn machen würde. Viel davon ist halt einfach so ein bisschen, dann auch immer so rund um die Folge. Aber hey. Man kann es ja portionieren. Ja, oder den Gang zur Toilette oder weiß ich nicht, die Fahrt im Bus. Ich empfehle auch einigen von denen aufgrund ihres überschaubar, überschaubar talentierten Gemüts eine Umschulung zum Fernfahrer. Da hat man jede Menge Zeit, Podcasts zu hören. Stimmt. Also das Beste, was man dann an der Stelle tun kann. Gut. Gut. Also, dann würde ich sagen, bevor ich Tschüss sage, noch einen Hinweis für unsere Hörer, denn wegen der Länge, falls ihr euch sorgen oder gefreut habt, dass jetzt zu Ende ist, weit gefehlt, meine Freunde, weit gefehlt. Es ist noch nicht zu Ende. Denn abschließend, also alle, die uns freundlicherweise bei Patreon unterstützen, die können jetzt nach dem Abspann dann gleich Stopp drücken, denn die haben es schon gehört. Alle anderen bekommen jetzt, wenn sie wollen, noch als Rausschmeißer hinten dran von unserem Daniel die Rogue One-Besprechung, die er für uns gemacht hat, zusammen auch mit dem Jan. Wie gesagt, für die Patreon-Hörer, da haben wir es schon vorab veröffentlicht. Alle anderen kriegen es jetzt auf die Ohren und mir bleibt nicht mehr, als mich nochmal beim Daniel zu bedanken für seine Zeit und wünsche dir und deiner Familie einen guten Rutsch ins neue Jahr und einfach nur das Allerbeste. Dankeschön, dankeschön. Ebenso, egal mit wem du feierst, der Familie oder der Freundin, der Freundin, der Frau. Alles Gute und wie gesagt, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war schön, mal wieder so schön lang zu plaudern. Ja, so unter Nerds und wir lassen auch mal zuhören. Aber was soll ich machen? Ich kann halt einfach nicht kurz fassen. Das ist doch okay. Umso besser. Umso besser. Okay. Alles klar. Dann sind wir jetzt raus. Bis dahin. Und tschüss. Tschüss. Name fürs Protokoll. Jyn Erso. Fälschung imperialer Dokumente, Besitz gestohlener Güter, schwere Körperverletzung und Widerstand gegen die Verhaftung. Auf dich allein gestellt, seitdem du 15 warst. Rücksichtslos, aggressiv und undiszipliniert. Das ist doch eine Rebellion, oder? Ich rebelliere. Wir haben eine Mission für dich. Ein Test einer bedeutenden Waffe steht bevor. Wir müssen wissen, was es für eine ist und wie man sie zerstört. Ist das klar? Ja, Sir. Was wirst du tun, wenn die dich kriegen? Was, wenn die dich zerstören? Wenn du nicht aufhörst zu kämpfen? Was wird das aus dir machen? Herzlich willkommen mal wieder hier beim Auslandsreporter des Cinecast. heißt, wir haben ausnahmsweise mal nicht aus Berlin zu berichten, sondern aus einer anderen Galaxis, wie man so schön will. Vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis sitzen wir hier. Das heißt, ich und der Jan Michael vom Cinecast, soweit ich weiß. Hey! Du bist da richtig informiert. Das ist ja verrückt. Ich bin Gast. Ja, das, man kann ja nicht jeden Tag Nadel haben. Nee, das stimmt. Manchmal muss es auch Jan Michael sein, ja. Viel erfolgreicher auf jeden Fall. Und wir haben Star Wars Rogue One gesehen. Das ist ja das, was jetzt alle hören wollen. Und am liebsten wahrscheinlich sehen wollen. Lieber sehen wollen, als sie uns hören wollen. Ja. Und das Ganze halt, habe ich in Köln gesehen und du in Berlin. Und du einen Tag vorher hattest mich eigentlich schon so ein bisschen von der Grundstimmung her ein bisschen runtergeholt. Nach dem Motto, ist vielleicht doch nicht so der Hit. Und dann habe ich ihn mir am Dienstagmorgen halt angeschaut und habe dann aber festgestellt, hey, doch, für mich war das Fanservice pur. Also, der Kollege sagte nur, der teuerste Fanfilm Film aller Zeiten. Ich meine, da sind wir nicht so weit auseinander. Ich habe ja auch bei golem.de da einen Artikel für geschrieben. Und das ist ja immer so der Ort, wo ich, wie letztes Jahr bei Force Awakens auch, mehr so die journalistisch, objektiv formulierte Sicht auf den Film gebe. Also subjektive Meinung und auch meine Meinung. Aber wie ich es ausdrücke, wie ich es argumentiere, ist da immer so ein bisschen objektiver ausgedrückt einfach. Und da war ja im Grunde auch das Fazit, das, was das Plus ist, ist der Fanservice, ist die geile Nostalgie, sind die ganzen Sachen, die einfach Star Wars pur sind, was die Ausstattung, was die, ja, Hommagen angeht. Und das ist auch ganz klar kein Kritikpunkt von mir. Ich bin halt nur jemand, der sagt, sowas reicht mir einfach nicht, um den Film richtig gut finden zu können oder richtig begeistert zu sein. Ja. Genau. Ja, du kritisierst ja auch in deinem Artikel, dass im Grunde ja das die Geschichte ist, die bei Episode 4 in drei Absätzen erzählt wird. Dass der Regisseur, bei Rogue One natürlich nicht die extrem künstlerische Freiheit hatte, wie jetzt zum Beispiel ein J.J. Abrams mit Episode 7, wo er ja komplett was Neues schaffen konnte, ist ja eigentlich klar, weil jeder weiß, in welche Richtung es geht. Hat er ja nicht. Nee, hat er nicht. Da hast du recht. Deswegen auch direkt vorab meine Meinung. Ich fand Rogue One stärker als Episode 7. Okay, also, ich bin ja jetzt auch nicht der größte Episode 7-Fan, wie manche vielleicht wissen. Trotzdem hat mir der, zumindest in der Hinsicht, besser gefallen, dass er ein bisschen wenigstens versucht hat, Abwechslungen drin zu haben, Charakterwege so ein bisschen interessanter zu zeichnen, dass es alles mehr so ein Abenteuertrip ist. Ich finde, dieser jetzt gewählte Ansatz, das ein bisschen ganz bewusst als so ein Star Wars-Kriegsfilm zu inszenieren, der ist an sich gut, aber da hätte man trotzdem erzählerisch mehr reinpacken können. Und klar, es geht um diese drei Absätze aus dem In Your Hope-Vorspann, aber das heißt ja nicht, dass man es dabei belassen muss. Das ist ja wirklich nur das, wenn man ein Skript pitcht, dann macht man erst mal irgendwie so ein Mini-Treatment, was halt echt die absolute Drei-Satz-Zusammenfassung der ganzen Sache ist. Und dann schreibt man ein richtiges Drehbuch, was ausformuliert ist, wo ganz viele zusätzliche Ereignisse drin sind. Und das haben sie halt sich gespart. Naja, es war ja schon mehr drin. Also es war ja zum Beispiel natürlich diese ganze Geschichte von Felicity Jones mit drin. Es war ein neuer Bösewicht mit drin, nenne ich es mal, der mir sehr, sehr gut rüber kam. Also ich fand den sehr stark, ich mochte ihn. Dann kam natürlich noch hinzu, dass es ja schon ein paar andere Set-Pieces gab, als nur, okay, wir bauen jetzt ein Team zusammen und ihr holt jetzt die Pläne. Also es ist nicht nur ein ein Clown von den Plänen, sondern man sieht ja schon ein bisschen mehr. Man sieht, wie die so zusammenkommen. Man sieht den ersten Angriff auf, ich frag mich nicht, wie der Planet hieß, wo diese Stadt war, wie die quasi dem Erdboden gleichgemacht wird. Es wird am Anfang noch noch vor dem Schriftzug Rogue One gezeigt, wie Oppenheimer, ne, Entschuldigung, wie ist der gute Mann, entführt wird oder beziehungsweise mitgenommen wird und im Grunde mehr oder weniger gegen seinen Willen halt dazu gezwungen wird, halt mitzubauen bei dieser Waffe. Ja, du erzählst viele Punkte, die an sich jetzt spannender klingen, als sie dann im Film waren. Ja, er wird, das sagst du, er wird mitgenommen und dann sehen wir von ihm, glaube ich, noch zwei Szenen und dann ist der Todesstelle noch einfach schon gebaut. Also dieses Ganze, was dahinter interessant sein können, wie er noch versucht, heimlich irgendwie ein bisschen gegen die zu arbeiten oder sowas oder wie sie ihn auch dann versuchen, immer stärker unter Kontrolle zu bringen oder nachdem er mitgekommen ist und wie diese ganze Konstruktion des Todessterns vorangeht, das erlebt man ja gar nicht mit. Und genauso das Zusammenkommen von Rogue One, also von dieser Einsatzgruppe da, die sich dann irgendwie selbst bildet. Im Grunde ist das, ein paar werden mit, wie heißt sie hier, unsere liebe Felicity Jones, Jean, Jane, ich hab's schon wieder vergessen. Ja. Orso. Jenna, Jenna, irgendwie sowas. So und so, Orso. Sie kriegt ja dann von Mon Montma so ein paar Leute an die Seite, um diesen ersten Einsatz zu machen, wo es nur darum geht, den Vater zu retten, Schrägstrich zu töten. Das ist ja, da kriegt ja jeder was anderes erzählt. Ja, also ich, also ich hab's auch so verstanden, dass die, ähm, sie sagt ja dem anderen Kopfgeldjäger, jetzt guck ich aber doch mal eben nach den Namen, sonst wirkt das so ein bisschen, ich glaubte ja als Djinn auch so. Man weiß nicht mehr über wen man, ähm, der Andor, Cashin Andor, gespielt von Diego Luna, der wird doch dann so, noch bevor sie dann los, aufbrechen, ähm, wird ihm doch noch gesagt, hier, wenn du den siehst, ne, töten. Äh, Djinn Erso, oder, ja, Djinn Erso, gespielt halt von Felicity Jones, der wurde ja schon erst nur so ein bisschen gesagt, ja, wir müssten den finden, der kann uns helfen, so nach dem Motto, ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, um den Punkt, den ich eigentlich ansprechen wollte, zu Ende zu führen, die, der erste Teil dieses Rogue One Trupps, der wird von, von Mon Motma und den anderen Rebellenführern da, erstmal so zusammengestellt mit ihr, dann, ähm, die anderen, die kommen dann einfach zufällig mehr oder weniger dazu, einer sitzt als Blinder am Straßenrand und wird zufällig festgenommen mit denen, ich glaub ein anderer auch noch, ähm, ja, die beiden gehören ja zusammen, das war der, ähm, nicht Bodhi Rook, die sich da immer so ein bisschen noch gezankt haben, ob die Macht jetzt Quatsch ist oder nicht und sowas. Genau, Nobais Malbus oder so, kann das sein, ähm, und Donnie Yen gespielt, äh, genau, Donnie Yen spielt den, Chiro Imwe oder so heißt der, glaube ich, aber Donnie Yen, den kennt man halt. Ja, und der, dann gibt's noch ein paar Handlanger, die einfach so mitmachen, äh, später, äh, und der, ähm, der letzte von den Hauptfiguren ist halt dieser, ähm, übergelaufene, imperiale, ähm, TIE Fighter Pilot, der, ähm, die Anfangsinformationen bringt, wo der Vater ist und solche Sachen, ähm, und, und auch der, der wird eigentlich als, äh, jemand, der, ähm, dubioser Doppelagent einfach so von heute auf morgen da so als, äh, ganz normales Mitglied akzeptiert, darf da an der großen Rebellensitzung direkt teilnehmen, ähm, äh, den Plänen lauschen und, ähm, alle vertrauen ihm auch später direkt, äh, da gibt's halt nicht so richtig so Entwicklungspunkte, warum die Figuren so gut miteinander können, wie sie, wie sie wirklich auch irgendwie eine Bindung zueinander bekommen, sondern das ist einfach so, ihr macht ja zusammen Einsatz, äh, trefft noch ein paar Zufalls, äh, äh, Leute am Weg, die gezwungen werden quasi, weil sie gefangen genommen werden, mit euch zu kommen und auf einmal sind alle Rogue One. Also, es, mir fehlt so ein bisschen, was zum Beispiel so ein Avengers 1 viel besser gemacht hat, diese, diese Entwicklung hin zu diesem tollen Team. Naja, aber komm, Avengers 1 hatte aber auch zig Einzelfilme vorab, wo die Charaktere entwickelt werden konnten, das, das war ja jetzt bei Rogue One gar nicht möglich und, ähm, ich denke, wir sind, wir spoilern ruhig, ne, wir sprechen ja heute jetzt hier offen über den Film. Ja. Ähm, es sterben ja auch alle, also, ähm, macht es, klar, es ist jetzt kein Grund zu sagen, ja, dann brauchen wir die gar nicht entwickeln, aber ich glaube, die haben halt den Fokus auf 1, 2 Charaktere, äh, gesetzt und die halt versucht, ein bisschen so, ähm, voranzutreiben und nicht jeden einzelnen Nebencharakter, sag ich mal. Also, gerade die, egal, ob es ein Donnie Yen ist und so, der, der natürlich so ein bisschen die Macht mit ins Spiel bringen soll, auch wenn er vielleicht kein richtiger Jedi ist, ähm, der, der mag ja, ähm, der mag dann halt nicht so eine Background-Story bekommen, genauso wie sein Kompadre. Aber dafür halt dann eine Felicity Jones, die schon, äh, schon mehr Tiefe bekommt mit ihrer Vorgeschichte, mit ihren Eltern, ne? Na ja, gut. Komm, die Vorgeschichte ist, ist sozusagen die Vorgeschichte von, von Luke, von, von Rey, das ist die Standard-Star-Haus-Helden-Geschichte jetzt. Kind kriegt die Eltern vom Imperium weggenommen und, äh, es muss als Weise aufwachsen, bei irgendwelchen anderen Leuten, muss sich durchschlagen und wird dann die neue Hoffnung für die Rebellion. Äh, ob das jetzt so viel Tiefgang hat, das jetzt nochmal zum dritten Mal zu erzählen, ähm, und, Hatte denn Episode 4 so einen Tiefgang? Also, äh, wir reden immer über, als müsste Star Wars einen extremen Tiefgang haben und das, das sehe ich halt meist bei Star-Wars-Filmen nicht. Wir sind hier nicht bei Star Trek. In Episode 4, mal abgesehen davon, dass man da ja, ähm, am Anfang, als man den zum ersten Mal gesehen hat, noch gar nicht wusste, diese, diese Star-Wars-Geschichte ja so, dann zum ersten Mal stattgefunden hat, ähm, da ist es schon ein mysteriöses, sich an etwas herantasten, da ist es ja wirklich so, ähm, Luke, ähm, ist genau wie der Zuschauer so, erstmal weiß nichts über die Macht, weiß nichts über das große Universum da draußen, ähm, hat nur diese Sehnsucht, da rauszugehen und irgendwie gegen dieses mysteriöse Imperium zu kämpfen, wo man auch erstmal gar nicht weiß, was ist das, und dann entwickeln sich die Dinge und man kriegt Schritt für Schritt so, äh, verschiedene dramatische Ereignisse, die dann dazu führen, dass man da landet, wo man am Ende landet. Und, ähm, das finde ich halt ein bisschen schade, dass sich die Star-Wars-Filme das jetzt immer weniger, ähm, äh, zur Motivation nehmen, ähm, neue Geschichten zu erfinden, die wieder so ein Entwicklung, eine Entwicklung einem zeigen, ja. Und wenn du sagst, ja, die sind, die sterben am Ende, dann kann man direkt sagen, dann schenken wir uns den ganzen Film, weil, und wenn sie sterben und wenn diese Tode am Ende für mich als Zuschauer einen Impact haben sollen, dann will ich doch gerade Figuren, die es mir wert waren, ähm, dass ich um sie trauere, weil eben in sie investiert wurde, weil eben ich schon mit ihnen eine tolle Geschichte erlebt und gehofft habe, dass sie weiterleben. Und diese Geschichte fehlte mir jetzt einfach. Deswegen, deswegen würde ich das auch, deswegen habe ich das auch ein bisschen gerade gebremst gesagt, weil das wäre jetzt natürlich nicht das, äh, Kriterium, ähm, zu sagen, okay, die sterben ja eh alle, also scheißen wir auf die Entwicklung der Figuren, hast du recht. Ähm, aber mich hat es halt beim, beim Zuschauen hat mich das nicht so extrem gestört, vielleicht lag es auch daran, dass ich dauernd die ganze Zeit mit irgendwelchen anderen Sachen halt in Anführungsstrichen abgelenkt worden bin, halt mit irgendwelchen, ähm, Anspielungen schon auf Episode 4, weil da plötzlich irgendwelche Gastcharaktere kamen, ähm, oder, oder, oder durch die Städte, durch das, was da alles drumherum passiert ist, weil es vielleicht auch optisch einfach toll war, ähm, mag sein, dass ich dadurch da ein bisschen, in dem Moment ein bisschen mehr geblendet war und, oder dem dadurch auch mehr verzeihe, das, das mag gut sein, aber mich hat dann halt auch ein Ben Mendelsohn als Orson Krennick halt sehr gut gefallen, was, was sagst du denn zu Forrest Whitaker? Ähm, das gleiche, was ich zu Matt Mikkelsen, zu, äh, Mendelsohn und, äh, zu, auch selbst zu Darth Vader sagen würde, ähm, dass, ich die an sich als Figuren, äh, und als, als die, die Idee für diese Charaktere, ähm, und Whitaker ist ja auch diese Figur, die man irgendwie schon aus den, äh, Animationsserien da kennt, äh, äh, ja, ich halt nicht, das war mein Problem wahrscheinlich. Ich auch nicht, aber, aber im Grunde, ähm, sind, haben die alle zu wenig Screentime und, ähm, gerade Whitaker wirkt sogar geradezu überflüssig, sie hätten auch diese ganze Gefängnisszene, das hätte alles sein können, das hätte, ähm, das hätten auch irgendwelche Tuskenräuber sein können, dann hätten sie die gleichen Dialoge im Gefängnis geführt und dann wären sie, äh, geflohen, weil der Todesstern alles zerschießt, also, Whitakers Figur als diese, angeblich so besondere, ähm, war, war überflüssig und, wie gesagt, ich hab mich so gefreut auch auf Mads Mikkelsen und dann hat er so wenig in dem Film irgendwie zu tun, er ist halt fast gar nicht länger als in den Trailern drin, ähm, das ist, das ist halt auch für mich was und Mendelssohn, ja, ich finde ihn super als Schauspieler, ich mochte ihn auch sehr in der Serie Bloodline, äh, bei Netflix. Ja, aber, hab ich ihn auch zum ersten Mal gesehen. Aber, ähm, er war auch ein Grund, warum ich mich extra auf den Film gefreut hatte, als ich gehört hab, dass er da mitspielen wird, aber ich finde, er war ein sehr schwacher Bösewicht, weil er war einfach nur ein weiterer imperialer, bitterböse, dreinblickender General, der hatte weder irgendeine spezielle Persönlichkeit, die da hervorgestochen ist, er war sogar noch mal eine Stufe unter, äh, erinnerungswürdiger Bösewicht halt, ähm, du kannst ja vielleicht, hast es vielleicht anders gesehen, aber, ich war total enttäuscht eigentlich, ähm, nicht von ihm als Schauspieler, ähm, sondern einfach von der Rolle, die er bekommen hat. Hm, ich fand halt immer, bei ihm kam immer noch manchmal so ein bisschen, ähm, was rüber, auch, auch, dass er die ganze Zeit noch meinte, ähm, mit Mats Mikkelsen so eine Art Buddy, Freund zu haben, der ihn aber eigentlich zweimal verraten hat, so, so, so kam das halt rüber, was dadurch noch schon ein bisschen tragisch war. Was heißt ihr Freund? In der ersten Szene hat er erstmal seine Frau erschießen lassen? Äh, ja, natürlich, ja, weil er halt, ja, ist halt ein Imperialer, aber trotzdem fand ich, es wirkte immer so, als will er ihm immer vertrauen und er lässt ihn immer noch am Leben, obwohl er genau weiß, dass eigentlich er im Hintergrund gar nicht will und er immer alles versuchen würde, das zu verhindern. Boah, ich hab das aber komplett anders gesehen und zwar so, dass, ähm, er einfach, ähm, Mats Mikkelsen als ein unheimlich geiles Asset sieht, weil er dieser geniale Tüftler ist, und auch wenn der Todesstern dann zu Ende entwickelt ist, will er ihn gerne noch behalten, um andere Sachen zu entwerfen und weil er einfach sehr nützlich ist und deswegen, kann er es nicht über sich bringen, ihn zu verschwenden. Das hab ich immer, ich hab das nie so gesehen, irgendwie auf Buddy oder sonst, sonstiger Ebene, aber vielleicht hab ich das auch falsch verstanden. Ja, also ich kann mich noch dran erinnern, es gab, einmal zwischendurch nochmal eine kleine Rückblende, da war er auch da mit der Familie so da zusammen und das wirkte so ein bisschen, als wäre das wenigstens so, für ihn so wenigstens welche, mit denen er, oder gerade dann mit dem, mit, mit, ähm, Mats Mikkelsen, mit jemandem, mit dem er halt auch noch so mal reden könnte, aber er eigentlich gar nicht kann, allein von der Position her und, äh, ja, also er kriegt ja dann auch einen Einlauf nachher von Darth Vader, wo wir ja dann auch zum ersten Auftritt vom Vader kommen, es gibt im Grunde ja nur zwei Szenen oder zweimal, zwei Auftritte von ihm im Film, wenn ich das so richtig in Erinnerung hab, einmal im, in Mordor, ähm, wo er sein Schloss gebaut hat, sein Turm da, sein Sorons Turm. Ja, ja, fand ich wirklich, gut, es passt halt zu Episode 3, weil er, durch Episode 3 wussten wir ja dann, wie er dann überhaupt zu Darth Vader geworden ist und, dass er sich da vielleicht ein schönes Ferienhaus hinsetzt, okay, kann man vielleicht verstehen, ähm, was ja auch nie wieder dann irgendwie zu, zum, zum Gespräch kam oder kommt, aber eigentlich hätte man sich das auch schenken können, er hätte genauso auf irgendeinen, äh, Supersternzerstörer sitzen können oder so, das wäre eigentlich auch egal gewesen, dass man das dann so dramatisch mit diesem Planeten nochmal macht, okay, wo man ihn ja sogar kurz ohne Rüstung gesehen hat, da hab ich immer versucht zu gucken, wel, welchen Charakter haben sie da genommen, aber ich, es wirkte eher wie dieser Ältere, den man halt auch aus Episode 6 kennt und nicht, es sah nicht wie Hayden Christensen aus. Ja, ja, und der, ähm, wurde ja auch gespielt von, äh, 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 mehreren, äh, ja, man will nicht sagen Doubles, sondern da waren einfach mehrere verschiedene Leute während der Dreharbeiten unter dem Kostüm drunter, aber wieder gesprochen im Original, hast du ihn eigentlich auch auf Englisch gesehen? Ich hab ihn in Englisch gesehen, ja. es war ja wieder, glaube ich, David Prowse, der, äh, den gesprochen hat, oder? Nein, gesprochen hat ihn wie immer James Earl Jones. James Earl Jones, ja klar, natürlich, äh, total, totale Gehirnknoten gerade. Ähm, ich wollte gerade sagen, wer war das denn, den du da jetzt genannt hattest? Der sagte mir gar nichts. Ja, dann schlag nochmal nach, du wirst direkt wissen, warum ich diesen Namen genannt habe, das ist ein Aufruf an alle, ähm, Zuhörer. Mein kleiner Fauxpas ist trotzdem ein kleines Trivia, wenn man mal nachschlägt. Ähm, Okay. Aber, aber, ja, zu dieser Darth Vader Szene, ähm, muss ich auch sagen, und das ist eben, glaube ich, vielleicht was, wo wir uns dann einfach unterscheiden, ähm, in der Sichtweise auf diese neuen Star Wars Filme, da hat er ja diesen Würgegriff eingesetzt, also in der, wo er mit Mendelssohn zusammen ist. Und das war für mich so, dass ich da so saß und dachte, ja, Fanservice, aber, wenn ich mal so denke, an den Moment, an dem, an die Momente aus der, ähm, alten Trilogie, wenn er das gemacht hat, das hatte immer was viel, ähm, subtileres. Das war immer eine viel, ähm, äh, symbolträchtigere Geste. Die hat er nicht einfach mal so in einem Einzelgespräch so aus, aus, aus Spaß mal so beim Weggehen gemacht oder sowas. Und, ähm, und die Art, wie es einfach von, von, von der Kamera und, und allem her so eingefangen war, wirkt es echt so wie, so ein, ähm, Popkultur, ähm, Ding oder sowas. Und halt nicht wie, es hatte auf mich nicht mehr diese Wirkung, die sie halt, ähm, besonders beim ersten Mal in, in Episode 4 hatte, ähm, diese, ja, weil zu dem Zeitpunkt ist, ist die Macht ja auch was, was ja wirklich so, ähm, sowas Mystisches ist. Und wenn er es dann mal macht, dann haben da alle richtig Angst vor. Oder er will halt wirklich was, was krass, äh, vor allem demonstrieren. Und in dem Moment war es so ein, so ein Add-on, was richtig so wirkte, als wenn es jetzt nur für die Fans reingemacht wurde an der Stelle. Ja. Wobei ich mich da schon Richtung Fan bezeichnen würde, aber ich fand die Szene trotzdem ein bisschen über, weil sie wirklich nichts gebracht hat, wie du schon sagtest. äh, der hätte da nicht extra hinfliegen müssen, nur um dem Imperator zu melden, ja, der Todesstern ist bald fertig, ne, das, das hätte er sich auch sparen können. Und, ähm, Vader, okay, es ging da hauptsächlich, um zu sehen, ey, da wird Vader wieder so zusammengebastelt, dass er in dieser Flüssigkeit ist. Das wollten sie vielleicht noch mal so ein bisschen als Background machen. Und was mir aufgefallen ist, vielleicht habe ich mir das auch eingebildet, das werde ich noch mal mir anschauen, der hatte immer irgendwas Rotes im Auge, so eine leuchtende Farbe. Auch nachher bei der zweiten Szene sah man was Rotes durch die Maske schimmern. Also entweder lag das an der Laserprojektion in Köln, oder, oder da war wirklich irgendwas Rötliches, was da durchschienen. Ist dir das auch aufgefallen? Das ist mir nicht wirklich aufgefallen, mir ist halt wieder aufgefallen, obwohl das, äh, der Zoo-Palast in Berlin auch ein, finde ich, äh, recht gutes 3D hat im Vergleich zu anderen Kinos. Also irgendwas, was dann wieder halt der allerneueste Stand ist und auch immer ein Tick heller als sonst wo. Ähm, es war halt trotzdem wieder dieser Sonnenbrilleneffekt, den man nicht ganz los wird. Und, ähm, vielleicht habe ich es deswegen nicht gemerkt, dass es diese, diese leichte Dämpfung, ähm, wieder davor war. Ähm, aber da Vader ja auch gar nicht so oft vorkam, hatte ich ja jetzt auch nicht die große Chance, äh, ne, das stimmt schon, aber finde ich aber auch nicht schlimm. Also einige sagen, oh, im Nachhinein, sie wären vielleicht enttäuscht, dass Vader da keine größere Rolle hatte, aber das finde ich auch okay, weil im Grunde gerade dann beim zweiten Auftritt, wenn er dann, äh, das hat mir dann, aber das hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie badass er da Uncharted-mäßig durch den Gang gegangen ist und die fertig gemacht hat, allein nach dem anderen. Ja, und dann sogar sein Laserschwert rausgeholt hat. Da haben viele gejubelt im Kino. Und ich fand's auch geil, aber ich hab dann auch wieder da ein elementares Problem mit, wir machen was, was badass ist und geil aussieht und was die Fans feiern werden. Und ich bin ja auch ein Fan, also ich hab's ja auch gefeiert, aber dann wieder und nochmal, ich kann's nicht oft genug sagen, bei den, bei den Originalfilmen, bei den alten, hätte es sowas in der Art nicht gegeben. Ja, aber warum? Nein, Moment, Moment. Weil's gar nicht machbar gewesen wäre. nein, hör auf wie George Lucas zu argumentieren. Ähm, die Sache ist einfach, es macht keinen Sinn. Er hätte eigentlich sofort mit der Macht sich diesen Typ mit den Todessternplänen, der da die ganze Zeit total auffällig mit dem Ding in der Hand rumfuchtelt, hinter dem er her ist, der erst ganz zum Schluss, weil er ja irgendwie erst mal sein eigenes Leben ihm wichtiger ist, auf die Idee kommt, das Ding durch den Schlitz zu überreichen. Vader hatte so viel Zeit, sich das einfach zu krallen, dass er da diesen Show-off-Moment mit dem langsamen Metzeln machen musste. Das war, das war für mich so. Aber vielleicht konnte, vielleicht kann Vader nicht so gut gucken. Du weißt doch gar nicht, wie gut er noch sehen kann. Nee, und das, aber das ist, aber die Szene spiegelt genau das, was ich meine, dass da einfach der, ähm, der Drang zum Fanservice einem besseren Film oft im Wege steht. Man kann nämlich auch beides haben, aber sie verlieren das ein bisschen, finde ich, immer aus den Augen, dass sie sich nur auf den geilen Fan-Moment konzentrieren und nicht immer so auf, das sollte aber auch alles Sinn machen und es sollte auch irgendwie, ähm, nicht so mit den, ähm, Geflogenheiten des, äh, guten Geschichtenerzählens brechen. Klar, aber wie gesagt, die Szene jetzt in, an der Stelle, also in dem Moment habe ich nicht an sowas nachgedacht, ob der das nicht, vielleicht hätte er schlauer machen können, weil dann hast du das bei vielen Filmen und vielen Bösewichten oder auch bei Horrorfilmen, ja, warum läuft die denn jetzt dahin und warum, warum geht, warum versteckt die sich unterm Bett und also, ne, solche Logik-Sachen kannst du halt oft dich fragen und warum, warum holt er sich nicht per Macht sofort die, 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 äh, die Pläne? Klar, natürlich, aber okay, also da, also das, das kann, da kann ich wirklich drüber hinwegsehen. Dann fand ich eher ein bisschen, wo es mir echt trotz Fan, äh, aufgefallen ist, warum werden zum Beispiel bei dieser Schlacht am Ende diese, die, die TIE-Fighter so spät erst alle rausgeschickt, weißt du, da tobt schon eine Schlacht und dann fällt ihnen ein, ach ja, jetzt schickt man mal hier die ganze Staffel TIE-Fighter noch los, das fand ich, da haben sich mehrere auch, also auch bei Hennissen, der neben mir saß, da haben wir uns schon ein bisschen angeguckt. Es ist halt so, wenn ich, wenn ich zurückdenke, ich glaube, vielleicht können mir da auch Leute dann genug Sachen, ähm, äh, nennen, wo man genauso kritisch sein kann, die mir jetzt nicht einfallen, aber, wenn ich mir überlege, ähm, wenn es solche Momente gab in den alten Filmen, zum Beispiel auch die in, in das Imperium schlägt zurück, der Kampf zwischen Vader und Luke, Vader hätte Luke direkt töten können, aber das wollte er ja gar nicht, er wollte ihn ja prüfen, wie stark ist er, er wollte ihn überreden, auf die dunkle Seite zu kommen, er hat sich auch so überheblich gefühlt, dass er, ähm, äh, nicht damit gerechnet, und er hat auch nicht damit gerechnet, dass Luke am Ende dann einfach sagt, äh, dann springe ich hier runter. Ich glaube, das, das hat er gar nicht für, für möglich gehalten, dass er, das entweder macht oder dann überhaupt überlebt. Ähm, äh, Aber er hätte ihn ja mit der Macht wieder hochziehen können. Ja, vielleicht stimmt, ja, Könnte man auch wieder argumentieren, aber okay. Okay, aber, ähm, nee, was ich halt meine ist, ähm, auch mit den TIE-Fightern, diese Sache, warum die jetzt so spät, äh, losgeschickt wurden, ähm, äh, das, äh, sowas fällt mir jetzt nicht ein, irgendwie bei den alten Filmen, also, ne, also es gab diesen, in Rückkehr der Jedi-Ritter wollte der Imperator ja eine Falle stellen, wollte die ganzen Rebellen ja anlocken und, und versuchen sie so in Position zu bringen, dass sie nicht damit rechnen, dass jetzt der große Gegenschlag kommt und sie alle vernichtet werden, ähm, da hat er sich ja dann einfach noch, nur, nur verschätzt, aber da gab es immer so, zumindest so Begründungen, warum, wann, was mal gemacht wurde und, und sowas. Warum kriegt sie einen Blaster und ich nicht? Was? Weil ich weiß, wie man damit umgeht. Genau das macht mir Angst. Gib ihn mir. Wir fliegen nach Jeddah. Das ist Kriegsgebiet. Darauf wollte ich nicht. Wo hast du den her? Einfach gefunden. Ich finde diese Antwort vage und wenig überzeugend. Vertrauen beruht auf Gegenseitigkeit. Sie darf ihn behalten. Möchtest du die Wahrscheinlichkeit wissen, mit der sie ihn gegen dich einsetzt? Sie ist hoch. Lass uns losfliegen. Sie ist sehr hoch. Aber immerhin, das war das große Plus, fand ich, im Gegensatz zu Episode 7. Bei dieser Schlacht gab es wenigstens auch verschiedene Raumschifftypen und halt auch wirklich die Rebellenflotte, wie man sie halt kennt. Und nicht nur so eine Handvoll X-Wings, die jetzt auf den nächsten Supersternzerstörer zufliegt. Das fand ich halt super, oder? Wie fandest du denn die RAM-Aktion? Fandst du es zu lächerlich? Oder fandst du es eigentlich cool? Da hatte ich keine Probleme mit. Also ich fand es ein bisschen cool. Komisch, ich hätte es geiler gefunden und es hätte auch wieder mehr meiner Sicht auf das Star-Wars-Universum entsprochen, wenn es eine richtige Kamikaze-Aktion gewesen wäre. Dass sich einfach mehrere Schiffe opfern, um den Sternzerstörer umzulenken. Aber so wie es war, es sah halt immer plausibel und cool aus. Und die Explosion am Schluss, die war auch ziemlich geil, fand ich. Das fand ich eigentlich cool. Ich fand es auch ziemlich cool gemacht. Aber kurz musste ich im Moment schmunzeln. Weil das irgendwie, warum ist man da nicht viel früher gekommen? Einfach mit einem anderen Raumschiff das eine Raumschiff wegdrücken. Ja, das sind doch immer diese Momente, wo man sich auch fragt, warum diese spezielle Kampftechnik später niemals mehr eingesetzt wurde. Man diese Art von Raumschiffen irgendwie, glaube ich, auch niemals mehr so gesehen hat, oder? Äh, gut mag sein, aber es gab ja auch, die hätten ja auch jedes andere x-beliebige große oder größere Rebellenschiff nehmen können. Also jetzt ein x-Wing wird das nicht schaffen. Der würde einfach dran kaputt gehen oder dagegen fliegen, bumms. Ich muss aber nochmal eine Sache sagen, was Logik angeht, wo ich einfach mir jetzt gar nicht mehr selber sicher bin. Aber im ersten Moment dachte ich, das passt doch nicht. ganz am Schluss, da flüchtet doch der Blockhead-Runner vor dem Sternzerstörer, auf dem Vader dann es nicht geschafft hat, die Pläne zu bekommen. Da geht ja dann quasi die Luke zu und die fliegen ja dann weg, oder? Ja. Und das ist doch der Blockhead-Runner auf dem Leia ist. Das ist ja jetzt, das ist doch der. Ja, das sieht man ja. Man sieht ja am Ende noch Prinzessin Leia. Ich habe halt kurz gezweifelt, ob das vielleicht dann doch wieder an ein anderes Schiff weiter übergeben wurde oder so. So, und jetzt folgende Frage. Als am Anfang von Episode 4 dann Darth Vader auf den Blockhead-Runner kommt und dann mit Leia redet, versucht sie ihm die ganze Zeit zu erzählen, hier diplomatische Missionen und hier gibt es keine Pläne und sie irren sich und alles. Und Vader sagt dann auch einfach nur, ich weiß genau, dass sie hier die Pläne haben oder sowas. Aber dieser Dialog, der macht jetzt nicht mehr so ganz Sinn, wenn man... Richtig. annimmt, dass gerade vor gar nicht allzu langer Zeit dieser scheiß Blockhead-Runner dann noch irgendwie direkt an Vaders Schiff angedockt war und oder an das Schiff, wo Vader gerade im Trau... Also das war ja nicht Vaders Schiff, glaube ich. Das war ja einfach ein Rebellenschiff, was er auch infiltriert hatte, oder? Genau, genau, genau. Also da hast du recht, das ist einer der wenigen Punkte, die nicht hundertprozentig passen, weil schließlich war das Schiff gerade da mitten mit in der Schlacht und das war halt rein zufällig da wegen einer diplomatischen Mission. Im Endeffekt wirkt es jetzt so, als wäre die Leia-Ausrede richtig billig gewesen, ne? Eben, weil beide genau wissen, was Sache ist und da gibt es noch keinen Sinn, sich rauszureden. Es ist nicht super schlimm, es ist nicht super schlimm, aber ich habe mir da nur gesagt... Aber ich weiß, was du meinst, das ist mir auch aufgefallen. Dieser Moment in dem Rogue One jetzt, wo der Blockhead-Runner dann wegfliegt und Vader dann noch so hinterher guckt quasi, den hätte man auch irgendwie dann anders machen können oder diese ganze Übergabe der Pläne hätte anders stattfinden können, um das ein bisschen noch glatter hinzukriegen. Es war trotzdem cool. Also ich fand gerade den Aspekt, dass es so direkt an Episode 4 anschließt, das ist schon eine der Sachen, die auch mich wieder versöhnlicher gestimmt hat auf Rogue One, muss ich sagen. Ja. Und ich denke mal, da sind wir uns doch einig, wenn man, egal ob Episode 7 oder auch jetzt Rogue One, wir klagen immer noch auf hohem Niveau, wenn man vorher Episode 1 bis 3 gesehen hat, oder? Da sind wir uns doch wenigstens einig. Ja, das ist für mich so ein zweischneidiges Schwert, weil auf hohem Niveau ja, aber es ist nun mal so, dass das ist der riesen Disney-Konzern mit seinem riesen Marvel-Erfolg, mit seinem riesen Force Awakens-Erfolg, der wirklich alle Möglichkeiten hat. Und ich habe jetzt schon das Gefühl, dass die jährliche Star-Wars-Filmmaschine da sich eigentlich nicht mit seinen Ehrenmöglichkeiten ausschöpft, weil ich muss halt klar sagen, ich habe fast nicht so viel Lust, jetzt den Film direkt nochmal zu gucken, weil mir, ich glaube, mehr als die erste Stunde, war mir einfach zu langweilig. Ja, okay. Wie gesagt, ich fand es nicht, weil ich da einfach erstmal gespannt war, wie es ist langsam aufbauen und ich war einfach in dem Moment so da drin in der Welt, dass es mir nicht zu langweilig war. Aber wir waren ja gerade bei noch nicht perfekt. Was sagst du denn zu Moff Tarkin? Das war... Hat sich gestört oder fandst du es okay? In einem Film voller visueller Glanzpunkte, wo ich am Anfang des Films, als man das Gefühl hatte, mal für lange Zeit, es ist jede Minute ein Szenenwechsel auf einem anderen Planeten und du kriegst jedes Mal so eine 15-sekündige Atmo-Instablishing-Shot des Planeten. Das hätte auch nerven können, wenn die nicht so wahnsinnig geil ausgesehen hätten. Oh ja. Und ich fand immer das Gelaber dazwischen langweilig und wollte wieder das nächste Planeten-Intro haben. Die ganzen Kampfszenen, die ganzen Raumschiff-Sachen, alles, alles so malerisch geil und so einen geilen Look. Aber dieser Moff Tarkin, der hat mich dann, obwohl er natürlich viel besser aussah, aber vom Rausreißfaktor an den Scorpion King erinnert in Mumie 2. Ja, aber so schlimm fand ich... Nee, so schlimm war es nicht. Der Schauspieler damals, er sah eh sehr skurril aus. Genau. Also ich fand, der hatte schon immer so ein sehr spezielles Gesicht. Und ich weiß, also die Frage wäre sonst gewesen, ich denke, das haben sich auch die Produzenten überlegt, weil die hätten vielleicht auch gerne das Geld für sowas gespart, weil das ist ja nicht billig. Bei Terminator Genisys haben sie es ja auch machen müssen. Es ist halt die Frage, was machst du alternativ? Nimmst du jemanden mit irgendeiner Maske? Nimmst du diesen Charakter ganz raus, was auch ein bisschen merkwürdig wäre, weil er ja schon von Anfang an die ganze Zeit eigentlich der Chef dafür den Todesstern ist? Zeigst du ihn nur von hinten? Oder zum Beispiel bei Episode 3 sah es doch deutlich alberner aus mit dieser komischen Maske, dieser junge Moff-Tarkin, den man ganz kurz da auf der Brücke neben... Aber das ist der Unterschied. Kurz. Sie hätten ihn nicht so prominent in dem Film featuren müssen, dass er diese langen, intensiven Gespräche mit Mendelssohn hat. Das war, das war, glaube ich, der Fehler. Wenn es wirklich nur diese kurzen Momente gewesen wären, wo man ihn dann vielleicht auch nicht die ganze Zeit so frontal sieht. Manchmal kurz, vielleicht ein bisschen weiter weg von der Kamera. Jetzt hat man richtige Close-Ups gehabt. Und das Problem für mich war auch wirklich, er wirkte halt so artificial, er stach so richtig raus neben den ganzen echten Leuten. Und er hat halt, der echte Schauspieler hat diese unglaubliche, bedrohliche Präsenz, ohne dass der irgendwas machen muss. Und die Präsenz war jetzt für mich flöten gegangen, dadurch, dass es ein bisschen albern... Ich musste auch ein bisschen lachen immer, als ich ihn sah. Weil das wie so eine leicht cartoonige Version war. Und das... Ja. Also, ich werde es folgendermaßen machen. Wenn mein Sohn ein bisschen älter ist, dauert noch ein paar Jahre, aber dem werde ich irgendwann mal dann diesen Film zeigen. Und der weiß nicht, dass der Schauspieler, der das früher mal gespielt hat in Episode 4, dass der verstorben ist. Und ob der das wirklich sofort wahrnimmt. Oder ob das vielleicht... Oder ob wir das deutlich schneller wahrnehmen, weil wir es einfach wissen, dass dieser Mann nicht existiert. Und wir sofort sehen, das ist CGI. Und was die Amis halt nicht gut können, da fehlen ihnen scheinbar die Erfahrung, gerade die Synchronität mit der Stimme und den Lippen. Das hat auch meiner Meinung nach nicht hundertprozentig geklappt. Das können scheinbar sogar wir Deutschen im Synchro-Studio besser. So vom Gefühl her. Aber das werde ich mir nochmal anschauen. Da muss ich entschieden intervenieren, weil ich ja auch zu den Leuten gehöre, die mal das Original vorziehen. Und immer, wenn ich dann nach langer Zeit von englischen und französischen oder was weiß ich Version auf eine deutsche Synchro umschalte, dann sehe ich so stark, wie die Synchronität überhaupt nicht da ist. Aber da verliert man auch das Auge für, wenn man immer nur das eine sieht oder nur das andere. Aber mir geht es ja jetzt um die Lippensynchronität und das machen die Amis ja nicht so häufig. Vielleicht fehlt ihnen da die Erfahrung. Das meine ich damit. Ich glaube, es ist generell schwer, weil ich finde halt, wie gesagt, wenn man die Originalbewegungen gewohnt ist, dann sieht man bei den Deutschen auch, dass die gar nicht so Lippensynchron sind. Ja, okay, klar. Aber da weißt du im Hinterkopf, ja, das ist halt klar so, weil die sprechen Englisch und nicht Deutsch. Aber hier guckst du, vor allem wir beiden haben jetzt auch die englische Version gesehen, dann guckst du vielleicht genauer auf sowas. Wobei ich auch nicht weiß, wer ihn gesprochen hat. Aber die Stimme war sehr gut. Die passt zu ihm sehr, sehr gut. Das wird wahrscheinlich jemand sein, der ihn vielleicht sogar schon in den Comics oder so synchronisiert. Also ich glaube, der taucht nämlich auch bei Rebels. Nee, nicht bei Rebels. Müsste ja bei Clone Wars oder so auch irgendwo aufgetaucht sein. Das kann gut sein. Ich weiß das gar nicht jetzt. Ja, ich habe da mal eine kurze Szene gesehen, wo dieser Charakter da auftaucht. Also der müsste theoretisch bei Clone Wars aufgetaucht sein. Oder Rebels? Wo spielt denn Rebels? Rebels ist das mit dem Todesstern und Darth Vader. Ja, dann wird er da aufgetaucht sein, weil der gehört ja dazu. Okay, dann taucht er da auf. Ich habe auf jeden Fall eine kurze Szene gesehen und ich tippe mal, dass der Synchronsprecher das dann auch gemacht hat. Wo es mir nicht so aufgefallen ist, also wirklich nicht, aber das war leider, da sagst du wieder, es ist so kurz gewesen, mir ist es bei Lea nicht aufgefallen. Also ich dachte erst nur, wie haben die das denn jetzt gemacht? Ich meine, so junge Frauen sind immer, glaube ich, auch was einfacher. Sie hat ja dieses makellose Gesicht. Einfacher rumzukriegen? Ja, auch. Nee, so, so, was diese 3D, also Gesichter, die sowieso ein bisschen makelloser sind, wie ihr es ja auch war damals mit dem damaligen, wahrscheinlich auch Make-up und so, aber sie war ja auch eine, ist immer noch eine schöne Frau, aber war ja als junge Frau auch eine sehr schöne junge Frau. Ja, absolut. Ich glaube, dass deswegen und weil sie eben nicht viel interagieren musste, da mehr oder weniger nur stand, ich fand's bis zu dem Moment überzeugend, wo sie dieses übertriebene kecke Lächeln auf einmal gemacht hat, als sie die Pläne dann in den Händen hielt, das fand ich in dem Moment auch unangemessen angesichts der ganzen Situation, also, Ich glaube, das hast du auch geschrieben, kann das sein? Ja, das hatte ich dir im Chat geschrieben. Oder so, genau, ja. Hey, es sind gerade alle gestorben, aber hey, scheiß drauf. da sind gerade so viele Leute gestorben in diesem Gang, wurden brutal niedergemetzelt, das war eine ganz intensive Szene, fand ich auch beim Zuschauen, wie Darth Vader da sich durchgeschnetzelt hat und dann hat das auch mich überhaupt nicht an die Lea erinnert, die dann nachher gefangen genommen wird und sich dann gegen die Folterung noch erwehren muss, diese Frau, diese kriegserprobte, starke, alterer Anbotschafterin, die genau weiß, worum es geht, sondern da wirkte sie auf einmal so wie diese Jugendliche, die das alles so mit Leichtsinn angeht. Ja, stimmt, man wollte wahrscheinlich den Zuschauer noch mit einem Lächeln auf dem Gesicht rausschicken und nicht. Und da sind wir wieder bei meinem Hauptkritikpunkt, und der Fanservice, der Spaßmoment vielleicht auch steht über dem kohärenten Aufrechterhalten der Situation und der Geschichte. Ja. Und aber übrigens, ich kann das auch total nachvollziehen, dass es da viele Leute gibt, die das auch einfach nicht so eng sehen oder jetzt wie du auch sagen, Mensch, ich bin für die geilen Star Wars Action Momente, ich bin für die geilen Nostalgieanspielungen und so, dafür gehe ich hauptsächlich rein. Das rettet für mich auch, oder dann merke ich anderes nicht so. Das kann ich auch total nachfühlen. Mir geht es da halt einfach nur anders, aber ich habe auch, als ich aus dem Kino ging und in der Pressevorführung bei mir waren schon auch sehr geteilte Meinungen über den Film, und das waren auch meistens genau diese beiden Lager. Deswegen, ja. Ja, also, wie gesagt, ich erwarte bei einem Star Wars Film nicht die tiefgreifenden Story-Entwicklungen oder sowas. Aber okay, das ist halt Ansichtssache. Ich würde lieber nochmal über einen Charakter auch sprechen, der aufgetaucht ist, der dann sogar auch noch so ein bisschen Richtung Obi-Wan Kenobi was erwähnt hatte, nämlich Bail Organa, den sie ganz geschickt wieder eingebaut haben, quasi, Papa von Leia. Gut, er hat nicht viel zu tun, aber es ist auch nett, dass sie ihn wieder eingebaut haben, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Es ist sowieso interessant, dass er ja auch der Schauspieler ist aus den Prequels und bei Mon Motma ist es auch so, die war ja schon am Ende von Episode 3 zu sehen und das ist auch wieder die Schauspielerin. Ja, richtig, aber ich meine, genau, ich glaube, die Schauspielerin, die ist sonst glaube ich sogar eine Cosplayerin, die immer die Mon Motma auch auf irgendwelchen Conventions früher gespielt hat, nenne ich es mal. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, und genau, wen gab es, gab es noch wen, habe ich vergessen, Bail Organa, der halt wie gesagt auf Obi-Wan so ein bisschen angespielt hat und auf seine Tochter natürlich, der ja natürlich bedingungslos das Leben anvertrauen würde, da war einem natürlich sofort klar, wen er meint. dann gab es wohl noch, das ist mir aber nicht so aufgefallen, es gab diesen General Merit. Darf ich da auch noch mal was zu sagen? Natürlich. Da bin ich dann auch wieder ein bisschen, als er das gesagt hat, so wie ich mir das immer vorgestellt habe, war es nie vorgesehen, dass Leia diese Pläne bekommt, sondern sie war in einer bestimmten Situation vielleicht einfach die einzige Person, die es machen konnte oder sie war gerade zufällig an dem Ort, wo Leute hingekommen sind, die sich da noch gerade mit dem letzten Sprit im Tank mit den Plänen hingerettet haben, aber dass ihr Ziehvater, der weiß, sie ist die Tochter von Darth Vader, der weiß, sie ist eigentlich auch gefährlich, wenn sie irgendwie zu sehr involviert ist in diese ganze Imperiumsgeschichte. Wenn er sagt, ja lass das mal die Leia machen, das finde ich passt nicht. Bail Organa weiß, sie ist die Tochter von Darth Vader, er weiß, wie gefährlich es ist, sie in diese ganze Imperiumssache so stark rein zu verwickeln. Sie wäre eine der letzten Personen eigentlich, der er diesen Auftrag geben müsste, ob er ihr vertraut oder nicht. Aber warum werden die Kinder denn überhaupt versteckt? Warum ist Luke da in Tattoo in dem Verborgenen? Und das weiß er, Obi-Wan hat ihm das anvertraut, gerade damit sowas nicht passiert, damit sie nicht in die Nähe von Darth Vader kommt. Das macht überhaupt keinen Sinn. drüber nachgedacht. Hast du recht. Das hätte man anders regeln müssen, das hätte man so machen können, dass es ein Zufall ist, dass sie ausgerechnet dann die einzige Person ist, die selber auch gar nicht weiß, was auf dieser Disc drauf ist im ersten Moment und das dann auch erst erfährt, nachdem das Ding auf ihrem Schiff ist oder dass derjenige, der der Letzte ist, der diesen Plan noch in der Hand hat, dann irgendwie mit dem letzten Sprit dann nur ihr Raumschiff gerade in der Nähe ist und es gibt keine andere Möglichkeit. Irgendwie sowas, aber nicht, dass ihr Vater, der letzte Mensch, der ihr das anvertrauen dürfte, dann sagt, hey, ja, Lea, das ist ein Auftrag für sie. Ist nicht stimmig, ist nicht stimmig. Ja, ja. Aber ich weiß gar nicht mehr, wo das sonst schon mal war. Das ist immer das Problem, wenn du im Nachgang deutlich nachher irgendwie plötzlich ein Prequel machst, dass dann, was eigentlich nie so gedacht war oder nie geplant war, das dann wirklich hundertprozentig auf den Punkt stimmig zu kriegen. Ich weiß nicht, ob es bei Herr der Ringe und Hobbit war, aber es gab schon mal, ich kann mich nur nicht daran erinnern, genau solche kleineren Phänomene, dass es halt nicht mehr ganz passt, ja. Wobei, wie gesagt, dafür macht er trotzdem so viel richtig, dass auch in dem Moment ich gar nicht jetzt an sowas gedacht habe, was du mir jetzt erzählst. Klar, wenn du es mir jetzt so sagst, hast du recht, stimmt, aber im Film ist mir das halt so gar nicht in dem Moment untergehört. Ich meine halt, an vielen Stellen macht der Film es sich für mich halt zu einfach solche an sich sehr wichtigen Zusammenhänge, wie das eine zum anderen kommt oder auch bestimmte Figuren, die ich sehr interessant fand, die ja jetzt auch tot sind leider, wo ich mir schon gedacht habe, das wäre schon, gerade der blinde Stockkämpfer, es wäre schon cooler gewesen, ihm einen besseren, Einstieg in den Film zu geben, der einfach interessanter ist oder einen besseren Grund zu geben, warum er zu dem Trupp da dazustößt, dann macht der Film es sich oft einfach, das in so ein paar lapidaren Dialogen so nüchtern hin zu sagen, wo ich mir dann auch oft so denke, das ist etwas lasch, dafür, dass es jetzt hier um sowas Wichtiges eigentlich geht und da habe ich dann aber auch manchmal das Gefühl, das sind vielleicht dann auch Auswüchse oder die Auswirkungen dieser berühmten Reshoots, dass da vielleicht doch einfach im Vorhinein Lücken da waren, wo gar nichts war und sie dann keine andere Wahl hatten, als das in so ein paar nachgedrehten Dialogen dann irgendwie hinzudeichseln, war so meine Erklärung für solche Sachen. Ja, ich habe mir nur im Nachhinein auch gedacht, es wäre mal interessant zu wissen, was denn da neu geshootet worden ist. Ich meine, es ist ja schon sehr auffällig, dass gerade in der Einleitungsstunde des Films so viele Sachen, Menschen sind in der Gefängniszelle und reden nur miteinander, um Hintergründe zu klären. Menschen sind in der Rebellenzentrale und reden nur miteinander in verschiedenen Szenen, auch manchmal so einzelne Szenen, wo man nochmal zurückspringt in die Rebellenzentrale, wo dann ein Einzelgespräch mit jemandem führt und sowas. Das sind eigentlich immer so diese typischen wir müssen storymäßig was dazu fixen Momente. Ich denke, das wird viel davon gewesen sein. Ja, gut möglich. K2SO Eigentlich einer der interessantesten Figuren. Auch wieder schade. Aber einige Gags zündeten bei mir nicht so ganz, muss ich sagen. Das war ja auch immer das Gleiche. C3PO Immer statistische Auswertung der Chancen. Ein bisschen C3PO nochmal mit diesen Statistiken nur halt anders, mit seinem anders sarkastischen Art. Aber das war es war okay und das war ja auch jetzt wirklich kein Film, in den man reingeht wegen der Gags oder der One-Liner. Aber ich fand es wieder schade, dass man nicht mehr über diese Figur erfahren hat, weil ein Roboter, der vom Imperium kam und umprogrammiert wurde, ist halt irgendwie schon eine coole Idee, finde ich. Vielleicht kriegt er ja noch eine Netflix-Serie. Das wäre geil, also die würde ich gucken. Und Donnie Yen kriegt auch eine, macht einen auf Daredevil und dann gibt es nachher einen Crossover oder so, mal gucken. Ja. Aber es gab ja sogar einen kurzen Gastauftritt, aber ganz kurz, von R2D2 und C3PO, die man kurz da einmal stehen gesehen hat. Und ich weiß gar nicht mehr, was die gesagt haben, aber wie die alle losflogen, ich habe keine Ahnung, was er gesagt hat, aber ja, die hat man ganz kurz einmal gesehen, die ja dann nachher auch theoretisch auf dem Schiff von Leia ja mit drauf sind, aber man sieht sie ja nicht mehr. Aber man sieht ja am Ende von Episode 3, wie sie auf dem Blockhead Runner sind. Ja, ja, richtig, genau. Und das ist ja auch ein bisschen was, das ist jetzt kein Kritikpunkt, sondern nur was im Nachhinein interessant ist, dass George Lucas ja eigentlich der Meinung war, mit Episode 3 schon den direkten Anschluss an Episode 4 geschafft zu haben. die Kinder sind platziert, Leia ist auf Alderaan, Luke ist auf Tatooine, man sieht ja die Übergabe der Kinder, man sieht, wie C3P und R2D2 auf dem Blockhead Runner sind und hat halt diese Momente in dieser kleinen Collage und damals dachte man auch schon so, ah okay, zumindest cool, dass da jetzt dieser Anschluss gemacht ist und jetzt hat man eigentlich erst den richtigen Anschluss bekommen. Naja, ich würde mal eher sagen, das hier ist jetzt wirklich einfach nur das, was, da sind wir wieder am Anfang, was in dem, in dem Calltext sonst steht, das zeigen wir euch jetzt mal. Also im Endeffekt ist ja das, was wir jetzt so grob erleben, in, in Schriftform schon drin. Deswegen ist der Anschluss ja eigentlich schon richtig gesetzt, also, ne, das ist schon okay, also da hat Lukas auch gerade in Episode 3 zum Ende hin ziemlich viel sogar dann mal richtig gemacht, wo man echt sagen konnte, alles gut und da sah man ja auch schon zu der Zeit, wurde ja schon der Stern gebaut, man sah ihn ja da, wie er zusammengesetzt worden ist. Ich hab, ich hab vor allem gesagt, alles gut, weil jetzt die guten Filme anfangen, nachdem man 1 bis 3 angeguckt hat. Ja, genau. Auf jeden Fall. So ist es. Aber dazu, nochmal, also du hast diesen, diesen Crawl, Scroll, äh, aus, ähm, Episode 4 und, ähm, sitzt dann da als, als Autor und denkst dir, was könnte jetzt eine coole Geschichte sein, die man daraus stricken könnte. Und da finde ich es nach wie vor enttäuschend, dass dann einer kommt und sagt, naja, ähm, quasi, das, die, das übliche Luke Skywalker, Rey, ähm, Kind verliert Eltern, wird erwachsen in der Abgeschiedenheit und, ne, Geschichte. Warum nicht einfach mal eine Geschichte, die wirklich anders anfängt? Ja. meinetwegen, die schon im Krieg anfängt. Warum muss man da jetzt auch schon wieder so eine zentrale, typische Star Wars Hauptfigur haben? Warum hat der ganze Film nicht schon direkt einen Anfang gehabt, der mit, mit, ähm, einer Soldatensituation anfängt und wo sich dann aus dieser Situation was formt oder so? Unterschiedliche Ansätze hätte es da geben können. Aber warum wieder so ein sehr ähnlicher Ansatz? Das geht mir langsam schon auf die Nerven. Ja, wahrscheinlich, äh, weil es funktioniert. Ja, das ist das Disney-Prinzip. Diese Formel funktioniert noch. Es haben ja auch bei Marvel schon viele gesagt, selbst Doctor Strange hat jetzt eigentlich schon wieder eine Origin-Story, die vom Ablauf her so ist, wie wir sie in Marvel-Filmen schon so oft gesehen haben. Das findet jetzt in einem anderen Setting statt. Er ist vielleicht wieder dann so ein, so eine Figur, die charakterlich wieder ein bisschen mehr wie Tony Stark anfängt und halt nicht so wie Ant-Man, aber, ähm, der ganze Ablauf und das ist doch dann immer dasselbe. Und, ähm, das ist halt so das, was ich für Star Wars jetzt auch leider befürchte, ähm, wie es dann auch jetzt einfach weitergehen wird. Das ist, es ist einfach, finde ich, irgendwie schon schade. Ja, aber guck mal, bei Episode, das, das, das so sehe ich es jedenfalls, bei Episode 8 haben sie halt wirklich nach vorne hin alles offen und da können sie sich ja auch storytechnisch richtig austoben. Episode 7, da sind wir uns einig, war eher erstmal eine Nummer, eine Nummer sicher. Wir machen erstmal die Erfolgsformel aus Episode 4, die bauen wir ein bisschen größer um und machen da ein paar Sachen anders, aber in grobe Richtung ist ähnlich, so, das ist das Fundament und ich finde jetzt mit Episode 8, nachdem jetzt die Figuren eingeführt worden sind, man kennt sie mittlerweile, jetzt müssen sie halt auch richtig, äh, eingesetzt werden, sodass man wirklich dort auch theoretisch so eine geile Story bauen kann oder auch muss, weil ich glaube, die können ja nicht wieder nur auf Effekte setzen, dass sie wieder einen Todesstern bauen oder irgendwie wieder irgendwas zerstören. Es gibt ja auch schon viele interessante Theorien und Ideen, die gehen ja sogar so weit, dass spekuliert wird, ob Kaido Ren in Wirklichkeit ein guter ist, der das alles auf sich nimmt, weil er, weil das der einzige Weg ist, die dunkle Seite von innen zu vernichten oder irgendwie so Geschichten, da ist ja auch noch viel Potenzial, was man machen könnte. Ja, stimmt. Ich vertraue nur immer weniger, dass diese Leute dann so ein Interesse dran haben. Ja. Aber, äh. Naja, ich, ich sehe es ähnlich, also ich, es gab auch die Gerüchte hier, dass die, äh, Rogue One Felicity Jones vielleicht die Mutter dann später ist von Rey. Können wir jetzt ab Akta legen, genauso, dass sie eine, ein Ritter von Ren wird, ne, von, die kommen, die da später dem, die man ja im Film, glaube ich, so gut wie gar nicht gesehen hat, nur im Trailer mehr, mehr oder weniger, ähm, die eventuell jetzt auch dann in Episode 8 eine größere Rolle haben werden, aber das ist ja alles ab Akta, also Rogue One wird da keine, äh, keine Bindeglieder zur Episode 8 haben. Die einzige, den einzige, das einzige, wo ich mir sofort dachte, vielleicht nehmen sie das nochmal in Episode 8, ich könnte mir vorstellen, wir haben ja jetzt den, das Strandhaus von Darth Vader gesehen, das wird ja vielleicht noch existieren, das vielleicht, aus welchen Gründen auch immer, in Episode 8, um irgendwas rauszufinden, dort nochmal hingegangen wird, um irgendwelche Informationen zu beschaffen, sowas könnte ich mir vorstellen, weil dann hätte man immerhin da ein Bindeglied, wo man dann sagt, in Episode 8, aha, ja stimmt, den Palast da, in Mordor, den hab ich doch in Rogue One gesehen, das, das ist so das einzige Bindeglied, was ich jetzt so wahrgenommen habe oder wo man eins machen könnte. Und einer der Planeten, wenn nicht sogar der, wo am Ende dann diese große Schlacht stattfindet, ist der in der Beschreibung, die ich irgendwo gelesen habe, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, da hieß es, das ist so ein Planet, wo die ersten Jedi angefangen haben, die Macht zu erforschen, so richtig oder sowas, oder die Tiefen der Macht, also das hatte irgendwie so eine Vorgeschichte, die sehr stark mit den Jedi und der Macht zusammenhing. Dieser Apokalypse-Nau-Planet oder also dieser Strandplanet, wo die, Ich glaube, ich glaube ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ich hab das auch nur, Ja, möglich ist es, nur so, auf jeden Fall ist das ein schöner Urlaubsplanet, also mich hat eher gewundert, dass man da nicht irgendwie Stormtroopers, die gerade frei hatten, am Strand mit ihren Familien gesehen hat oder so, oder ein Stormtrooper in Bermuda-Shorts oder sowas. Man muss nochmal positiv hervorheben, wie geil die Visual Effects halt bei den Raumschiffen besonders aussehen, diese Momente, wenn der Todesstern und den Sternzerstörer daneben so im Licht, das fast aussieht, wie als wenn das die Modelle von früher sind. Diesen Look haben sie halt noch viel geiler hingekriegt bei den CGI-Elementen als bei Episode 7. So die Hand-to-Hand-Action mit den Explosionen und den echten Sets und die echten Alien-Masken, das war ja in Episode 7 alles schon genauso. Aber diesen Weltraum-Look besonders, das haben sie jetzt nochmal, da haben sie noch einen draufgesetzt, finde ich. Ja, sehe ich genauso. Und auch die, sie bleiben bei handgemachten Stunts oder Action-Szenen, wenn da die Troopers durch die Luft fliegen oder so. Genau richtig. Und die haben es wenigstens verstanden, das auch weiter so zu machen. Und ich gehe davon aus, das wird auch weiter so gemacht werden in den nächsten Teilen, weil das gibt den Ganzen halt so eine gewisse Erdung und einen realistischeren Touch, als wenn er alles nur mit CGI macht. So wie wir es halt hatten. Das haben sie ja bei Marvel auch inzwischen realisiert. Nicht umsonst sind ja gerade bei Civil War so viele Practical Effects drin gewesen, trotz der ganzen Superhelden-Anzüge und Sachen. Also so Gebäude, die richtig gesprengt wurden, wo dann noch die Brocken durch die Gegend fliegen und die Explosionen auch, diese ganzen handgemachten Nahkampfsachen, die Geschichte mit Chris Evans, wo er diesen Hubschrauber da so festhält, was ja auch ein Mega-Stunt irgendwie war, für den er monatelang trainiert hat, um da nicht zerrissen zu werden bei. Da sind sie schon auf dem richtigen Weg, da nutzen sie das Geld und alles, wo es wirklich auch Sinn macht. Ja und genau, das hat DC scheinbar immer noch nicht verstanden, weil guck dir die Schlachten von DC an, das ist ja nur CGI. Also ob es die Schlacht bei Batman wie Superman ist oder diese Suicide Squad-Geschichte, also da ist ja nichts Practical. Ja, sie behaupten teilweise schon, dass die auch viel Practical machen, nur bei denen sieht man es am Ende nicht mehr, weil sie da so viel krasses Colorgrading drauf machen, so viele extra Effekte noch drauf fügen. Ja, das liegt wahrscheinlich am Sex-Snyder-Stilmittel. Dadurch wirkt es halt einfach, es wirkt einfach nicht. Ja, das ist schade eigentlich. Gerade Batman und gerade The Dark Knight war genau das Gegenteil und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen das DC-Problem, dass halt davor der Dark Knight so geerdet war im Verhältnis zu dem, was jetzt mit DC gemacht wird. Ja, das ist witzig, dass eigentlich bevor es mit Marvel richtig losging und bevor Star Wars bei Disney war, Christopher Nolan schon allen gezeigt hat, wie man es auf jeder Ebene geil macht und ich finde, man, das hat auch auf Marvel einen Impact gehabt, weil sie es anders gemacht haben, natürlich auch alles viel bunter und fröhlicher und lustiger, aber ich glaube, sie haben da schon gesehen, dass es sich lohnt, Wert auf eine glaubhafte, kohärente Welt zu legen, wo der Zuschauer sich noch immer noch irgendwie reinfühlen und mit ein bisschen identifizieren kann und das ist also als Grundgedanken haben sie natürlich auf eine vollkommen andere Art schon auch dem Erfolg der Nolan-Batman-Filme so ein bisschen zu verdanken. Also ich glaube, sie sind da auch so reingegangen, dass sie genau geguckt haben, was hat vorher funktioniert und was nicht. Ja, mit Sicherheit. Aber jetzt sind wir ganz abgeschweift hier. Ja, stimmt. Aber wollen wir einen Deckel drauf machen? Also es wird ja kein Book 2 geben, das ist dann Episode 4, von daher müssen wir uns da oder vor allem vielleicht die, die ihn nicht so mögen, keine Sorgen machen, vielleicht wirst du dir eher Sorgen machen dann in Richtung Episode 8, weil ich glaube, von der allgemeinen Erfolgsformel wird sich nicht so viel ändern. Ich hoffe nur, das ist wahrscheinlich auch deine Hoffnung, dass sie halt in Episode 8 die Freiheiten nutzen und storytechnisch da einen drauflegen. Ja, also ich bin auch Episode 8 immer noch recht aufgeschlossen, weil ich einfach gespannt bin. Also da sind noch so viele offene Fragen, da sehe ich immer noch mehr Potenzial, als ich das Gefühl habe, dass der Karin schon so total im Dreck steckt für mich jetzt. Was Rogue One angeht, ist es halt echt so, dass ich mich da auch wieder kurz vor dem Kinogang mir sehr viel Mut zugeredet habe und gerade den letzten Trailer sehr geil fand. das ist vielleicht dann ein bisschen so eine kleine Extra-Enttäuschung, dass der mich da nicht so zufriedengestellt hat, wie ich es mir gehofft hatte. Es ist schwer, in Worte zu fassen, aber ich bin bei Rogue One jetzt tatsächlich ein bisschen enttäuschter im Nachhinein und es tut mir so ein bisschen mehr im Herzen weh, als bei Episode 7, dass da mir nicht alles so gut gefallen hat, weil das war jetzt so für mich in vielen Kritikpunkten, die sich für mich wiederholt haben, so der Beweis, ja, das ist nicht mehr das Star Wars, was ich geliebt habe, das ist jetzt wieder ein anderes. Es ist nicht, das ist nicht die Prequels, es ist auch besser als die Prequels, aber es ist immer noch nicht das, was ich so geliebt habe an den Klassischen und das wird es dann wahrscheinlich auch nicht mehr geben und diese Gewissheit unabhängig davon, ob Episode 8 gut wird oder nicht, aber vielleicht dieses auch etwas zu nostalgische, was da mir noch mitschwingt, was diese drei klassischen Filme angeht, das habe ich jetzt wirklich ganz beerdigt für mich, das nochmal so erleben zu dürfen, aber ich kann auch, ich finde, es ist auch okay, ich will mich da jetzt auch nicht zu sehr reinsteigern. Ja, du, eben seine Meinung, also ich war eher, bei mir war es andersrum, ich war eher positiv überrascht weil ich gar nicht so große Schlachten und so einen großen Impact da erwartet hatte, ich dachte ja, okay, das wird ein kleinerer Film, die klauen die Pläne und dann ist gut und das, was mich dann geliefert bekommen habe, gerade auch in der, ich sag, bei der letzten Dreiviertelstunde, das war dann für mich eher fast schon überraschend, was da alles noch so abgehen wird. Aber hast du dir nicht gewünscht, dass, gerade wenn du diese Sachen so geil fandst, dass vielleicht da nicht am Anfang noch mehr gewesen wäre, wie gesagt, dass es nicht schon direkt mehr in der Action einsteigt und dann auch richtig in so einem Krisengebiet bleibt oder so, war dir das dann nicht am Anfang auch zu viel Leerlauf? Ja. Jetzt einfach mal so los in den Raum gefragt. Ja, wäre auch ein Ansatz gewesen, klar. Also ich fand eher, er hatte halt in der Mitte so ein paar Längen, wo ich sagen würde, oh, da zog sich so ein bisschen, wo sie dann erst dahin und dahin und dahin gingen. Wie gesagt, den Aufbau am Anfang, der hat mich gar nicht so gestört. Mich hat eher so im Mittelteil so eine kleinere Länge erfasst, aber ansonsten. Darf ich, also vielleicht, ja, noch eine, eine, eine Sache, du kannst ja gerne meinen Geschwafel über, über Batman rausschneiden und Ach, Quatsch. Hört dazu. Ne, würde ich, würde ich, bin ich mir selbst im Nachhinein gar nicht mehr sicher, ob das nicht totaler Bullshit war, aber, das sind die Hörer doch gewohnt von dir. Das stimmt. Nein, nein, das ist ja okay, aber, ich habe nämlich in dem Moment, muss ich gestehen, die ganze Zeit nach was anderem gesucht, was mir nicht mehr eingefallen ist und habe versucht, Zeit zu schinden. Das ist nämlich jetzt das, das ist jetzt, das ist jetzt das Wichtige, wo ich eigentlich drauf noch kommen wollte. Das ist mir schon bei Episode 7 sehr störend aufgefallen, dass die Figuren im Grunde sich den ganzen Film immer so gut wie gar nicht entwickeln, dass sie so gut wie gar nicht, gar keine richtigen inneren Hürden überwinden müssen oder inneren Erkenntnisse sammeln müssen, sondern das gerade jetzt in dem aktuellen Film der Felicity Jones, sie hat, sie ist als Kind, kommt sie mir schon genauso vor, wie sie am Ende des Films ist und sie ist einfach immer gleich und ihr gelingt auch so gut wie alles immer spielend, also ich muss mir um sie nie richtig Sorgen machen, ob sie jetzt am Schluss rumklettern muss oder ob sie jetzt so eine Radarstation bedienen muss oder ob sie mit den Rebellen da argumentieren und aus dem Stehgreif da auf einmal ihre tollen Reden hält, sie macht immer alles, was sie tut, direkt total super und das war schon bei Rey so ein Knackpunkt, das war schon auch bei Finn so ein Knackpunkt. Gut, die haben aber noch die Chance, was in Episode 8 und 9 zu bekommen. Poe Dameron ist der geile Pilot und er ist am Ende der geile Pilot und er ist die ganze Zeit einfach der geile Pilot, weißt du, ich hab das Gefühl, die erfinden jetzt immer Figuren, also ich find, das trifft auch auf alle in Rogue One zu, ob das der blinde Battler-Yedi, verkappte Jedi-Typ ist oder die anderen, die werden etabliert als Figuren und bleiben genau diese Figuren dann die ganze Zeit und ähm Ja, aber ich denk, bei Rogue One werden die da auch nie den großen Fokus drauf gesetzt haben, die zu viel zu entwickeln, weil, kommen wir da zu dem Argument, weil die genau wussten, in welche Richtung das geht. Klar, würde man vielleicht mehr mitempfinden, wenn man mehr von denen mitbekäme, ja, aber dafür reicht der Film dann nicht für so viele Charaktere, die zu tief irgendwie oder zu stark einzuführen. Die haben halt den Fokus wirklich auf andere Sachen gesetzt. Zweieinhalb Stunden, es gibt Filme, nein, zwei Stunden, 13 Minuten, okay, zwei Stunden, 13 Minuten, die, ähm, es gibt Filme, die haben kein Universum drumherum, die haben keine Vorgänger und Nachfolger, die stehen komplett nur alleine da und die schaffen das, sowas hinzukriegen. Ja, glaube ich dir ja auch, also wie gesagt, aber da sind wir doch wieder am, am, am Anfang, äh, genau das Argument hast du ja, oder darüber haben wir am Anfang schon drüber gesprochen und das, das will ich dir ja auch nicht ausreden, ich kann's auch zum Teil ja auch verstehen, ähm, es ist dann halt immer die Frage, wie stark stört es einen beim Gucken dieses Films oder halt eben nicht und mich hat das jetzt an der Stelle nicht so gestört, dass, dass die nicht, äh, den größten Tiefgang haben, weil der Rest mich halt überzeugt hat und bei dir eckt das halt mehr an und dann, dann ist das halt so. Ja, ja. Punkt. Ich will mich da jetzt auch nicht so, so festbeißen, nur, ähm, ähm, das war jetzt so, nochmal ein, so ein, so ein, so ein Beispiel, ähm, was für mich auch, halt auch schon in den Episierten, Episode 7 so auffällig war, äh, so ein, was für mich so ein, jetzt typischer werdendes Standardproblemmuster ist bei den, bei diesen, äh, bei den Neueren, aber, ähm, das, ja, da werden wir auch, da werde ich auch im Podcast nochmal, äh, entweder jetzt im Dezember oder im Januar drüber sprechen, ich fand generell, das Jahr 2016 war, ähm, ein Jahr von Storyarmut und wenig Entwicklung, gerade in, in, in Stories oder von mir ist es auch in Charakteren, das hattest du bei fast jedem größeren Film, leider, äh, dieses Jahr rühmt sich da kaum was, nur kleinere Filme, wie jetzt ein, ja, vielleicht von Arrival hat jetzt auch keine große Charakterentwicklung, aber hat wenigstens mal eine coole Story, die anderen Filme, die großen Blockbuster, gehen alle auf Nummer sicher, mehr auf Spektakel, mehr auf Action, auf Effekte, etc., aber, da hast du kaum Charakter oder Charakterentwicklung, auch ein, ähm, Doktor Strange hat jetzt nicht die Riesenentwicklung gemacht. Ja, der war auch, der war auch so, mit dem Fingerschnipsen hat er auf einmal alles drauf und, und so weiter. Genau. Genau, ja. Ähm, und, aber da jetzt bestimmt auch, auch viele das, das sagen werden, ähm, äh, weil das, das, das ist so, sowas, das darf man nicht verwechseln. Ähm, die, die, die alten drei Star Wars Filme, die haben auch nicht die super krasse Detailtiefe, was die Handlung angeht und die sind simpel. Nö. Die sind simpel, aber für mich ist da der Unterschied, simple Effektivität und, ähm, äh, die, die, wenn man mal überlegt, was die Figuren da wirklich vom ersten bis zum dritten Film, beziehungsweise vierten bis zum sechsten, alles durchmachen, was für krasse Höhen und Tiefen, was für Sachen sie herausfinden, ähm, was für, ähm, schwierige Momente, ähm, auch so Sachen wie, äh, Yoda stellt Luke erstmal auf die Probe und frustriert ihn damit, dass er nicht verrät, dass er Yoda ist und solche Sachen. das sind so diese Kleinigkeiten, die sind, die sind simpel, aber effektiv und, und tragen halt viel zu so einem, ähm, Gefühl von, ähm, Weiterentwicklung, ein Gefühl von immer wieder, kleinen, ähm, originellen Storyverläufen, ähm, die wieder was Neues bieten und die das alles wieder ein bisschen in eine neue Richtung lenken, ähm, aber trotzdem ist es natürlich nicht das, äh, psychologisch große, ähm, äh, Meisterwerk der, der tiefen, äh, Hirnforschung oder so, das will ich auch gar nicht. Für mich gerade Unterhaltungsfilme, was Star Wars ja letztendlich ist, sollen ruhig simpel sein, aber es gibt da auch eine Qualität in dieser Simplizität und, ähm, das, äh, das suche ich gerne, das, äh, das wünsche ich mir, wünsche ich mir, das wünsche ich mir, Jan. Ja. Schönes Schlusswort, vielleicht werden deine Wünsche, er hört und im nächsten Jahr bei Star Trek, äh, Entschuldigung, Star Wars Episode 8. Ach, Star Trek wäre es auch geil, da beschwere ich mich auch. Ja. Das ist ein nächstes Thema, da können wir auch nochmal drüber sprechen. Naja. Ähm, nee, ich, äh, ja, ich, äh, freue mich auf jeden Fall, mit dir mal darüber gesprochen zu haben. Ich kann deine Argumente verstehen, aber, ähm, ja, bin da trotzdem ein bisschen anderer Meinung und, äh, sehe das deutlich positiver. Same, same here. Also, ich kann, ich kann deine, deine Sicht und, und das auch anders zu gewichten, auch, äh, genauso verstehen und, äh, freue mich da auch für dich, dass du da, dann mehr Spaß noch hattest. Ähm, das gönne ich dir, Jan. Du bist ja auch mein Freund. Danke, Daniel, danke. Du bist so ein netter, äh, aufrechter, äh, ehrenvoller, äh, Freund, der auch in schweren Zeiten zu einem steht, wie wir kürzlich zusammen in Hamburg erleben durften. Wenn jemand was, äh, böses über dich sagt, dann sag's mir. So ein sympathischer Mann, also, da, äh, gönne ich dem das doch von Herzen. Ja, danke, Daniel. Das kann ich nur wiedergeben. Ähm, ich freu mich, dein, äh, Freund zu sein. Und in dem Sinne, mach mal einen Deckel drauf. Gerne. Ich muss jetzt ins Bett. Kinder wachen früh auf. Alles klar. Ja. Hau rein, ne? Jo, dann geb ich wieder zurück ins Studio an, äh, Jan und Henrik. Ja, verrückt. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Wenn das Imperium solch eine Macht besitzt, was für eine Chance haben wir dann? Was für eine Chance wir haben? Was ist denn die Alternative? Fliehen, verstecken, um Gnade fliehen, die Truppen in alle Winde verstreuen? Wenn ihr das Feld einem Feind überlasst, der so böse und mächtig ist, dann verdammt ihr die Galaxis zu ewiger Unterwerfung. Die Zeit zu kämpfen ist gekommen. Die Zeit zu kämpfen ist gekommen.